jetzt packe ich die richtigen lieder aus junge fick mag forster junge ja crime them aber nur wenn ich auf dem klo bin gestern schon space gestern schon weißt du was machen wir ein ganz entspanntes intro heute ich lasse musik bisschen an ich bin so am arsch heute ich weiß nicht warum alter aber ich wünsche euch einen wunderschönen guten abend hallo schobbe und black moondog andy crime time oma unicorn bodo alina hallo bumper lilazo hallo und las dankeschön noch mal für den prime sub im 68 monat alter fast sechs jahre night light hallo castello und baggers hallo an stream gestern ist später da gewesen sorry chef kommt nicht wieder vor bitte nicht band ja ach quatsch ich finde den wallpaper richtig sexy alter hallo harti und big nitro hallo und loko hallo und hallo schadepest wie geht's wie steht's wegband sagst du nee hallo too strong und michi hallo ich muss erst mal im support im teamsteak herb aussprachen wie mit weezy alter und blitz like hallo frank ocean ist killer junge wie geht's euch meine kinder wukulu was geht ich hab nicht mal mehr teamspeak boah schande über dich junge aber wir sind auch häufiger jetzt im disco da zum teamspeak muss ich echt sagen irgendwann hat man sich daran gewöhnt ganz okay und dir ich bin komplett kaputt heute ich weiß nicht warum irgendwie kein keine energie bis mich jetzt und dann noch mal enorm vielen lieben dank für den prime sub im satan und hallo mila ne werd mich nie in den disco gewöhnen doch wenn du so ein bisschen da bisschen zeit da verbringst dann wirst du dich dran gewöhnen ja das liegt wahrscheinlich liegt das heute echt am wetter irgendwie ich bin aufgestanden und mir war schon so kalt ne das war ekelhaft aber egal machen wollten müde stream die einzige motivation die ich heute habe im rp ist das die karre zu tun alter das kommt muss halt einfach nur einmal einstellen das kann sein das kann sein ähm weezy hallo wer ist denn jetzt noch da affe alvarez mit seinen mathematik skills junge mr pony hallo frank oschel ist so ein killer junge ich liebe die bildschirmübertragung bei dc aber die ist auch eher schlecht als recht außer wenn man glaube ich nitro hat grüße grüße will ma hallo sergeant obi hallo baki hallo nikki nick hallo juiceless hallo pyro hallo cloud hallo einfach nitro mir wurde gestern nitro geschenkt aber ich habe das dem güffi gegeben sehr coole dings ähm äh fuck der conan der verschenkt manchmal immer so nitro hat der gestern beim jury im discord auch gemacht gibt es wirklich einfach nur das wahre und der ist auch so alter oh gee shit man der s8 driver vielen lieben dank für den resub im 68. monat stufe 2 und das krasseste 68 monate in folge alter 68 monate in folge das heißt sogar dass der s8 driver als ich das ganze jahr nicht da war durchgehend durchgesappt hat das ist absolut heftig bruder vielen lieben dank und helly dankeschön für den prime sub im 19. monat mit keiko schloff vielleicht schaue ich mal vorbei ja mila ich glaube nicht dass euch viel geht ich sag ganz ehrlich ich meine ich sag das jeden tag aber heute kam äh gta update ragemp hat nachgereicht ein paar Probleme habe ich schon gesehen im discord never play on patch day ne äh walkif hallo alpino hallo like crazy hallo chucky hallo sicher mal gucken lad's aus mal gucken von mir kommt auf jeden fall nicht viel außer ich werd gleich auftauen und hey vielen lieben dank für den sub und herzlich willkommen bruder dankeschön mach dich mach dich becreme ihr wird gebuffert junge art of war hallo und hansi hallo und swiss tv hallo heute wirklich ruhig ja man aber wir machen die karre ich will die karre machen und wie bennys ist nicht da alter andre ich komplett am rad hallo flying star auch ganz alter name ne bruder bruder seit wann folgst du warte ich guck mal 23 jana 2018 wirst du hogwarts eigentlich streamen oder nur für dich spielen ich werd dat auf jeden fall streamen alter ich hab mir heute wieder den die informationen rangeholt über stay das ist immer meine informationsquelle nummer eins was in der szene abgeht und auf twitter und so ich kann die ganze problematik kann ich auch irgendwo verstehen aber irgendwo auch nicht weil ich geb einen absoluten fick auf auf die jk rowling oder wie die heißt alter und geb auch einen fick darauf was die bei twitter für den schmutz schreibt für mich geht das einfach nur um das spiel ganz einfach das drama mit gronk wieder ja ich hab vorhin bei stay zugeguckt junge ganze twitter bubble wieder explosionsartig am ausrasten ich spiel es mir ist das egal wenn die irgendwelche pp-gas hinkommen alter werden die einfach weggebannt juckt mich nicht hab schon twitter langer post vorgeschrieben das ding ist halt wenn mir jemand wenn mir etwas eine fremde person die ich nicht kenne was näher bringen möchte und mich über irgendwelche sachen aufklären möchte dann ist das der falsche weg wie die leute das auf twitter machen weil die einzige sache die ich auf twitter sehe ist purer hass da geht es gar nicht mehr darum die leute darauf aufmerksam zu machen in meinen augen ja und das ist meine meinung die leute darauf aufmerksam zu machen dass die erfinderin von diesem universum irgendwie transfeindlich ist und irgendwelche propaganda verbreitet sondern da gibt es in meinen augen einfach nur noch einen puren hass alter du bist nicht meiner meinung du willst mir nicht zuhören über dieses thema fick dich fick dich ich blog dich du bist scheiße du bist was weiß ich doch und so kann man mich nicht aufklären und ich sag ich sag extra mich weil ich überhaupt gar nicht in dieser bubble drin bin weil ich mich weil ich gar keine zeit dafür habe mich damit zu beschäftigen wer was auf wer was auf twitter schreibt welche berühmte person oder person mit reichweite was die da schreiben das hab ich gar keine zeit für alter ich hab ein privatleben ich hab familie ich hab ein leben außerhalb vom internet so ich lass mich gerne ich nenne immer belehren und ich bin auch sehr offen dafür und nimm sowas auch gerne an aber dann vernünftig genau das gleiche wie mit dieser mit diesem mädchen oder dieser frau diese veganerin die den leuten näher bringen will hier wegen tierleid und so absolut gut meine eigene schwester meine ältere schwester ist veganerin seitdem ich hier wohne also zusammen in der wg mit den allen leben also bringt die mir das auch bei und zeigt mir das ne so die hat mir zum Beispiel letztes Mal gezeigt hier guck mal vegane wüssten und so ich hab die probiert hätte ich vorher nie getan aber mittlerweile tue ich shit und lass mich davon überzeugen aber die macht das richtig die lasst mich so entscheiden und bringt mir das näher und zeigt mir guck mal die doku an guck mal was da mit den tieren passiert willst das wirklich essen wenn die jetzt aber hier hoch kommen würde und mich anschreien würde und mir sagen würde ich bin scheiße ich bin der größte fraggler auf der welt weil ich das esse blablabla so dann würde ich mich da nie von überzeugen lassen und so sehe ich das ich werde spielen ich werde streamen wir werden den chat unter kontrolle kriegen falls irgendwelche leute mit hass kommen was ich mich auch immer wieder frage ist auch so eine sache warum ist das jetzt bei harry potter ein problem wegen dieser j.k. rowling da und auf twitter aber die leute die world of warcraft spielen da ist alles fein da gab es doch auch diesen riesengroßen skandal hat in der firma irgendwie so sexistische sachen und alles mögliche alter allmöglichen schmutz war bei blizzard allmöglichen schmutz ist bei blizzard anders tages nicht gekommen wie die da mit den leuten umgehen und blablabla bei ganz blizzard ja auch genau nicht aber für mich ist ww gleich blizzard warum gab da nicht so eine hate welle auf twitter das verstehe ich halt nicht warum hat denn da keiner gesagt ja wir das spiel spiel das kacke ne im gegensatz ich hab sogar weibliche twitter user gesehen die gesagt ich spiel das nie wieder schmutz geben und nach drei monaten haben die geschrieben warum auch immer das in meiner timeline gespielt wird irgendwie vermisse ich das doch ich glaube ich spiel das wieder ich kenne eine einzige person die sich daran gehalten hat keine blizzard spiele mehr anzupacken genau wegen der sache und das ist mila alter nur mila ich kenne keine andere person die sich daran gehalten hat als da raus kam hat mila gesagt ich werde nie wieder und ich hab dir sogar ab und zu mal versucht zu überreden statt zu spielen und so und die hat sich dran gehalten alle anderen sind wahrscheinlich wieder back to the roots und Teddy vielen lieben Dank für 10 giftet subs und Mads Soll halt nicht hier oh god twitter twitter und internet vor allem geht es ja nicht mehr nur um die autoren und alles was die so viel scheiße macht mittlerweile ist gegen mich dass das ganze hp universum ja auch rassistisch und proste bauerei sein so ach so ja mit den kobolden ne weil die da in diesem universum das geld verwalten und dann gleich antisi die antisemiten da nicht antisem ähm dings darstellen juden darstellen sollen und so das ganze universum so antisemitisch sein und ach bruder bruder wenn du probleme suchst wirst du auch probleme finden das ist das kommt nämlich immer auf den menschen darauf an wie der sachen interpretiert ja das ist halt einfach eine ja genau wie unicorn hat schreibt das ist eine fantasy welt junge Stereotypen sollen da ja auch vertreten sein ganz komisch wie fandest du den neuen rp track also rap track von stange gut gut aber ich hab da nix so getwittert oder so ich hab den da privat geschrieben dass ich da bombe finde fand ich gut das video hat mich so richtig an vbt erinnert an die damalige zeit aber aber nix aber und ich sag ja noch mal ne ich kann nicht verstehen dass sich leute da aufregen und so das ist ja auch heftiger tobak wenn die die erfinderung erfinderin dieses universums da so auf twitter ich habe selbst nicht gelesen weil die nicht immer in der timeline gespielt wird ich folge der auch nicht aber der lucky zum beispiel hat mir grad ein paar sachen erzählt dass die da wirklich so ne scheiße schreibt und sogar geld irgendwie so in kampagne pumpen und irgendwie sich für die rechte einsetzt damit andere leute da irgendwie die rechte geschwächt werden und so aber ich hab da auch nicht so viel ahnung von verstehen kann ich welches haus wirst du wählen sliverin natürlich der tierische vielen lieben dank für den prime flow in herzfüllung und benzo hallo hat der mensch nix zu meckern gibt's happy du weißt das wirst manchmal ist das ja angebracht zu meckern aber dann auf die art und weise dass du leute aufklärst und nicht mit hass reingehst weißt du das hat wirklich so auf dürfen wirklich versucht so wie soll ich das sagen für mich ist das so jemand klopft an meiner tür zu hause der gibt einen absoluten fick auf mich weil der kennt mich nicht der kommt einfach rein der setzt sich einfach in mein wohnzimmer der setzt sich auf meine couch und will mir irgendwas erzählen und das ist der in meinen augen der falsche weg anklopfen und höflich nachfragen ob man lust hätte man darüber zu reden das ist der richtige weil die einen haben ihre meinung und die anderen haben auch ihre meinung oder gar keine meinung weil sie sich einen scheiß dafür interessieren für dich und tannenzäpfle dankeschön für den primes auf dem 33 und fäden peter dankeschön für den prime 2 knuck knuck war der p jetzt gleich und warik habe ich gelesen hallo warik aber leider bekommt man den zauber erst nach ende der story jetzt eine quest ich will die story spielen ich will mir das ich will mir die schule angucken und so und aber immer die gleichen die mit der hast scheiße anfangen auf twitter hey chat hacker ist was du wünschst du wünschst du die schule wünsch ich dir auch luch ja er sagt aber da haben sich leute selbst auf eine position gehoben wo sie meinen Ich würde gerne so vieles sagen Auf meine Art und Weise, ne, ganz ehrlich, Alter Ich würde gerne So reden Wie ich könnte, aber das kann man nicht Man kann es nicht, man kann, ich kann es nicht Man kann es nicht auf Twitch, geht nicht Aber ich würde gerne, ich würde gerne Vor allem, wenn ich lese, was für Leute da Bekannte, in Anführungszeichen Ne, ich sag ja, weil ich denke Cramtime, nur ich formuliere das Ich würde gerne so formulieren, wie ich eigentlich spreche Aber wenn ich lese, was für Leute Sich da hinstellen Und da so Sachen Schreiben Und ich so an ein paar Jahre zurückdenke Ach, egal Scheiß drauf, Digga Da kannst du eh nicht gegen gewinnen Da kannst du nix machen, Junge Genix Ich würde ja gerne mal den Doppelroman Als Spiegel hinhalten Bin auch schon so gehypt auf HPL Ach, dann werden die dich fressen, weil die alles in den falschen Hals bekommen Du meinst, so wie die Bubble Die mir vorwerfen wollte Oder beziehungsweise wo ich gemeldet worden bin Wegen Kulturelle Aneignung, weil ich im Roleplay einen afroamerikanischen Stereotypischen Charakterspiele Wo sie sich aber nicht getraut haben Überhaupt hier reinzukommen Und mich anzutwittern, weil niemand weiß Wer ich bin Weil ich keine Webcam hab Keiner weiß Welche Hautfarbe ich hab Keiner kennt meine Herkunft Nix Haben sie sich nicht getraut Da haben sie sich nicht getraut Mila weiß Pinsel auch Da würde man ja dann in Fettnäpfchen treten Wenn man mir sagt Ja Kulturelle Aneignung Dabei bin ich selber aus solchen Ländern Vielleicht Vielleicht auch nicht Wer weiß Da traut man sich natürlich nicht Fand ich süß Und jeder der schon mal Fußballer bekommen hat Genau Kobo Und das sag ich seit 2017 Bevor das überhaupt hier an den Start ging Auf Twitter oder sonstiges Damals haben wir noch die N-Bombe gedroppt im RP Damals war das auch sogar noch erlaubt Auch seitens Twitch Da hab ich mich Da hab ich damals nämlich nachgefragt Bei gewissen Administratoren Darf man das sagen im RP? Und da hieß es ja Wenn das im Rollenspiel passiert Darf es uns sagen Weil das Rollenspiel ist Ich hab das übrigens nicht lange gemacht Ich glaub ein paar Mal oder so Hab ich das ganz 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 am Anfang gemacht Wo ich das noch nicht besser wusste Und dann hat das natürlich irgendwann aufgehört Weil man gemerkt hat Ja Bruder das ist absolute Bullshit Und schon damals hab ich gesagt Worauf ich jetzt hinaus wollte Wenn jemand gekommen ist in meinen Chat Und gefragt hat Ja was für eine Nationalität bist du Warum kannst du Türkisch verstehen und sprechen Warum verstehst du Kurdisch Und kannst du ein bisschen Kurdisch Warum kannst du die Sprache Und so Da hab ich immer gesagt Ich bin ein Mensch Ich bin einfach ein Mensch Alter Fertig aus Ganz egal woher meine Eltern kommen Und was weiß ich Alles egal Komplett Ich bin ein Mensch Fertig Vor allem bist du aus Duisburg Ja Also wenn einer multikulturell aufgewachsen ist Dann bin ich das Alter Ich wurde schon hunderte Mal auf die Stirn geküsst Wenn ich irgendwo bei Freunden zu essen war Und die Freunde hatten auch meistens 100 Paar Schuhe vor der Tür stehen Weil die nämlich eine ziemlich große Familie waren Ich hab viel gesehen und viele erlebt Und ich spreche Vielleicht nicht fließend sprechend Aber ich verstehe andere Sprachen Und ich kenne auch die Kultur Von Menschen Die nicht aus Aus Deutschland kommen Für 30 Cent zeige ich ein Bild von Curtis Begrünen Sie Deutsch Alhamdulillah Oximbilal Sag mal wenn man isst Bevor man isst Duisburg wo 50 verschiedene Nationitäten sind 50 Junge Alter Ich bin mit Polen aufgewachsen Aufgewachsen Mit Russen Araber Mit allem Alter Mit allem Junge Sinti und Roma Krass Das ist zum Beispiel Sinti Sprache Ich will jetzt nicht übersetzen Was das heißt Aber vielleicht hat das einer verstanden Vielleicht haben wir ja einen Sinti hier So was sagt man nicht Curtis Ja Will ich haben alle ein Herz Alter Und das ist doch das tolle Der respektvolle Umgang miteinander Schafft viele Positives Ja Ich finde Das ist super Es gibt nichts besseres im Leben Alter Ich bin nur so froh Dass ich hier aufgewachsen bin Und auch so aufgewachsen bin Als Moonday mich damals besucht hat Ja Wie wir uns getroffen haben Zum Essen Habe ich den mitgenommen In ein Ein türkisches Restaurant Ein Etablissement Und der hat komplett aus der Wäsche geguckt Wie ich da empfangen wurde Oder beziehungsweise Wie als Gäste da empfangen wurden Ich glaube der hat in seinem Leben Noch nie so was herzliches gesehen Und da merkt man halt immer so Es ist super schön Und sind wir mal ehrlich Es gibt Gelegalwurgeleute Die zu dir an der Wand geschockelt haben Natürlich Wann Das gibt's überall Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr Temperament Die anderen ein bisschen weniger Das ist wie in so einem MMORPG Alter Nur dass du nicht selber die Stats verteilen kannst Sondern die Stats werden dir gegeben Durch dein Umfeld Durch deine Familie und so Durch die Werte Mit denen du aufgewachsen bist Durch alles Sehr menschlich Und da geht man auch wieder gerne hin Na klar All davon abgesehen Dass ich dem Typen Denen das Ding gehört hab Dope verkauft hab So Aber Das wäre auch ohne Ohne passiert So Absolut mensch Absolut herzlich Alter Komplett Wir gehen übrigens jetzt in die Pommes Gleich Hallo Zugucker Und Tim Vielen lieben Dank Für die 5 Gifte Zapps Und Audi Fahrer Dankeschön Für den Gifte Zapp Und Katja Wie kein Platzpinsel Ich guck Moment Wofür Ich kenn das selber Von meinen alten Freunden Wie das war Bei Onkel Is Restaurant Istanbul Immer toll Egal Egal Nightlight Auch bei nem Grieche Und so Mein Schwager Und meine ältere Schwester Hat ein griechisches Restaurant Weil mein Schwager Griechisch Egal wo du da Aufgetaucht bist Alter Junge Die sind alle Jeder Mensch ist herzlich Wenn du denen auch Herzlich entgegenkommst Selbst die schlimmsten Leute Alter Falls ihr das nicht wisst Ich weiß es nicht Selbst die Für euch in euren Augen Die schlimmsten Leute Irgendwelche Verbrecher Irgendwelche Hells Angels Oder sonst irgendwas Ich weiß ja nicht Was für euch schlimm ist Oder so Oder wo ihr sagt Okay das sind Irgendwelche Gangster Die machen kriminelles Zeug Egal wer Alter Egal wer Egal wenn ihr Egal Alles Herzliche Menschen Alles Ich war in Griechenland Auf einer Taufe Das war einfach Anders Welt Und hallo Lemi Ich habe nur Fünf Sots Jeder hat nur Fünf Sots Glaube ich Aber ich kann mich Immer schwer ausdrücken Bei solchen Themen Weil ich bin PC Alter Dieses Political Correctness Ding Du hast bei der Twitch TV Du hast 7 TV Achso Am Pinsel ist das Man kann nie Hinter die echten Fassaden des Lebens Ein Match blicken Vor allem nicht Hinter den Entscheidungen Vor allem dann Gar nix Jetzt wird es so Dieb Nö Aber ich mag Dieb Talks Du hast kein Geld Gefährt Schnauze Du hast noch nicht Einmal in deinem Leben Hier selber reingesappt Immer geschenkt bekommen Dieb Talk Direkt 80 Zuschauer Weniger Ja Das ist aber Oh egal Toll Ne ich glaube nur Dass die Anzeige Ab und zu mal Hängt Unicorn Manchmal gehen da So 50 weg Und die kommen Dann wieder Für mich ist jeder Gleich willkommen Solange er freundlich Zumindest Ja Hallo Platte Sieht kein Sinn Und selbst Und immer gut Fernhalten Von Twitter Und den ganzen Quatsch Das ist doch Erzieher Zieh Pinsel Das war ja Und Spaß Vergleiche Pinsel Nicht mit Sein IP Character Dankeschön Dankeschön Loco Loco viel schneller Als Oma Gar nicht Machen Und diese Dann kopf Gut Eben Ab in Ne Pommes Solo Kuschel Decke Ey Evoke Helf Guten Wow Warte Wir müssen Nur eine andere Playlist Raussuchen Boah Was nehmen wir Wir nehmen Einfach Die Hier Ne Nehmen wir Nicht Drill Kommt Immer gut Beim Autofahren Zwischendurch Mal Guck mal Wer hat das Gebastelt Die Oma Oder Loco Stimmt Das Bei euch Auch So Bei mir Nicht Aber Bei Mila Hab ich Vorhin Mitbekommen Der hat sogar Gehagelt In Duisburg Gibt es nur Ein Wetter Grau und Trist Der Loco Hat das Gebastelt Und Hagel Oh Deutlich Flüssiger Als vorher Weiß gar nicht Warum ich mich In mein Wienet Einlogge Alter Vito Gibt es doch Gar nicht Mehr Tire Nutz Hat Auf Okay Absoluter Schnapper Ein D-Class Video ZX Folgetür Für Sagen Hälfte Blablabla 1. Februar 20 Uhr Ah Yellowjack Wieder Fight Night Wann Halbe Stunde Cool Cavalcade Auch Dickes Auto Von Kinsey Ich Habe Gestern Vergessen Mal Die Nummer Klar Zumachen Von den Tunern Boah Wer erinnert sich an die Karre noch Was ist mit Vito Der ist gestorben Sein Charakter ist tot Der ist jetzt beim Lost MC mit 9 Er kennt die Karre noch Chat Slam Van Custom Alter Damals bei Bennys bin ich den gefahren schon wieder einer der aussieht wie ich Junge Und die kommen Der Charakter kommt mir auch bekannt vor Aber Boah Junge Da kriege ich ja ganz ganz alte Vibes Ist das ein Comeback Junge Aber 1 zu 1 Wie Amali Die lanscht seine Frau damals Aber komplett 1 zu 1 So wir gehen auf jeden Fall gleich bei Müller den Dings verkaufen Den Komet Weil ich brauche Geld Bin doch um überlegen Den Shopper zu verkaufen Aber das werde ich wahrscheinlich nicht tun Aktienmarkt Inc Ja Börse gibt es ja schon Boah die Börse gibt es alter Ne T-Nex Das Es gibt in der GTA Szene immer so spezielle Vater Mutter Kombinationen Die viele sehr viele nutzen Weil du dann halt die meisten Masken und so anziehen kannst Deshalb sehen voll viele Charakter gleich aus Hallo Ernie Der Weihnachtsbaum bleibt bis zum nächsten Weihnachten auf jeden Fall da stehen Den werde ich nicht weg machen Müller Motors Müller im Apparat Ja hallo Herr Müller Hier ist Curtis Sind Sie im Arbeiten? Hi Curtis Ja Also Sie Äh ja Dann komm ich vorbei Okay Ja sehr gerne Okay bis gleich Ciao Küsst mich Scheiße hat aufgelegt Danke Sau Junge der Müller hat immer gute Laune alter Scheiß auf den Porsche Ich geh ihn verticken Ja der ist schon nice aber ich bin den super selten gefahren Ja den Erg 7 haben wir ja schon Den haben wir gestern geholt Ja der ist schon ganz gut 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 Ja, die Alli ist da, oh geil. Hallo Sargent, Sackfalte. Gott, Alter. Ja. 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 Die nehmen doch bestimmt irgendwelche Drogen, oder? Nein. Nein. Ich muss mich leider vom Kometen trallen. Oh. Der ist schade. Der hat maximal 20 Kilometer drauf nur. Der ist ja super neu. Boah, das ist echt doof. Ja. Ich dürfte Ihnen 100.000 geben. Ja, würde ich machen. Dann müssen wir zum Ummeldeamt. Ah, beim Herr Tanaka? Ja, also beim Alten, beim Bahamas Mamas. Ja, das ist doch beim Herr Tanaka, oder? Nee, die sind umgezogen wohl. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, okay. Aber auch nicht wohin. Sollen wir mit einem Auto fahren, oder fahren Sie mit Ihrem eigenen? Nö, fahren wir mit dem. Okay. Und wie haben Sie das letzte Mal mit Dorei gemacht mit dem Fahrzeugpapieren? Da war es schon, also... Wie konnte es jemanden geben? Okay. Was ist denn mit dem Nummernschild, Herr Müller? Das kann ich abmelden. Das wäre cool. Kostet das Geld? Weil ich bin echt bald. Ich habe noch ein paar weiße Nummer-Dinger unten dran. Das mache ich gleich weg dann. Okay. Wo sind die denn hingezogen? Ich glaube, da wo Deine ist, die früher war. Wie, die sind da auch hingezogen? In der Stadt, da beim POG. Ich glaube, die sind jetzt da, wo Gewerbeamt war. Also, die haben getauscht irgendwie. Ich bekomme ja gar nichts mit. Total sinnlos. Ich weiß gar nicht. Man bekommt halt eigentlich... Man bekommt nichts mit, wenn man den ganzen Tag Leuten in den Kopf schießt. Das ist total unangenehm. Wissen Sie? Die müssen nur Autohändler sein, da kriegen sie auch gar nichts mehr mit. Außer jemand erzählt was. Ja, aber da erzählt doch keiner was. Na doch, ich spreche schon manchmal mit den Leuten. Wenn die länger als eine Minute da bleiben wollen oder so. Ja, wenn sie gute Informationen haben, sagen sie Bescheid. Ja, eigentlich nicht so. Ich kaufe ich ihnen ab. Ich weiß leider keine. Ich kriege immer alles nur manchmal so ein bisschen mit. Okay, wir hören, ne? Ja! Was ist jetzt hier drin? Ich glaube, deine Steam müsste jetzt hier sein. Okay. Warum hast du mir erzählt? Ein wunderschönen guten Abend, Miss. Überschreiben möchte ich das. Komet. Dankeschön. Dankeschön. Und ich hole dir dein Geld. Okay. Ich warte dir, damit ich hier einen PIN-Code nicht sehe, okay? Das ist kein Problem. Das funktioniert alles mit Fingerabdruck. Echt jetzt? Ja. Herr Müller, warum lügen Sie mich an? Ich dachte, wir werden Freunde. Bei der schwarzen Masterkarte, da braucht man das alles. Ja, aber die ist nicht von Ihnen. Die ist bestimmt von Ihrem Chef. Ja, schon. Da fährt dann ein extra Feld auf und dann passt es. Kann ich meinen Finger reinstrecken. 100 Millionen haben wir gesagt, ne? Mhm. 100? 1, 2, 3. Die Millionen für dich. Dankeschön. Das kann ich ja direkt einzahlen. Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Hast du ja schon den Immobilienmarkt heute gesehen? Naja, die sind bei Deinesty. Da müssen die anrufen. Ich glaube 1, 2, 3, 1, 2, 3. Achso, ja, wir sind ja hier bei Deinesty, deswegen dachte ich... Das ist ja Deinesty jetzt? Ja. Die haben mit dem Gewerbeamt getauscht. Gewerbeamt sitzt jetzt da, wo die vorher waren. Kein? Ne, ich habe noch keinen gesehen. Besser anrufen. Vielleicht sind die auch unterwegs, die Schwänze. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem. Kann ich dich irgendwo hin mitnehmen? Kannst du mich am Stadtpark oder so absetzen? Ja, kein Problem. Kein. Ein echt schicker Flitzer. Oh, das ist echt schön, das ist ein Auto. Aber ich habe mir jetzt einen Tuning-Karriot gekauft. Beste Carriot, das es gibt. Na, der Sorano ist auch schön. Oh ja. Na, ich finde den viel schicker, also vom Carriot. Jo, Herr. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Auto? Wer das wieder verkauft? Ja, wenn es jemand kauft. Also kann man bei Ihnen auch Autos kaufen? Nee. Aber wenn die Händler Autos bestellen und es dazu vielleicht dabei ist, kann ich es abgeben. Ja, aber wird er dann als Gebrauchtwagen verkauft oder als Neuwerg? Nee, ich mache da neun Kilometer Zähler rein. Sie sind halt so ein Betruger, Herr Müller. Also mir hat mal ein Auto-Gebrauchtwagenverkäufer gesagt, das gehört zum guten... Also... Ja, das ist riesig, wenn man... Das sind ja Betrügereien. Nee, ich bin staatlich. Ich darf das. God, oh God, oh Gott. Und ich gebe es vielleicht Mitch oder so. Mal schauen. Wenn er nicht immer den ganzen Hof voll hat. Dann einen superschönen Abend, dir. Ja, wünsche ich Ihnen auch, Herr Müller. Mach's gut. Und trinke Ola. Jünger, voll die Betrüger, Alter. Kaiser, danke schön für den Prime, aber im elften. Oh, fast ein Jahr. Jo, einen Monat noch, Mann. Und Mero, danke schön für den Prime, 56. Tschüss mich. Nö. Wo ist der Pinselotti, Alter? Wir müssen die Karre kaufen gehen. Junge, Junge, Junge. Junge, erst mal Tacho zurückdrehen. Ja, ja. Anfallen. Die White World. Aua. Ich dachte eigentlich, dass die Karren so als gebraucht waren, weiterverkauft werden, Junge. Die gehen einfach zurück in diese Dings wieder zurück. In diesen Kreis, Alter. In diesen Wirtschaftskreis. Ah, Bennys kannst, glaube ich, auch noch knicken. Die sind eh noch nicht da. Oh, ne, blöd ist das beste Job, ich schwöre. Die haben wir auch noch nicht getunt, noch nix gemacht. Hey, yo, what the dog doing? Hey, what's poppin'? Bist du, Roxy, schon da? Nö. Hitami? Nö. Scheiße, Mann. Aber du bist auch Turner, ne? Wir beide, ja. Wir beide? Mhm. Aber soll ich den Setter jetzt tun oder später? Das muss Ruhe wissen. Ja, bist du ein guter Tool oder bist du schlecht? Ich würde sagen, ich bin der Beste, aber ich glaube, das würde jeder von uns behaupten. Okay. Ja, hast du Bock? Können wir machen. Aber ich kriege Familienrabatten, ne? Ist das so? Ja. Ich weiß das, ja. Okay. Dann stelle ich kurz meinen Fahrrad weg. Ach, du bist... Ey, ich mach das jetzt scheiß drauf. Machen wir mit Pinsel nachher seine Karre noch. Das dauert eh, bis ich die Karre fahren kann, bis heute Abend wahrscheinlich. Boah, ey, boah! Melde ich die Karre an oder lasse ich nur mein Schild weiß? Ich glaube, ich melde die gar nicht erst an. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit mit mir selber? Boah, boah! Boah! The fuck? Hier ist einfach nur eine Collusion, Alter. Nee, da steht kein Abmin. Boah, der wird jetzt so gottlos gemacht, Alter. Da wohin er ist? Äh, einfach Jön. Oh, ich hab so richtig Bock drauf, den zu machen, ne? Fühl ich, fühl ich, fühl ich, ja. Ich hab auch schon eine genaue Vorstellung. Noch besser. Ja, momentan willst du anfangen. Ja, fangen wir mit dem Spoiler an. Oder mach einfach. Nee, genau den, aber mit Primärfarbe, ne? Okay. Kai, nicht den ganz Großen. Ja, dann machen wir vorne weiter. Warte mal. Oder? Das sieht irgendwie komisch aus. Da sind ja auch noch Renni-Streifen drauf. Kannst du mal nochmal durchgehen? Klar. Aber ich glaub, der war das. Hab schon alles im Magazin geguckt. Das glaub ich dir aufs Wort. Oh, ist das ugly, Alter. What the fuck? Also den hier, ja? Nee. Ja, genau der. Der hier. Genau, wenn wir schon hinten sind, können wir Auspuff gucken. Ja, wie bei der Angangkarre, die Roxy schon oder ihr gemacht habt. Blinkster Auspuff. Das ist ein dicke Rohr. Das ist ganz dicke. Genau. Der hier. Der Case Hunt. Mit dem Blue-Gam-Pattern. Kostvoll extra, ne? Ja, oui. Der ist ein Blue-Gam. Na und? Ja, aber der ist nicht full-blue. Genau. Was haben wir? Der hintere Stoßstange haben wir noch? Ich glaube direkt der erste. Und der hier? Ja, aber das zeigen wir mal mit dem Projektor. Das war's? Ja. Ja, die. Wie hier. Yes, sir. Okay, okay, okay. Dann haben wir die Seite. Hm, zurück. Ja, das. Dann haben wir nochmal Seite. Hm, das ganz kleine davon. Ist hier? Ja, genau. Nur mit Primärfarbe. Okay. Genau, dann vorne. Das Tuner-Ding. Ja, das. Das hier. Ja. Und dann nochmal vorne. Das. Das hier? Ja. Okay. Dann über Röcke helfe ich. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Dann unten, am Kühlergerät. Hm, diesen ganz schlechten. Diesen Tuner. Ja, genau der. Der, ja. Ja. Motorhaube. Ja, durchsichtig. Perfekt. Auf jeden Fall. Dann lassen wir das so, ne? Kannst du den Luftfilter noch ändern? Weißt du das? Können wir gucken. Das wär cool, wenn wir die Schläuche im Blau bekommen. Na, das Lenkrad. Das soll mal ausmachen. The fuck, Junge. Die, man, mit der komischen Mucke. Schrecklich. Ja, ne. Ich glaub, können wir aktuell noch nicht. Okay. Warum hören sie dann so laut Musik? Ey. Für den Flex, ne? Ja, oui. War nicht gut? Ne. Echt nicht? Ne. Oh, Mann. Ach, da haben wir diese Kritiker, ne? So, was hast du noch? Also, bleiben wir bei der Motorhau? Ja, ja. Ja, die ist mega. Dann auf dem Dach noch. Ja, da kannst du das Tuning-Ding drauf machen. Auch in Primärfarbe. Okay. Jetzt so. Dann Liverys. Oh, das mit der Rakete. Das hab ich extra anfärtigen lassen. Ja, was? Ich hab den importiert. Genau das. Ja, ja, ja. Ich hab schon gehört. Ich hab den importiert. Ja, ja. Ich hab schon gehört. Das ist meine Karre. Ja, ja. Hab ich schon gehört. Guck euch die Rakete an. Die sieht aus wie meine Hose. Auch vorne mit den Noppen. Ich würd mal zum Arzt gehen. Du sag mal, Itami oder so hier am Stüssel? Nee. Ach, Scheiße. Nur Eis, Eis, Baby. Ja, okay. Nee, dann fahr ich wieder los. Übrigens, ne? Schöne Kette Eis, ne? Danke, gleichfalls, gleichfalls. Läuft, ne? Der die importiert hat, ne? Guter Mann, ne? Guter Mann. Ja, aber der ist auf jeden Fall auch gut. Schön. Dann Farbe. Lenkrad nur. Und du kannst auch das Cockpit ändern. Hab ich gerade auch gesehen. Ich brauch Nospolen und so. Weißt du? Genau. Ja, Mann. Jetzt reden wir Eis. Warten nicht das. Da gibt's noch einen mit Tacho, glaube ich. Hab der. Das kannst du bestimmt einbauen. Nee? Äh, ich glaub, Tacho ist tatsächlich. Ja, dann nehmen wir das mit dem Nospolen, ne? Ja, Mann. Ich brauch Nospolen. So? Yes, sir. Läng grad noch? Da brauch ich ja Knöpfe dann für die Nospolen, ne? Ja, ist richtig. Ja, das. Das. Nee, das andere. Genau. Boah. Einfach super Nintendo Controller. Habt ihr noch Liverys für die Scheiben? Äh, zum Dunkler machen? Nee. Dass da so Tuning-Sachen drauf sind. So, haben wir irgendwo. Ja. Ja, hier. Nee, nicht das. Nicht das. Das. Aber das gibt's doch auch im Weiß, oder? Oder ist das nur wegen der Halle? Das ist ne gute Frage. Das ist so. Aber egal, sieht auch gut aus. Und zwar... Das. Das hier? Genau. Und Tönten auch. Hast du mir Sticker drauf? Ja, das. Das hier? Ja, das kann man auch nehmen. Ja, oder das hier? Yes. Okay. Xenon-Scheinwerfer? Auf jeden Fall. Okay. Scheiben dunkler machen noch? Ganz leicht, ganz leicht, aber nur. Oh? Ja, das ist ganz leicht. Müsste das hier sein. Dann nehmen wir das auch noch. Okay, okay, okay. Unterbodenfarbe? Weiß ich noch nicht welche, aber machen wir auch. Also welche Farbe? Entweder blau oder grün? Weil die Karre wird blau. Okay, Leistung auch rein. Ja, alles komplett rein. Bramsen, alles. Okay, dann sag mal. Blau mit dem Pearl? Oder so direkt blau? Wir nehmen das ganz normale blau und dann suchen wir noch ein blaues Pearl, damit das so ein Candylock bekommt. Und jetzt guck mal, wie die Karre aussieht im Blau, Bro. Rot sieht auch sexy aus. Das hier? Oh Gott. Die Fallen passen zwar nur nicht, aber... Kaum noch. Oh Gott. Sekundärfarbe auch in dem Blau? Ja, ja, klar. Bing den Dings. Spiegeln. Yes. Und dann irgendein... Ah, dieses... Du hattest es gerade, glaube ich, dieses Eisblau. Nee, nee, das war noch nicht. Das. Ja. Das hier? Oh Gott. Guck dir die... Guck dir die Koller an, Eismann. Das ist schon wild. Das sieht aus wie so... Oh Gott. Das ist schon wild. Ich würde, glaube ich, grünen Unterbund machen. Ich würde auch grüne Unterbundbeleuchtung machen. Habt ihr nicht so Putzlappen hier, womit ihr die Karre nicht mehr sauber machen könnt? Nee. Das lag schon vor Wochen bei Tanaka, dass wir hier so eine Waschanlage kriegen. Das wäre eine coole Idee. So, und dann Felgen noch. Könnt ihr die Dings auch machen? Habt ihr eine andere? Diese... Wie heißt das hier? Steals-Dinger? Über den Motor, die... Verstärkung? Nee, auch nicht. Okay. Felgen, yo. Sportfelgen. In Chrom. Boah, sag mir bitte, dass... Oh, zum Glück. Und zwar... Oh. Ich glaube die, oder? Ja. Jo, die sehen noch fesche aus. Ja. Jo. Jo, nehmen wir deine Idee. Perfekt. Perfekt. Genau. Dann sind wir da. Ich weiß nicht, ob die Tiefbettfelgen haben. Was sagst du? Sieht schon wild aus, ja. Boah. Was schon? Boah, das Grün und das Grün und das Blau ist halt so wild zusammen. Ja, das sieht so gut aus. Aber in Rot sieht der auch gut aus. Wir hatten gestern den zweiten gekauft. Roxy hat zwei Stück bestellt. Äh, ich. Kennen sie. Du? Ja. Dann mach den genauso nur in Rot, Alter. Okay, ja, 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 ja. Ich mein, wir sehen eh schon gleich aus, dann können wir auch die gleiche Karre fahren. Okay, dir. Sollen wir doch nochmal durch die Feigen gucken? Können wir, wenn du willst. Kannst du dir Tiefbettfelgen? Ich glaube nicht, ne? Ein paar haben wir, ja. Mit dem Chrom? Mit dem Chrom nicht, ne. Hm. Ja, sowas haben wir halt. Boah, ich weiß nicht. Aber das sind die einzigen, die wir so in Chrom haben. Ne, dann wieder die anderen. Oh, das wird teuer. Ich hab grad extra den Komet verkauft. Wird's jetzt erstmal geschockt werden ohne Rabatt? Ja, sag mal ohne. Wird mal 24.200. Oder die Kamera sieht so gut aus, ne? Leider gehen da die Lichter, kann man nur nicht tunen. Und hinten kann man nur ein bisschen was nicht tunen. Aber das hab ich schon weitergegeben an Joe. Der gibt das auch mal weiter ein Bit. Vielleicht wird das noch kommen. Okay, und mit Rabatt? Ich bekomme eh Umsatzbeteiligung. Ist das so? Das werd ich nachher auch sagen, damit Banks und mit Roxy. Das war meine Idee. Finde ich fair, sag ich ehrlich. Ja, sag ich auch. Ich schweine. Und Pinsel kauft sich nachher ein Penumbra. Schön, schön, schön. Die können wir dann auch tunen. Mhm. Also regulär ist halt die Vereinbarung mit Bobby, dass wir 20% geben. Was denn auf Tuning? Ja, ja. Ja, das ist doch euch überlassen. Ja. Weißt du, wie oft Roxy schon für mich getunt hat umsonst? Warte, lass nicht drüber reden, ja. Bitte lass. Ich kann das nicht mehr hören. Da gab's wochenlang Drama hier. Wegen irgendwelchen Prozentgeschichten, die nicht mal gestimmt haben. Ja, ich mach dir für zwölf. Ja. Mal Hälfte. Lass ich mal nicht einscheißen. So. So. Perfekt. Oh, das dauert jetzt bestimmt, bis die fertig ist, ne? Ja, drei bis vier Stündchen schon. Oh, ich würde am liebsten damit losrocken. Verstehe ich, aber willst du auch nicht? Aber ist ja nur ein Konzept gerade. Eben. Man muss sich lackieren und dann anbauen. und dann Leistung. Also drei bis vier Stündchen wird's schon dauern. Brauchst du ein Schlüssel oder soll ich den draußen hin? Stell den draußen einfach hin. Du holst den später in die Halle? Ja, ja. Okay. Dann pack ich den kurz draußen. Super. Nein, Mann, die Felgen sind dick, Junge. Soundcheck. Puh. Bro, die Karre. Ah, warte mal. Ich habe Angst, wir haben, glaube ich, was vergessen. Was haben wir vergessen? Kannst du die Lichter hinten nicht erinnern? Andere? Äh, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Ist dir sicher? Ich glaube, ich habe doch andere. Ah ja, total. Ja, siehst du? Dann nehmen wir... Boah. Ja, die langgezogenen. Ja. Ist klar. Dann lass ich kurz nochmal... Ach nee, du schreibst erst ja nur auf, ne? Ja, ja. Okay. An der Karre könnte man jetzt hinten unter dem Spoiler noch eine kleine Lippe machen. Das sieht voll fresh aus. Und die Augen vorne so böse, so sleepy-like. Keine Ahnung, wie man das sonst nennt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die Karre sieht dann halt so müde aus. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Was heißt denn mein Geschmack, Oma? Das sieht... Ey, ihr könnt mir nicht sagen, dass die Karre nicht gut aussieht. Selbst die Felgen noch, das passt richtig gut mit den Felgen. Schwarze Felgen sind richtig Müll da drauf. Hattest du übrigens, glaube ich, der RX-7 aus dem ersten Teil, ne? Von Vin Diesel, den in Rot, oder nicht? Ist der das nicht? Der sieht richtig gut aus. Der ist halt nur grad dreckig. Oh. Echt aus, du bist am Anfang von der L gefahren bei Bennys. Das ist der Italy GTB, den ich gefahren bin. Fullchrom, Alter. Muss nur Danke sagen beim Eis. Kennzeichenhalter kann ich selber schwarz machen. Ich hab eine Mod drauf. Die ich aber noch verändere. Weil ich hasse die Standardkennzeichen von GTA. Doch, der sieht schon gut aus. Also, ich bin altmodisch. Das Blau kommt gut, aber das Grün darauf passt auch nicht. Doch, volle Möhre, Junge. Aber volle Lottikarotti, Alter. Tiefer geht nicht mehr, ne? Der ist schon am Anschlag. Der wird wahrscheinlich auch da vorne beim Bremsen durchklippen. Und man kann hier den Motorblock, aber den hätte ich eh in Chrom gelassen. Man kann aber den Luftfilter noch. Ah, der ist blau. Die Schläuche, diese Dings um die Kabel, kannst du nur blau machen. Aber so sieht der auch schon ganz gut aus. Ach, haltet die Klappe hier. Wo ist der Shorty? Shorty? Wo ist mein Autoexperte? Und Veluro, Dankeschön für die We-Star im 58. Monat. Und Dennis, danke für die We-Star im 58. Monat. Vielen lieben Dank. Wo ist Shorty? Ihr habt doch gar keine Ahnung von Autos, Alter. Shorty! Der Porsche war irgendwie geiler, das ist viel zu viel. Das Ding ist es halt, wir wollen in die Tuner-Szene rein und dann braucht man so eine Karre. Shorty ist auf dem Weg. Mal gucken, was Shorten sagt. Shorty, was sagst du zu der Karre, wie die ist? Der Chat flamet mich nämlich schon wieder. Hallo, Safti. Hoch wie Bus? Was heißt das, Junge? Red mit mir Deutsch, Alter. Das ist gut. Ja, tiefer kriegst du den nicht mehr, wenn du das meinst. Natürlich ist die geil, aber mir gefällt der so, wenn er ist. Tabona, Junge. Bruder, die ist durchsichtig. Guck mal. Tiefer kriegt man den leider nicht. Also du könntest es schon machen, aber über Umwege. Okay. Okay. Chat wieder nur am Ärgern. Hast du eine Frage, Junge? Sind sie alle Autoexperten? Juck der Arm, sagen die dir auf einmal, sind alles Ärzte geworden. Mann, ey. Die Karre muss Pinky ab. Sag mal, habt ihr alle einen Schlag am Fall? Wow. Hässlich, Oma. Genau, boah, ist die Dunky Domstreber, heißt das genau. Da fehlt auch nur das Tuning mit den Knöppeln hier vorne an dem Motorhaube. Dass die nicht wegfliegt, weißt du? Ich habe keine Ahnung von Autos, Alter. Komplett krank, Junge. Ja, aber ich habe vergessen, Danke zu sagen. Immer gerne. Ja, kein Ding. Wenn du deine Karre tunst, musst du Bescheid sagen, ne? Ich will wissen, wie du die machst. Ich stelle die gleich daneben und mache die genauso nur in Rot. Meinst du? Ja, safe. Boah, Bruder. Ich bin so verliebt, ne? Ich kann dir auch so lassen, aber bin selber nicht ganz zufrieden. Warte mal, ach, du hast... Oh Gott, was hast du gemacht? Was hast du getan? Was ist mit dir, Alter? Ich bin unzufrieden. Ja, das merkt man, dass du unzufrieden bist. Das sieht man in deinem Tuning. Was ist das, Alter? Hast du den Hass jetzt nicht? Sag ich ehrlich. Was macht deine Hupe, wenn du die drückst? Macht die dein U-Wu? Leider nicht, aber wäre ich voll dafür. Was hast du getan, Alter? Was hast du getan, Alter? Die, what the fuck? Das ist nicht dein Ernst. Doch, doch. Nein, ich glaube mir gleich dein Style, sag ich dir ehrlich. Nur in Rot. Und stille Bennys, wir können dir helfen. Und ihr sagt, meine Karre sieht hässlich aus, Alter. Ihr besitzt die Frechheit, mir zu sagen, dass meine Karre hässlich aussieht. Guckt euch den Müllwagen mal hier an. Junge, der hat ja richtig einen Käfer im Schädel, Alter. Boah, ich bin ein tollen Mensch, das, ey. Bist du am Peace? Verstehe ich jetzt nicht. Oh Gott. Hast du da so ein Waifu-Kästen drin? Lieg im Kofferraum, ja, ja, natürlich. Ich glaube, wenn du die genauso machst, in Rot, sieht richtig geil aus. Ja, mach ich gleich. Ich hoffe, dass keiner mehr die Karre kauft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sehr viele kaufen werden. Ich verstehe nicht, was du meinst. Warte mal, ihr habt doch Tiefbettfelgen. Ja, aber nicht in Kroon, ne? Boah, ich will keine Farben zeigen. Ja, aber sag Bescheid, wenn du die machst. Ich fahre die jetzt daneben. Gucke ab und dann fahre ich die rein und mache die. Ja, ich habe den Blatter wieder hin eingestellt. Okay, okay, immer gerne. Jo, bedanke ich mich. Schönen Tag noch. Bis dann, gleichfalls. Komm mit, du brauchen wir da hinten. Zu meiner Karre? Ja. In Rot sieht die auch richtig gut aus, Alter. So will ich ja auch Auto. Ne, Mila, du wolltest einen Riyata haben. Du wolltest ja unbedingt einen Riyata haben. Aber ich würde fühlen, wenn du auch eine Tuning-Karre fährst, Mila, ehrlich. So eine Prinzessin-Bubble-Gang-Karren. Ich würde das ausmachen. Müsst du mal den Riyata verticken, Mila. Jetzt will ich Eieiei-Auto. Ja, okay. Müsst du aber den Riyata verkaufen. Sag wie das. Ich habe den Porsche auch schon abgegeben. Wir können die Bikes wieder verkaufen und den Riyata. Dann hätten wir genug Kohle. Ja, okay. Wir haben 83.000 noch. Boah, dafür kriegen wir noch so eine Karre hier. Wir kriegen die nämlich zum EK. Das ist sogar geklärt mit Paletti. Da musst du aber so ein Candy-Rot draufhauen dann. Weißt du überhaupt, was das ist, Eis? Das war noch ein pinker Pearl drauf. Der Riyata hat überhaupt nicht länger gehalten. Boah. Das Rot war dick. Ja. Das hier? Auf jeden, Alter. Das ist mattig. Ach so, das ist eine mattes Kacke. Okay, was du besser findest, ne? Ich würde das hier nehmen. Ich glaube, das ist dasselbe, nur nicht, Mann. Ja, die Karre ist halt dreckig, Mann. Das sieht richtig Mist aus. Machst du nix? Ich glaube, ich melde die Karre auch nicht an. Ich auch nicht. Was bekommt man, wenn die Kopfschmerzen anhalten? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Ich wurde noch nie angehalten mit einer nicht angemeldeten Karre. Boah. 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 Jo, das Rot kommt richtig. Nimmst du die gleichen Felgen? Glaube. Boah. Boah, ich würde sogar sagen, ein Rot sieht noch besser aus als ein Blau. Jo, das Rot kommt sogar noch besser, Alter. Puh, puh. Das Grün sieht aber nur so hässlich aus, weil die Karre, weil die Karre dreckig ist. Jo, vielleicht sieht das sogar an den Seiten besser aus, wenn du da mit der Farbe das nimmst. Dann würde ich das, glaube ich, auch machen. Weißt du, mit dem Strich? Ja. Ich glaube, das kommt cool, aber warte mal. Was hast du denn vorne? Das ist ganz schlechte. Aber auch ohne Farbe. Ich würde mit Farbe nehmen. Dann können wir das bei mir auch so machen. Das kriegen wir hin. Alter, da ist nämlich Rot und Grün drin. Guck mal. Das sieht fresh aus. Ja, die Rakete ist richtig wild, Junge. Tschüss. Dann noch hinten. Knallt der Auspuff aus wie der Einzelne? Ich glaube, ja. Ja, Rot kommt schon besser, aber ich bin trotzdem mehr Fan zu Blau. Jetzt nennen uns alle Twins. Ah, doch, Rot kommt schon. Oh Gott. In Rot sieht ja noch mal krass aus. Ui, 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 ui. Ja, Orange sieht wahrscheinlich... Egal, jede Candyfarbe sieht geil aus, was wir damals bei Bennys gemacht haben. Ich weiß noch, wie verrückt die Leute danach waren. Jeder wollte eine Candyfarbe, Alter. Die Lichter hinten hast du noch nicht. Stimmt. Ja, die. Die hier, ne? Ja, ja. Oh. Puh. Dann trage ich bei dir die noch mal um. Ja, hinten seit und vorne, ne? Boah, Bruder. Aber Blau ist auch nice, Junge. So. Ja, das sieht cool aus. Schön. Hattest du Neon verbaut? Ja. Bei dir, bei mir grün, ne? Genau. Ich hab mir auch grün reingemacht. Oh, das wird heute Abend so böse, wenn's dunkel wird und die Karten fertig sind. Ja, ja, das ist richtig. Das wird richtig böse. Das ist richtig. Ich bin ja noch gar nicht ausgefahren. Was fährt der, wenn der fulltuned ist? Bin den tatsächlich auch noch nicht ausgefahren. Müsstest du mal die da hinten fragen? Declan oder Leeroy? Ne, ich frag Ruxi einfach, ob ich die eben fahren darf. Oder hat die keinen mehr? Ja, du, so ein Ausstellungsstück. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Da, ja, frag da auch mal da hinten. Einer von denen müsste auch noch einen Schlüssel haben dafür. Also in Rot kommt der echt wild, Mann. Boah, das sieht so gut aus. Stimmt. Dass die mal da hinten nebeneinander stehen. Ja, wenn die eine nachmacht, ne, dann fäng ich den. Ist so, dann lass den verhauen. Also Rot kommt besser, aber ich find Blau schöner. Blau hat besseren Kontrast zu dem Grün. Finde ich. Nährt dran. Jo, das ist die wildeste Karte, die ich je gefahren bin in meinem Leben. Die ist tatsächlich wild. Wo bleibt Ruxi? Wo ist Pencil? Fragen über Fragen. Oh, die Itami klingelt. Ja, Curtis? Itami, bist du bei Bennys? Nö. Warum nicht? Weil ich gerade noch zu Hause bin. Komm schnell her. Warum? Ice und ich haben was gebastelt. Oh, schade. Ich brauche nur eine Meinung. Okay, bin auf dem Weg. Ich kann bis gleich. Gucken, was Itami sagt. Ich werde so viel Geld in der Wasch und Dings ausgeben. Ja, auch. Soll ich mich jetzt auch wieder umziehen eigentlich, oder? Ja, du musst eine Bennysacke tragen. Ach, warte. Die habe ich heute nichts angezogen. Heute ist der große Tag. Ich bin absolut begeistert von... Oh mein Gott, Junge. Als der Yuri mir die auf Pommes wurde geschmissen hat, die Karre, Alter. Ich glaube, ich bin acht Stunden oder so einfach nur damit rumgefahren. Doch, das Blau kommt richtig gut mit dem Pearl, Alter. Aber wir haben hier irgendwie so einen Shader-Fehler. In den Lampen oder so. Ja, und die Karre ist dreckig. Das sieht Mist aus. Leider haben die nicht alle Custom-Felgen drin. Aber ist verständlich. Haben kaum Server drin, weil da unfassbar viel Arbeit ist. Alles selber zu coden und den Sink und so. Ja, ist echt schwer. Ich finde auch Rot cooler, aber Blau schöner. Mal gucken, was die Mila sich für eine Karre aussucht, Alter. Boah, da würde ich auch Penumbra sagen. Ja, Penumbra war schon wild. Fängen sind perfekt. Welche? Die Fängen, die wir drauf haben... Ich glaube, da kommt ein Intermy. Oh, ich werde die echt nicht anmelden. Oder ich besorge mir so eine Nummernschild. Ja, entweder Custom oder gar nicht. Ja, Custom. Aber ohne LS. Ja, klär mal was. Ich will auch eins. Vielleicht. Aber ich würde OG nehmen. Ach, da hast du die Tami im Cancel, ne? Mhm. Was sagst du, Itami? Also, die Power Team Co-Injured. Das ist nur das Konzept. Wird noch nicht getunt. Also, ihr seid ja die Funny Spaceship Crew, oder wie? Ja, wie. Ja, wie. Warum sieht der gut aus? Oh, ist der nicht meins? Was ist der euch gefallen? Ja, wie ist nicht deins? Oh, ja, ist er halt das Spaceship. Ihr klemmt wohl die Hose, Kollege. Oh, immer wieder. Die kommen doch richtig, Walt. Ja, sorry, dass wir kein Uvo drauf haben und so. Nee, 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 nee. Aber guck mal. Ihr habt ja einen Vorteil. 10,43, die Kopfschmerzen euch immer miteinander verwechseln. Ja, ha? So besser Farben bleiben? Ja, Farben könnt ihr dich auseinanderhalten. Nicht? Ähm, was soll ich sagen? Ähm, die haben, Moment, ich bin dort mit den Drafter gefahren, hellblau, und die haben den Drafter mit einem Penumbra, äh, weiß verwechselt. Gott. Ja, also. Ich find die dick. Auch. Das Rot kommt richtig gut. Und gucken, was Kinsey sagt. Find ich voll scheiß von dir, Tami, dass du uns so runter machst. Oh, ich mach hier jeder runter, das ist so mein Hobby. Lass du ihn einfach verhauen. Wirklich? Warum desst ihr uns, ihr Peiner? Weil Plexiglas-Mutterhaube haltet schon... Das ist einfach zusammentrommeln. Ja, das sieht voll falsch aus, Mann. Das sieht so richtig gut aus. Ich meine, ich keine verstehe, dass du den einzigen Wankelmotor in der Starte zeige möchtest, aber es ist halt Plexiglas-Mutterhaube. Ja, und? Ja, das ist halt... Individuell, ja. Man muss den Motor doch sehen. Während es esse, würde ich sagen, es schmeckte interessant. Also, was auch... Also, Kinsey, was sagst du zu Spaceship, das spezielle... Ja, Delivery sage ich. Ich hab mir auch abgewöhnt, Delivery ist hier was zu sagen in dieser Stelle. Ja, oui, das ist ein Schwanz. Wir wollen sagen, dass wir den Größen haben, Lassander. Mit Knoppen drauf. Ja, ich... Du lachst nicht, Tami. Deine Freundin hat dich verlassen. Also, das interessiert mich doch nicht. Wir haben uns voneinander getrennt. Ja, ja. Ja, ja, natürlich war einseitig. Das war einseitig, die Trotte. Du hast richtig heftig gekraut, Mann. Und ihr disst uns. Ja, zu Rechte. Weißt du, du anders... Weißt du, du, das ist wie wenn du das erste Mal... Nicht die erste Karre, sondern hier... Der haut totale Mambo-Tanz. Da läuft da auch nicht alles gut. Und irgendwann sagt dir jemand, ey, Curtis, pass mal auf. Wie wäre es mit mehr als zwei Minuten? Weißt du, was ich meine? Wir machen das, um dich aufzubauen. Fick dich, Tami. Wir machen das, um dich aufzubauen, Curtis. Nee, du müsst mich nicht aufbauen. Habe einfach das größte Ego und sage, weil wir sagen, es ist scheiße. In echt finden wir richtig geil. Ich sage das doch zu dir selber. Ihr wollt ja bestimmt nur nachbauen, so, ne? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, dann zeig doch mal eure Karren. Meine Penumra steht da. Du meinst das Joker-Mobil? Nein, der gelbe. Ich habe keine Breitbau. Du meinst orange. Ja, was habe ich gesagt? Gelb. Oh, ja, orange. Sieht voll scheiße aus. Sieht aus wie Müllwangen. Ja, kann ich mit Liebe. Ja. Ich meine, hat er doch keine Plexiglas-Mutterhaube, weißt du doch? Nee, aber dafür hast du ein Plexiglas-Dings. Scheiße, du musst mir helfen. Plexiglas. Ja. Felgen, Felgen oder so. Plexiglas-Felgen? Ich bin nicht gut mit Worten. Ich kann mich nur gut glauben. Scheiße. Ich mache eher so zwei von zehn auf dem Recovery-Skala. Mach die Kippe aus. Aber wieso? Ja, wie. Ja, wie. Ihr seid ja nun neidisch. Komplett. Warum hast du keine Breitbau-Karfe? Hast du nur kein Geld? Hi. Und ich weiß noch nicht, was ich mir kaufe. Cringe. Na, Penumbra. Ja, vermutlich. Weil ich eh aktuell nur Penumbra fahre. Oder ZR. Aber meine ZR ist andere Gründe. Ich sage dir so, du wirst eh nicht zufrieden sein und in ein, zwei Tagen eh wieder umblackieren. Warum das denn? Weil das immer so ist mit einem neuen Auto. Man ist ja die ersten ein, zwei Tage nie ganz zufrieden. Ich bin zufrieden. Oh. Oh. Ich meine, ihr... Nein, die Klappe. Ey, wenn du das Chula suchst, du dir bei allen Zustimmen gehst, ist es total ein Arzt. Kriegst du doch hier nicht. Das ist doch eigentlich eine Sache, was ich denke. Ich meine, guck dir die Schuhe an, die du trägst. Einfach Mülltonne. Hallo, die Schuhe passen perfekt zu der Klamotten. Und die Hose, die du trägst. Hast du doch Probleme? Ja, pass auf. Weißt du, nur weil du... Gar keine Ahnung von Mode. Pass auf, ich kann Skinny Jeans halt tragen, weil ich halt, ne... Ja, weil du nix in der Hose hast. Ja, ne, ist überdurchschnitt. Jetzt ist vielleicht nämlich amerikanischer Durchschnitt, ne, aber ist überdurchschnitt. Und deshalb kann ich Skinny Jeans halt tragen. Und nur weil du halt, ne... Du musst mich einfach hier liegen. Weißt du, nur weil du... Ne? Ist überdurchschnitt, sagt er. Hey, ich habe halt nicht gesagt, aus welchem Land du durchschnitt. Hat ich ja nix dafür, dass du dir die Hose nicht passt, weil... Nein, lass mir das. Weißt du, so wie ich neidisch auf deine Design bin nach deiner Aussage, wirst du neidisch, dass du keine Skinny Jeans tragen kannst. Na klar kann ich die tragen. Aber ich will nicht. Ah, so. Hat der immer noch ein Noppen-Gespräch? Was für Noppen? Wir sind gerade bei Penisse, aber es ist noch nicht weit gegangen im Endeffekt. Und kriegen sie halt überdurchschnitt. Mhm, überdurchschnitt. Das hat die Tami gemessen, ne? Ne, ich habe... Jeder hatte ja wohl mal Mars angelegt, oder nicht? Und du das gegoogelt. Hast du nicht das auch gemacht? Ne, ich habe das noch nie gemacht. Wirklich? Das ist eine Lüge. Ne, warum soll ich das tun? Weil das jeder mal gemacht hat. Ne, ich habe das noch nie getan. Will ich? Nein. Pass auf, das hier ist der Parkplatz, auf dem wir keine Lüge erzählen. Was seid ihr denn für kranker Motherfucker? Wer misst denn sein Ding? Wer nicht, ist so die Frage. Ja, ich nicht. Also wäre das nicht, müsstest du kranker Motherfucker. Habe das noch nie gemacht. Aber Gewissheit haben. Ich weiß, was du heute Abend machen wirst, Kurt. Kann mir einen Zollstock leihen? Dann gehst du... Ja, warte, wir können gleich reingehen. Wir können dir eine hole. Okay. Dann gehst du direkt drauf. Dann gehst du direkt auf statista.com und guckst... Du meinst .ls. Nein, genau, .ls natürlich. Ja, spinn doch. Ihr habt komplett im Verstand verloren. Aber wir sind ja Japaner, ist so normal. Wollte ich gerade sagen. Also das kannst du einfach... Wir waren noch nie anders. Was soll das heißen? Sind Japaner verrückt? Pass auf, pass auf. Sie sind ja ein bisschen ein eigenes Volk. Pass auf, ich zeige dir mal unsere beste Kulturgut. Doch, doch, habe ich in meiner Hosentasche. Siehst du, guck mal. Nennt er sich Hentai, ist so Kunst. Und das habe ich sortierte. Guck mal, Seite 1 hast du noch eine Tentakel. Hier hast du noch... Siehst du, eine Tentakel. Und Seite 2 hast du direkt zwei Tentakel. Jetzt wird er ein bisschen abenteuerlicher. Pass auf, jetzt drei Tentakel. Und ich weiß, auf Seite 3, die eine sieht da aus wie Juna dahinter. Das ist auch Zufall, dass er der Name da dran steht. Der Tentakel sieht aus wie Jonathan Laser. Gebe ich mal auf Seite... Jetzt kommen vier Tentakel. Die Frage ist, sollen wir direkt zu 9... Was macht er mit der Frau? Ja, also es geht bis Seite 9 in dieser Heft hier. Ich wollte gerade sagen. Geht ihr noch richtig nur rund. Also ich weiß halt nicht... Das ist aber auch so stereotypisch, was ihr hier macht, ne? Nein, das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst. Guck mal, wenn du Europäer bist, sagst du... Oh, ähm... Warum ist denn das verpickt, Held? Gesetze gehört es. Gesetze gehört es. Ne? Okay. Und wir haben halt andere Vorstellungen von Kunst. Ich wollte gerade sagen. Dann Puku, Samurai, Hentai. Siehst du, passt alles in eine Reihe. Warum steht da Ara Ara? Ne, du meinst... Also du musst das doch richtig vorlesen mit der richtigen Betonung. Ja, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Ja, ich kann das nicht. Was zum Zweifel. Ja. Oh Gott. Warum brauchst du mich rufen? Ich bin hier, um zu lernen, okay? Keine Problem. Keine Problem. Ich bin auch in das Land gekommen, um zu lernen. Haben wir etwas gemeinsam? Oh Gott, das war so schlimm. Ich muss mein Ohr waschen. Sei froh, dass du noch nicht andere Sachen gehört hast, wie die vorgelesen werden in die Heft. Zum Beispiel. Oh, ich hab's geht in... Oh, Nisan. Was? Was? Ja. Ich glaube, Curtis ist nicht kaputt. Wird so leider Raucher. Ja, weeps out, man. Ich verstehe das nicht. Was bedeutet das? Was verstehst du da nicht? Was du da gerade gesagt hast? Du musst doch lernen. Ich will das nicht lernen. Ich bleib bei meinem Dragon Ball. Ja gut, das ist okay. Aber da gibt dir keine Tentake. Das ist ja das Problem. Ja, besser als auch, dass es da keinen Tentake gibt. Apropos Tentake. Ich glaube, ich muss mir langsam um das Auto meine Freundin kümmern. Wie, seit wann hast du eine Freundin? Ja, Lutscher. Was, meine Freundin ist ein Lutscher? Nee. Nee. Seine Freundin arbeitet in der Welche alleine wie meine. Äh, wie? Ja, wie, wie. Ist sie Friseurin. Oben, Zenyshow. Ach, das ist ja das Auto von ihrer... Oh. Ein Zenyshow ist der Friseur. Äh, Harmony. Hi. Sie sind ja auch hier in der Stadt. Warte mal, deine Freundin, die haben einen Laser rumgeschakelt, ne? Äh, hi. Und mit Roy. Ja, ist offene Beziehung. Hi ist sie ja. Nicht so, dass ich hier nicht auch mit anderen Männer rumschakelt würde. Naja, aber als sie vor Roy und Laser stand, meinte die, sie wäre mit dir zusammen und sie will mit Roy und so nichts anfangen. Eigentlich wusste Roy und Laser das beide. Also ich habe sogar mit beiden gesprochen. Nein, der Roy dachte, sie wären fest zusammen. Gut, dann hat dir der aber nicht jetzt zugehört. Apropos, ich muss mal kurz, wo ist denn der Medic hier? Welcher Medic war er das? Ich bin Mainziner. Ja, nee, der andere. Welcher? Äh, daher ist der Eli. Der Seed. Der Dr. Chicken. Ich habe den als Eli eingespeichert. Ja, das ist der Chicken. Ist das eine ein bisschen schüchtern? Kann er das? Nee, das ist der Chef. Echt? Ich habe ihm gesch... Och Gott, ich kann mich nicht schon wieder an ein Schiff. Nicht schon. Wie, was machst du mit meinem Chef? Habe ihm nette SMS geschrieben. Machst du mit dem Uwu? Oh, ich glaube nicht. Ich würde gerne mit... Mit der Hara, Hara? Ich habe gesehen, wie er esquartet und glaube mir. Wie, der was? Er esquartet. Oh Gott, ich habe etwas ganz anderes verstanden. Oh Gott, Bro, bitte. Kommt du doch. Absolut. Oh Gott, halt das Maul. Eis, wie scha... Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ich muss weg von dir. Ich habe Angst vor dir. Geh weg. Keine Sorge, du bist absolut nicht mein Typ. Oh Gott. Eis, wie schaffst du das, Alter? Oh Gott. Ihr sind ja 90% vom Tag nicht hier. Ich habe ganz kranke Bilder im Kopf gerade. Du meinst in deinem schwarzen Foto, Alter, mit der Silber mit Knopf? Ich schaff das alles nicht. Warum wird denn das gemalt? Das sieht ja fresh aus. Ist das nicht wild? Das sieht ein bisschen so aus. Das ist doch wild. Ach du scheiße Love Fist. Warte mal, sind die das nicht von oben, vom All Day? Das ist doch diese Falter Dings hier. Der Van gehört aber einem von uns. Und die Jesus. Das Jesus. Und ein anderer. Irgendwie verfolgt er uns das Thema, wirklich. Muss weg. Ist Wade jetzt berühmt? Ach so, jetzt muss ich dir, heute ich dem noch SMS schreibe. Warum müsst ihr das schüchtern? Ich frange. Was ist das? Kürzeln! Wade, bist du berühmt geworden? Warum bin ich berühmt geworden? Na, hier bei Bennys stehen in den Truck, da bist du drauf gemalt. Wo bin ich drauf gemalt? Na, hier auf so einem Truck. Da bist du. Und der Jesus. Das ist so eine Band. Wie, wird's denn auf dem Truck drauf gemalt? Ja. Ach komm, ich krieg mal runtergefahren. Du hast einen Schottenrock an. Wie, ich hab einen Schottenrock an? Auf dem Bild, auf dem Truck. Moment, hat er was drunter? Was, das ist weg, ich komme gleich runtergefahren. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich weiß gar nicht das weit berühmte. Und seit weinem spielte er Schlagzeug? Keine Ahnung. Scheine diese versteckte Talente zu sein, sage ich dir. Und wo ist Senpai Pinsel? Das ist mein Hokage. Oh, klingelt. Hokage Pinsel! Ja. Warum stöhnst du? Was ist denn heute mit euch los? Warum stöhnst du? Nix, ich hab gar kein Video geguckt. Was für ein Video hast du geguckt? Den mit Tentakeln? Was kennen sie mir gerade gezeigt hat? Moment, was? Wo sie zusammen im Hode. Ah, natürlich. In der Horde rennen. In der Horde rennen? Ja, da wo man die hört. Mit den Rommeln. Ach so. Spürst du den Boden beben? Ja. Siehst du den Rauch am Horizont? Das mein' ich so. Anzöne die Drammeln hören. Ich hab kein Alkohol mehr hören. Tausende müssen sein. Ja. Das kenn ich. Hab ich mir kurz mal auf dem Paladin Level 17 eingeschrieben. Kommst du nach Bannis? Wo soll ich die Karte kaufen? Ja, ich hatte. Ich komm sofort. Okay, ich bin mit Kinsey und Eis. Und Kinsey zeigt uns in der Zeitschrift so Tentakeln-Uvo-Zeugs. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Das ist krank. Die Gedanken nehmen ich weg. Welche? Die du mir in meinen Kopf gesetzt hast, du Schwanz. Ja, da musst du dir einfach aus der schwarze Fotoalber mit der Silber der Knopf rausnehmen. Ne, will ich gar nicht. Ich will nicht mal wissen, was du auf deinem PC hast. Kranke Sau. Na, dein Computer. Ja, du, ist kein Problem. Kannst du doch Juno-Frage? Die guckt dir da ab und zu auch rein. Wo ist deine Frau? Links hinter der Baum, glaube ich. Nein, ich frage die nicht. Ich will da nichts von wissen. Ja, die ist ja nicht Japanerin. Die ist ja Koreanerin. Und die lernte auch wie du nie aus, weißt du? Was ist der Unterschied zwischen Japan und Koreaner? Das ist halt ein anderes Land. Ist das so wie Europäer und Osteuropäer? Sage ihr das nicht, dass ich das habe gesagt. Aber es ist eine ein bisschen wie Deutschland und Bayern. Die eine sind halt die coole Japaner und die anderen sind halt die Bayern. Also ist deine Frau aus Bayern? Mehr oder minder. Nur sagt ihr sie seltener, grüße die bitte der Andere. Weißt du, ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder in dieser Stadt am Kicken ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das ist doch ganz normale Dialog. Egal, wo du hingehst, du triffst nie normale Leute. Wie ist das eigentlich? Habt ihr schon eine Runde für O7? Doch, doch, warte. Nehmt ihr den Fußballplatz am Mirror Park einfach? Ja, vielleicht. Wenn du dir normale Leute suchst, dann kannst du einfach nach Vapid Cars gehen. Was soll ich denn da? Ja, da findest du jemanden ganz normales. Achso, du meinst die Leute, die an dem Kreis stehen nichts sagen? Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Ne, ne, die Leute, die du so vor 15 Jahren getroffen hast, als du deine Ruhesteine zum ersten Mal in der Welt von O7 abgelegt hast. Weißt du, was ich meine? Mein was? Mein Ruhestein? Was für ein Ruhestein? Kennt ihr vom Bank her euch nicht aus mit irgendwelchen Steinen? Ja, aber was soll ein Ruhestein sein? Das ist ja der Stein, damit du zurück nach der Goldsteuer kommst. Oh Gott. Ich weiß, mir fällt nichts mehr ein, was ich dazu sagen soll. Wenn dem nichts mehr einfällt, ne? Wirklich. Ernst, du hast ihn gebrochen. Das ist ja ein richtiges Gewitter. Oh, großartig. Das, Wade. Ne, das ist der Lust im See. Dem Lust im See gehört doch das Ding hier. Hast du das? Ja, ja, und das Ding, was da seit drei Tagen steht, auch. Nein, die sollen das nicht wegfahren, jetzt der Wade kommt. Das Rot-Schwarze, ganz kreativ, meinst du? Ah, frag nicht. Ne, ich frage auch nicht. Schreibt einer von der Lost mir, dass unsere Slam, wenn wir verkaufen, hässlich aussieht. Warum schreibt ihr denn das? Alles, bei dem eine Schwarze-Rot ist. Weiß ich nicht. Wird nicht schöner, die Super nicht leer. Na, Puppe, öfter hier, oder was? Ach, du Arnzes, ich muss weg. Kenzie, der will was von dir. Ach, warte. Äh, Ken... Stimmt, dass das dein Freund sagt? Nee, was geht. Stimmt, dass das, was der Kenzie sagt? Was sagt ihr denn? Na, der sagt, der ist Japaner und du bist was? Ich bin Koreanerin. Irgendwas mit Bayern. Genau, und er sagt, das ist wie Deutschland und Bayern. Du kommst aus Bayern quasi, du bist so uncool. Nee, das stimmt nicht. Das hat er gesagt gerade. Kein Interesse, so nötig, das hab ich ja nicht. Korea ist stärker als Japan. Korea ist stärker als Japaner. Ich glaub auch, dass Yuna stärker als Kenzie ist, aber... In welcher Welt ist Korea stärker als Japan? Hat deine Frau gesagt. Ja, wir haben scheiße Krieg mit China angefangen. Da sollen sich die Koreaner mal durchschneiden von Abschneiden. Ja. Siehst du, wir sind ein kleines Land und Größe wahnsinnig. Was denn, du hast mit Yuna Tan Laser geflirtet am Telefon? Ja, hab ich gerade. Und dann hat meine Chefin gesagt, Yuna, du darfst nicht einfach so Frisuren machen, du musst eingestempelt sein und im Laden stehen. Und das denn? Ja, das ist eine gute Frage, Kat. Was ist, wenn du jemanden, eine Frau triffst, die sich nur die Haare kurz hochstecken will? Nein. Kannst du dich einfach bei der Lade kündigen und ich fahre dich direkt zu der anderen Lade? Ja, ich wollte jetzt, ich hab jetzt... Mach doch deinen eigenen Laden auf. Erklär das aber Tanaka. Ja, wie. Erklär das mal Tanaka. Ich glaube, das kommt mit, der hilft ja beim Klären. Ja, also für heute muss ich jetzt zum Laden fahren, dann muss ich mich einstempeln, dann darf ich kurz zu Johnny fahren und ihm die Haare machen und dann muss ich mich wieder ausstempeln. Können wir da bitte einfach... Hast du den Yuna Tan Laser? Hm? Den Yuna Tan? Ja, ja, den Yuna Tan. Dann machst du eben wieder die Fuck-Grill-Boy-Frisur. Wenn du mich lässt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich hab gesehen, wie er aussieht, also mach ich ihm auf jeden Fall was Schönes. Ähm... Ja, ich hab kein Auto hier kennenzulernen. Magst du mich kurz zum Friseur fahren, damit ich mich einstempeln kann? Und die wird gerne, damit du dich später wieder ausstempeln kannst. Hey, Johnny freut sich auch bestimmt, dich kennenzulernen. Ich rauf den Nächsten an. Äh, apropos, äh... Machen wir gleich heute an. Für wen arbeitest du, wie gesagt? Für wen arbeitest du denn? Für wen arbeitest du? Ich arbeite für mich. Nur für mich. Ist du auf Don Sandros Seite? Oh, das weiß ich noch nicht. Kuschel, ich hab mitbekommen, dass wir uns wieder ein bisschen getankt haben. Ja, ich nicht. Ich hab dem Sandro nur für Pets vorgerecht. Da muss ich noch drüber nach... Also, ich muss mich da noch entscheiden. Das kann ich dir noch nicht sagen. Ich muss mir beide Seiten anhören und dann kann man immer gucken, wie... Weißt du, wo war er ist? Der hat sich schon zwei Tage nicht gemeldet. Nee, ich hab ihn gerade versucht anzurufen. Keine Ahnung wo. Und Crispy ist auch verschwunden. Und Kim ist auch verschwunden. Irgendwie sind alle verschwunden. Vielleicht haben die, ähm... Oh, es spricht mit der Sprache raus. Du hast bestimmt da was mit zu tun, oder? Haben sie die getötet? Vielleicht haben die in letzter Zeit... Nein, ich hab sie nicht getötet. Ich glaube sie... Okay, ich weiß nicht, ob sie leben. Aber vielleicht suchen die sich einfach jemanden... Also, vielleicht chillen die kurz ein bisschen jetzt in ihrer Wohnung und spielen Playstation oder so, weißt du? Mhm. Und währenddessen reißt sich Sandro alles unter dem Nagel. Wieso? Ich soll für den ein Lied singen. Das würde der guten... Das kann er vergessen, der scheiß Kerl. Hat er... Was ist denn mit dem Anwesen eigentlich hier? Die 5022, das lieben große Gebäude. Roy ist zurück nach Grapecy, das weiß ich. Da habe ich das ganze Ding eigentlich für mich? Eigentlich gehört das Serial. Eigentlich kannst du es haben. Für 5000 Dollar, okay? Und du bist der, an den ich abrücken muss, oder was? Wir können ja 5050 machen. Ich zahle mir selbst... Was? Ja, du zahlst dir selber 2500. Und mir? Kusch, ich werde dir kein Geld geben. Ich habe nichts mehr. Ich habe eine 12.000 Dollar Strafe vor mir. Ich werde gesucht... Du hast reiche Freundinnen und bestimmt 80 Stück. Okay, du bekommst das Geld. Aber dann ist die Sache gegessen, ja? Dann gehört das komplette Anwesendeal, okay? Gut, ist ein Deal. Ist ein Deal. Ich versuche, das Geld aufzutreiben. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Kennt ihr, warum schlägst du schon wieder unsichtbare Dinge? Wann ist das? Das ist ein Gravitationsfeld. Hier ist die Erdkoste besonders dünn. Weißt du? Oh. Das ist ja bisher so ein Magnet-Ding-Feld. Okay. Du siehst nur eigentlich schon wieder aus. Warum? Was ist denn das für eine Jacke? Arbeitest du jetzt im Pitstop? Ich reich bin. Okay. Guck, ich habe meine Karre fast machen lassen. Das muss noch getunt werden. Und da vorne ist White. Guck mal, der ist auf dem Truck drauf gemalt. Oh. Leute denken sich, das macht er mal mit dem Briefverkehr. Er ist nicht hochgemalt. Irgendwie wollen die Leute nicht mehr mit anderen interagieren. Hallo White, hallo Doc. Was? Siehst du White, guck, die haben dich da drauf gemalt. Aber das sind doch die Love Fists. Die berühmteste Clamrock-Band der Welt. Ja, aber guck doch mal. Die sieht aus wie du. Das sieht tatsächlich aus wie ich. Ja, das stimmt schon. Der hat bestimmt auch keinen Schlippi an. Nee. Nee, ich habe drunter geguckt. Ja, aber dem hängen Schamhaare unten raus. Ja, das ist der Weg zum Glück. Pinsel, das kennst du nicht. Du bist nur zu klein dafür. Warum lachst du jetzt? Warum? Ernst, Pinsel, grüß dich. Warum lass dich rücken? Jetzt wein ich schon wieder. Pinsel, 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 das ist vollkommen okay. Ich habe auch keinen Haar. Oh, du hast eine Kutte an White. Hast du eigentlich deinen Motorradclub gefunden? Das kommt irgendwann. Komm mal hier. Irgendwann. Was willst du essen? Ja, Prospekte. Ja. Oh, der Doc hat ja auch eine. Ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön, danke schön. Komm, White, ich schenke dir was. Mensch, du hast ja auch eine Kutte an. Ja, sowas ähnliches, ne? Der Bennys Kutte. Für die Frisurscheiße. White, komm, ich schenke dir was. Ja, alles klar. Curtis, kannst du dir nachher meine kurze Nummer von mir von Pinsel geben lassen? Dann können wir einmal wegen dem Parkplatz-Kram quatschen am besten. Okay. Komm, drogst du halt nicht auf den Racketenwerfer raus? Keine Ahnung. Ja, machen wir. Hi. Hi. Bitte, Kinsel. Oh, ich hätte wohl auf den Racketenwerfer. Ich habe etwas besseres. Ja, was kriege ich? Du bist ja jetzt ein Rocker, ne? Ja. Und ich habe da was bekommen, aber ich kann da nichts mit anfangen. Was denn? Aber du musst mir versprechen, dass du es niemand anderen gibst und dich niemals klauen lässt, okay? Ich verspreche dir das. Hoch und heilig. Auch nicht von Sandro klauen lassen. Nein. Von niemandem. Nein, lass mir gar nichts klauen. Was denn? Weil ich bin ja in keinem Motorradclub. Ein Taser. Ich kriege endlich einen Taser. Nee, was viel besseres. Okay. So, jetzt pokerst du aber hoch. Ja, bitteschön. Das musst du quasi unter den Jackern ziehen. Was ist denn das? Das ist ein Ring. Ein One-Prozenter-Ring. Ach du. Sowas tragen die Leute im Motorradclub, ja. Du darfst ihn niemals weggeben, okay? Ja, ich muss, ich muss. Aber guck mal, der ist so klein, den suche ich jetzt. Am besten ziehst du das T-Shirt irgendwann mal aus dem Träckseln oder so. Guck mal, hier. Ach du Scheiße. Da, links, rechts. Ja, ja. Weil du weißt ja, was das bedeutet, ne? Mit den Ein-Prozent. Ja, klar. Ich bin in Ein-Prozent schlauer geworden wie letzte Woche. Ja, fast. Mich freuen, dass du nicht glücklich bist. Woher dann? Und nicht mal unterdrückt wirst. Und zu Scheiß angeschlüpftet wirst. So sieht's nämlich aus. Naja, aber wir passen aufeinander auf. Ja, doch. Mach das schon. Naja, klar. Wir kümmern uns um den Rest. Was ist denn der Rest? Was ist denn der Rest? Na, Sandro und so. Ach so. Meinst du? Naja. Kann ich hier. Wo kriegt man denn so eine Karre her? Na, mir bebennig. Sie haben das gemalt. Ja, aber den kann man da nicht so groß machen wie den. Na, den bekommst du bestimmt oben im Norden in Harmonie. In Harmonie? Mit Sicherheit. Das sieht aus wie ein Tourbus. Ach, das ist total klasse. Musst du mal hochkommen. Wir haben nämlich Dienst. Wir treten jeden Sonntag auf. Jen, ja, was ist mit eurem Gottesdienst? Da hat er der Dings letztens was erzählt. Ja, da spielen The Weight. Ja, was ist denn The Weight? Na, unsere Band. The Weight, das ist unsere Band. Ach, ihr habt ne Band? Ja, wir haben schon fünf Songs. Wir wollten eigentlich letztes Mal schon kommen am Sonntag, aber... Ja, wir haben das anders vor. Okay, wir Pinsel und Licht ziehen sowohl da so nach Sennyshaws. Oder Pinsel? Ja, Pinsel ist der OG. Ey, du bist der OG? Pinsel? Pinsel ist OG. Was? Ach, why? Was? Was? Ja, wie? Was? Bist du, ich denkst, bist du ein OG? Ach ja. Ja, irgendwie. Hab ich dir doch schon erzählt. Ja, aber The Weight ist ein bisschen nicht intelligent. Mensch, jetzt ist der Obergefreiter. Das ist ja spitzig. Obergefreiter? Er hat immer, ich dachte, das heißt Obergeschäftsführer. Nein, das heißt Obergeschoss eigentlich. Oh. Hey, Oberge... Der Pinsel ist doch eigentlich so groß. Wenn er nur so vor, da piept er, wenn er vorhin redet, Alter. Okay, warte, ich komm mal hin, mal vorhin Level. Redet ruhig weiter. Ja. Okay, aber was heißt das jetzt Obergeschoss, oder was? OG, man, er ist der Anführer, der O7. Wir haben den Entführungsdings verhindert von Wade. Von Sandro. Oh ja, das hab ich gehört, ja, ja. Aber er ist auch super lieb. Und die wollen jetzt Geschäfte mit uns machen, Wade. Ja, ja. Was für Geschäfte? Na, im Cannabis-Business und so. Und Sandro will, dass ich dem ein Lied singe. Als will er gut machen, weil ich dem verpetzt hab vor Gericht. Wegen dir. Okay. Singst du da ein Lied? Ich weiß nicht, kann das nicht. Na, ist doch scheißegal. Du kannst ja ein Lied singen, wenn du schon einen gebandt hast. Ich kann ein Lied mehr singen. Dann musst du mir, schmeißt du mir den Text rüber. Ja, den Text kannst du schreiben. Und dann schmell dir mal da einen weg. Was ich grad sagen, Mann, das ist kein Problem. Ich kann auch rappen. Zeig mal. Zeig mal. Das ist jetzt. Ich brauch einen Beat eben. Ich hab keinen Beat. Also, warte kurz. Habe ich anderen Beat auf den Ohren grad die ganze Zeit? Da geht das nicht. Also. Muss ich natürlich noch eine coole Gänsterbrote einnehmen. Guck mal hier. Ach, das gibt's ja gar nicht. Wie ich meine Hüfte wackele, du. Links und. Wer ging's denn wirklich nicht weit? Ja, ich mach mich eben gerade warm. Jetzt verrückte ich mal. Ach ja, es gibt 60 neue Tänzer. Ach ja, es gibt 60 neue Tänzer. Was ist los, ihr Schnabbel-Wichsels. Äh. Man soll euch im Rap akzeptieren? Man soll euch im Rap akzeptieren? Dann stellt euch diesen Battle mit mir. Ach. Ja, du ballerst los, was los. Ich baller mir Koks. Und was du ballerst, deine Hand bei einer Masturbation. Ah. Ja, Piep. Ja, Doc. Jungs, verzieht euch zurück. Denn nach meinem Schuss von meinem Hero wirkt ihr ziemlich bedreht. Ahu. Lass mich mal kurz auf eure Texte beziehen. Neben euch wirkt Udo wie ein Technik-Genie. Für eure Wacken-Lines habt ihr euch eine Schöne verdient. Die nächsten Opfer der Los Santos Rap-Epidemie. Oh, du kannst echt voll gut rappen, White. Ja. Also, das war wirklich ziemlich gut. Ahu, absolut im Takt. Ja, wow. Ich bin nämlich ein Takt-Genie. Wie kannst du denn im Takt rappen, wenn kein Beat läuft? Ach so, den hab ich nicht gehört. Das möchtest du mich erinnern an Faschnacht. Kennst du das? Wenn die da immer so hinter dem Pult stehen und so erzählen. Das haben sich ja angered wie Paul durchsame. Nee, ich mein die Typen, die da spitzen Mütze, die da hinten so lesen. Der war aber von ganz unten. Pindel, da hast du gar ein Brack hier mit hochgekommen. Kick den rüber, White. Kick den rüber. Spock den aus und nimm den Wolli. Mensch, da kann man auch einfach mal halt. Oh Gott. Oh, das ist ja so. Oh. Oh, oh, oh. Ich meine, oh. Mega. Oh, oh, oh. Das ist ja. Oh Gott, das ist ja einmalig. Ja, White, sehr gut. Und dir haben sie eine Kulte gegeben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hast du denn schon dein eigenes Bike oder du fährst du eine Rolle? Ich hab einen richtig heißen Ofen. Der hat schon einen richtig langen, dicken Auspuff. Willst du mal mein Bike sehen, White? Ja, zeig mal. Guck, da vorne sprich. Pindel, komm jetzt. Pindel, komm her. Der White blüht richtig auf, Alter. Pindel. Guck mal, Pindel. Ich bin ein kleines Kapuzineräffchen. Die Person hat mich auf klein. Oh, 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 oh. Jetzt begeister dich doch mal dafür, Pindel. Guck mal, ja. Nein. Nein. Ich habe den Pindel noch nie so schüchtern gesehen. Was ist denn los mit dir? Was hast du, Pindel? Was ist denn los? Ist er in der Krise? Was? Gott. Ich habe echt die Moos draus. Was hast du, Pindel? Oh, 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 oh. Was habt ihr mit Wade gemacht? Er war noch nie so aktiv. Guck mal hier. Ja, wir geben ihm halt Perspektiven. Können wir deine Nummer haben? Oh Gott. Wo hast du die Frage, wenn wir fragen nach ihrer Nummer? Nein, hallo, nee, ihn. Warum? Meine Arzt ist doch schon. Guck mal hier. Längst. Längst. Wade. Längst. Wade, hast du heute ganz viel Zucker gegessen? Ja, sie hat eben einen Blatt geraucht. Wie ist da noch mal einer angekommen? Das ist ja jetzt aber. Abhauen. Komm, ich zeige dir meinen Bart. Wie ein Zählbarrücken. Wade. Was willst du sagen? Bist du an der Bar oder bist du am Dings, am Schrauben? Mensch. Vom Schrauben habe ich keine Ahnung. Der Jesus meinte, markieren für das 2.000 Dollar. Hä? Pinsel, lass es raus. Nein. Oh, komm schon. Komm. Nein. Nein. Nein, Pinsel, lass es raus. Komm schon. Komm schon. Oh, ich mach den Mila. Was passiert hier? Ich weiß auch nicht. Wade hat mich angesteckt damit. Ich habe mit Skatman. Bla, Bada, 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 Bada. Bada, 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 Bada. Ich kann das nämlich auch ohne meine Beine zu bewegen. Da siehst du doch, guck hin. Hast du bereit, Schwimmer? Du bist aber am Rudern, du. Hier, guck mal, hier. Ganz einfach. Ich mach den Wade. Das ist der Wade. Gott, Alter. You watch me whip? You watch me later? Bin ich auf Crank, Alter? You watch me? Watch me later? Hab ich Drogen genommen? Also was ist passiert hier? Wade, komm, ich zeig jetzt meinen Bank. Also den hier kann man nicht machen. Das ist nämlich der Pinsel-Original. Ich zeig dir meinen Bank. Nein, das hier ist der Pinsel-Original. Warte, der hier. Nein, das ist der Rancho-Walk. Das ist der Rancho-Walk. Ich hab den von denen gelernt. Das hat Peper gefunden. Das ist der Rancho-Walk. Das ist der Rancho-Walk. Ich hab den. Ich hab den. Den werd ich auch keinen. Moskau. Moskau ist ein großes. Das ist der Rancho-Walk. Das kann ich das Ganze rufen. Hey. Ach und. Ach so. Gucken wir uns jetzt eigentlich den Bike an, oder? Oh Gott. Gucken wir uns jetzt mal einen Bike an oder nicht? Ich bin ein Fisch, guck mal. Und dann muss ich hier nur ein bisschen kneten, meine Knie. Herzlich willkommen im Rollenspieß von GTA 2023. Im Kreis stehen und tanzen. Wieso, du kannst ihn gar nicht. Du musst ihn von mir lernen. Lade, ich hab ihn. Du tanzen mir vor. Okay, guck genau so. Das ist der Mr. Cramp. Guck mal, wie schnell er das adoptiert. Alter, du bist ja fucking Kakashi. Guck dir an den, ja. Ich würde nicht messen, was die eigenen Leute von uns denken. Jetzt ein bisschen tiefer, geh runter. Geh langsam runter. Oh, scheiße. Nein, dann hoch, geh hoch. Ach, geh hoch. Scheiße. Ach so. Also ich wusste ja, dass White nicht der Helmste ist, aber er kann ja nicht mal seinen Armen tanzen. Ja. Okay. Das ist doch. Komm her. Das ist ja schon ein richtiges Dance-Battle. Ja. Ja, sagen Dankeschön. 40 Jahre die Welt. So lange ist das hier mir noch gar nicht. Also mir fällt da... Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ey. Ja. Nö, das ist kein Distanz. Ja. Und der ist für mich da, oder? Du make me own the pole loco. Ja. Hier so. Dann ding the pole loco. Pole loco oder flummi song. Ja, zeig mal deine Karre. Ja, Boah, wait. Ich hab schon für eine Stunde gefragt, ob ihr die sehen wollt. Ja, du lenkst auch immer so ab mit so einem Quatsch. Boah, hast du dir die ganze Zeit Dance-Battle gemacht? Einen Pinsel. Guck mal, der macht immer nur White. Ja! Ja! Guck mal, das ist mein Trooper. Mensch, das ist aber auch eine Rakete. Aber ich hab nur nix machen lassen an dem. Oh, das ist meiner. Den sag ich dir. Das ist aus Seven Dance. Wir müssen dabben. Immer dabben. Dabben. Ja, dab. 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 Ich hab das Gefühl, wir sind einfach nur weitergegangen und jetzt wird wieder getanzt. Ja, okay, wir sollten jetzt aufhören. Ja, wie findet ihr da meinen Shopper? Sag doch mal. Ah, ist ein Nightblade, ha? Ja, hübsch, ne? Mhm. Kann man auch einiges mitmachen. Da hat ja einen riesen Schnappen hinten drauf. Wisst ihr, wie toll das ist, wenn man den lackieren lässt und... 25.000 Dollar. Ja, gut, dass du mir 25.000 Dollar schuldest, Wade. Warum schuld ich dir 25.000 Dollar? Du hast gesagt, wenn ich vor Gericht, wenn der Pinsel nicht vor Gericht für dich aussah, gegen Sandro, gibst du uns Geld. Ja. 25.000. Das ist kein Problem, die zahl ich... Die zahlst du eh nie, du hast nämlich gar kein Geld. Das ist absolut korrekt. Ja. Ich hab auf mein Lens, auf mein Konto, 0 Dollar und 15 Cent. Ja, aber verdienst du nix da oben? Na doch, ein bisschen, ein paar Kulten kommen immer raus. Aber da muss ich mir Fressi kaufen, Gerichtsstrafen wieder zahlen. Du bist doch gar nicht mehr kriminell. Boah, ich hab jetzt schon wieder ne Akte offen, wovon ich nix weiß. Aber die soll mich dann mal erleben, vor Gericht, da geht's nämlich rein. Keine Tanzabtage ist ab sofort a wait. Alter. Boah, und ich hab'n ihm beigebracht. Und direkt klar damit. Weißt du, wie teuer das ist bei Diablo-Customs? Ja. Ist das genauso teuer wie oben bei denen? Nein. 25.000 Dollar? Nö. Angegst du Konkurrenz? Naja, klar. Aber wir können ja nachfragen. Aber warum sei denen so teuer? Wie teuer? Ich weiß nicht, was das kostet. Du hast doch gerade gesagt 25.000 Dollar. Ja, Wade sagt immer 25.000 Dollar. Achso. Weil der Jesus meinte, lackieren kostet 2.000 Dollar. Wir arbeiten beide nicht in der Werkstatt, Mann. Keine Ahnung. Achso. Seid ihr beide an ne Bar nur? Ja. Ja, ja. Ja, Pinsel, du willst halt nur die Karre kaufen, ne? Ich hab mir nämlich auch ein neues Auto gekauft. Was denn für ne Karre? Oh, die steht hinter dir, Wade. Der blaue. Hallo? Quatsch. Raxi, Pinsel will die Karre kaufen. Ja, ich ruf jetzt gleich an, dass wir heute die Spalettis sind. Wir sind schon die ganze Zeit bei Bennys. Wo seid ihr denn? Na, hier mit Wade und so. Wir rennen die ganze Zeit auf Papads um. Ach, sag doch, dass du dahin stehst. Oh ja, Alter. Gott. Und wie findest du die, Wade? Ja, super. Die anderen rot gehören dem Eis. Wir haben quasi die gleich Karre. Ja, ist schon klar. Oh nein, du hast auch den Weg gemacht im Auto. Ja, na, Karl, das ist die Rakete. Ich hab das gemalt. Das ist keine Rakete. Das ist wohl, Wade, ist das ne Rakete, Doc? Nein, das ist keine Rakete. Guck dir das an. Das ist absolut ne Rakete. Das ist eine der schnellsten Raketen, die ich je gesehen hab. Genau. Mensch, ist die Rakete schnell. Da war der Nylon-Armstring. Was soll denn das sonst sein? Der hat halt nur ein paar Stopp entfohlen. Habt ihr alle etwas auf den Augen, das, ähm... Ja, was soll denn das sein, das... Ja, ne Brille. Du bist so sexistisch, ne, Roxy? Nee, gar nicht. Du denkst wieder nur an Schweinekram. Äh, ich müsste in die Rechnung stehen. Dann kann man... Warum an Schweinekram? Das ist doch ne Rakete? Ja, ich sag auch, dass das ne Rakete ist. Was soll denn das aus Sonn sein? Mikrofon vielleicht noch. Ach, ach, mein Herz, was ist passiert? Ich hab dir in Rechnung gestellt, wie das auch so randglängt. Ja, EK, ne? Ja, EK. Ja, 45. Also, jetzt mal, wir machen uns mal weiter. Okay, wait, Doc, viel Spaß noch. Tschüssi, Hocki. Bis Bilde mal. Warum holst du, Pinsel? Ah, nee, warte mal. Doch, ja, ich hab nix gesagt. Alles gut. Mein Fehler. Pinsel? Pinsel? Ja. Hast du bezahlt? Der sagt eher. Mach die Karte, mach die Karte drüber. Ich guck, ich guck auf den Karten. Tach, tach, hier, tach, tach. Nimm sie, nimm sie alle. Warte mal, ihr bekommt den 45.000 EK und verkauft ihn für 200 weiter? Nein. Nur den einen. Du hast schon gehört, was der Taka gestern gesagt hat, ne? Was? So, mit dir und mit Bobby quatschen, wegen Dings. Wegen, ähm, wie heißt das nochmal? Umsatzbeteiligung. Ja, noch haben wir ja, noch haben wir ja keine offiziell verkauft. Hm. Warte mal kurz. Umsatzbeteiligung, Roxy. Wie viele Benumbra? 140.000 schlanken. 160 schlankt ihr da drauf. Ich hab mal noch eine Frage. Gibt es jetzt gleich... Aber auch tatsächlich nur aus dem Schuh. Die anderen kosten 80. Sorry. Kann ich mich ja nicht in diesem Schuh schicken. Ich hab's nur mal die Doden-Stoon. Ich hab's nur mal die Doden-Stoon. Ich hab's nur mal die Doden-Stoon. Nee, der ist Kacke. Nein, der ist gut. Kacke. Wie der ist Kacke. Kacke ist hin. Oh, da kommt der Itami. Hast du jetzt bezahlt, Pinsel? Nein, hat der nicht? Doch, hab ich. Nein, Lüge. Soll ich auf ATM gucken? Ja, geh auf ATM gucken. Ich mach das. Ja, geh. Ich mach das. Geh. Geh hinten schon wieder. Geh, ich mach das. Geh. Roxy meint, das wär keine Rakete. Was? Roxy meint, das ist keine Rakete. Es ist doch eine Rakete. Roxy. Vielleicht eine Schwanz-Rakete, aber es ist eine Rakete. Hast du wirklich bezahlt, Pinsel? Geh, Walda! Wirklich? Boah, ich geh auch so. Hast du Pinsel gekauft? Pinsel, du bist ein Lugner. Ich muss... Oh Gott. Pinsel hat ein Penumran gekauft. Ne, ganz toll. Weißt du, was ich jetzt schon glaube? Ja, für 200.000. Dass bald wieder 40 Penumras hier rumfahren. Alle. Ne, 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 die Karren sind beschränkt. Die sind beschränkt. Ja, gib nur maximal 10 Stück oder so. Ja, ja, und wir entscheiden... Also, ja, wir entscheiden auch, wer die bekommen kann. Der Tag hat selber gesagt gestern, das soll was Besonderes sein. Und keine Massenware. Ist der Breitband-Drafter auch wieder besonders? Ja, der ist auch beschränkt. Da auch ich in die Fresse. Hey, meine Karre, Mann! Jo, guck dir die Boile an! Das bollst du mir wieder aus! Da ist ja voll der Fußabdruck jetzt drauf! Das zahlst du, Oxy! Da hast du mir voll in die Fresse gehauen! Hat der Bobbenschen angetäuscht? Doch, hat der! Ich habe eigentlich... Aua! Ist deshalb deine Hose kaputt? Das war ein fucking fake and punch, Alter! Mein ganzer Molto ist wegen mir kaputt, das pennt sich Milo. Wo ist die eigentlich? Na, die ist zu Hause, die knabbert an den Füßen rum. Ja, der ist hier, aber der... Hab ich einen Tinnitus? Der ist hier umlackiert oder umgetürmt. Oh, der ist hier. Das tut weh im Ohr! Was ist am Ohr? Habt ihr das nicht? Wer hupt denn da rum? Hä, weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Oh, das geht mir um den Sank. Ist einer von euch hier in der Auto am Hupe? Nein, nein, nein. Ich dachte gerade, ich habe Tinnitus. Ja, ich kann mal... Ja, Kensee, gib mal deine Nummer. Hast du einen Spitzname? Kennst du? Wie will das geschrieben? H-E-N-S-E-I K-E-N Der hat mir voll die Fresse geschlagen, Alter. Was wär? Die Nummer Uno? Das ist 6-6. Oh, es nervt, Alter. Warum guckt man hier so? Also, 6-4-V Einfach mal in die Luft stehen. Einfach mal in die Luft stehen. 4-4? 5-0. 5-4-0. Nee, 6er-6er-4-4-5-0. Das ist nach so einer coole Nummer. Das ist eine richtig gute Nummer, sage ich dir. die unter dem bett von mila liegt und ganz komisch ja und die ist aus der wanne gehopst ist eine wanne bei dir ist zu hause knabbert an ihren füßen aber warum ich vermischt die folgen ruf die du an hat dann klingelt einfach mal durch dann kann man einmal unter wenn auch klingelt oder ich wenn er eine zeit heute von uns können sie so mal den enden verkaufen gehen heute verkaufen gehen die mula den energie weil du hast eine zunikere was denn dann hast du wieder ein bisschen geld ja deswegen hat sie meins bekommen warum verkaufen ja wie du kannst nicht alles haben pinsel nein muss bescheid sagen muss nur den müller andere großform das ist leise sind hier die themen besser ja wir kommen mit ja dann muss ich aber das geld um buchen ja dann buch mal um die kapi mal vernünftig aus auf die grundschüler schultüte ich hoffe dass die pilze an die füße bekommt schon haben die schon ja wo hast du das mit kasse kringelt da muss ja wolltest du den energy verkaufen oder den wir haben die andere pinsel oder den drafter ich würde werden drafter verkaufen du wichser warum eigentlich kein drafter fan bin wie viel geld hast du denn noch pinsel 45 ja dann musst du ja gar nichts verkaufen aber was willst du mit drei autos du fährst immer nur ein oder zwei ja aber jetzt zu drei boah ok ich verkaufe nein boah bist du doch sag doch nicht dass du ihn verkaufen sollst du schwingst mich was du schwingst mich das stimmt überhaupt nicht du schwinge nein ich bin ja doch manchmal mir lassen ja wie ja kuschel kuschel k 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 p k k k k k du hast ja richtig was los Nein, wir müssen so viele bei Bennys los, Alter. Wirst du, pass auf, wenn ich mich jetzt Beifahrer hinsetze, steigt der nämlich nicht ein. Oh was, er steigt ein? Boah, Synchronpensel! Okay, okay, ist fertig. Niff, danke für die WeSapp im vierzigsten Monat und Grüße zurück. Und Don Stulle, danke für die WeSapp im achtzehnten. Sneaky, danke für die WeSapp im vierundzwanzigsten. Zwei Jahre und ein Jahr davon in Folge. Mach weiter so auf jeden Fall, Dankeschön. Und Wolfpack, danke für die WeSapp im vierzigsten Monat. Was ist, alte Mann? Kusskuss, danke für den Support. Grüße! Mir geht's super, wie geht's dir, alte Mann? So! Jetzt weiß ich, ob er mir nen Nugulu kauft. Ja, den hab ich mit 60 bekommen. Boah! Das ist aber günstig. Der müsste 260 kosten. Boah, hör auf! Das ist ja viel zu feuer. Ohne müde wirst du? Keine Ahnung, weil du wahrscheinlich eingekuschelt in deinem Ding sich bloß. Ich bin auch voll müde, Alter. Absolut kaputt. Und wir sind schon wieder seit zwei Stunden live und das kam mir vor wie fünf Minuten. Der ist vorne am Parkplatz, ne? Der Paletti direkt, nicht hinten am Schiff. Nicht am Chiff. Nicht am Chiff. Nicht am Chiff. Nicht am Chiff. Hey, jetzt doch am Chiff. Also das sieht mir aber ganz schön nach Chiff aus. Oh, was sind das so krachen? Boah. 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 Oh, die gehen aber weg, ne? Boah. 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 hier kommt über. Sag mal, stoßt du mich denn an, Junge? Ach so, Gottes Willen. Ja, was denn? Hier sieht eine gleich aus. Das ist das scheiß Problem. Ich weiß immer nicht, wer hier vor mir steht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Brennst du denn mit so einer Jacke? Mir ist kalt, Alter. Ja, dann zieht man sich einen ordentlichen Paletti an, aber nicht so ein Schmutz. Ich habe die gleiche Jacke, weil du trägst, nur ein Schwarz. Ja, die trägst du aber nicht, weil sie haben schon meine, so. Nee, die trank ich sogar sehr oft. Ja, aber nicht mehr nicht. Gewaxelt, Junge. Jeder kommt bei mir und fragt, ja, hab ich. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber warte, Pinsel weiß ja Bescheid. Jo. Hallo. Sind sie auch einer von den schizophrenen Freunden hier, oder was? Komm, schizophreen. Hör doch mal normal, Junge. Bitte? Was? Was? Was haben sie gesagt? Moment, kommen sie mal hinter Morals. Nee, welchen Pinnen reden wir jetzt eigentlich? Ja, müssen wir jetzt nicht hier drüber reden. Ja, okay, so. Ach so. Was hast du denn auf mir jetzt mal lieber? Ja, nee, sie wollen nur fragen wegen der Nummer, aber sie brauchen mir ihre Nummer gar nicht geben. Ich rufe Leitständer. Mann, das ist so schwer. Ich rufe einfach Leitständer, wenn du das... Wenn du am Arbeiten bist, hast du die DAE, oder? Ja. Ja. Ich fiel mal die neuen, genau. Ich hab die meistens an. Ja, alles klar. Gut. Super. Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt irgendwie was haben. Nö. Okay, gut. Dann warst du jetzt mal Bennys? Nee. Wie, nee? Nee, ich hab nur die Jacke bekommen. Werbung. Ach so, ich glaub, du arbeitest jetzt auch bei Ben. Ach so. Ich find die Jacke halt cool. Ja, die hat was, ne? Mhm. Würde die in den Schwanz gehen, wäre noch besser. Mhm. Mal gucken, dass wir von Paletti noch irgendwie so was mal kriegen, ne? Was cool ist. Ja. Kann ich ja austelfen. Ich hab Kontakt in Portugal. Kommt das denn wirklich aus Portugal? Natürlich. Natürlich. Ah ja. Hat ja auch mal einer behauptet, ne? Moin, Mensch. Ja, okay. Ne? Treibst du noch nicht auf die Spitze, Junge, ne? Ja. Aber Spitze ist kalt, Junge. Weil du trinkst aber eine echt schicke Kette. Wär ich, oder was? Jawohl, das ist ja nur für Tete und das K für Kürtis, ne? Ja. Ganz klare Sache. Ja, ja, genau. Ja, du hast einen Kahnhänger drin. Ja, Alter, das ist für Dings. Ja, K für Kürtis. Wenn du das möchtest, dann kannst du das... Oh Gott, was ist denn hier los? Wenn du das möchtest, Herr Paletti... Wenn du das möchtest, dann kannst du das gerne denken. Das hat K für Kürtis. Ich wollte mir die Kette gerne mal ausleihen. Damit ich auch mal so schick bin. Ja, nee. Ja, wie? Kannst du dir kaufen, Junge? Das ist doch Geld. Viel zu teuer. Ja, du warst zu viel zu teuer. Jedes Mal die Taschen voller Geld. Mann, die kostet doch bestimmt 10.000 Dollar. Locker. Weiß ich nicht. Was hängt denn da noch dran? Kannst du mal die Augen von mir nehmen? Das ist noch für Tete, Mann. Das ist eine ägyptische Pharao-Urne. Ja, das klingt ja nicht. Hast du nicht in der Schicht aufgepasst, Pinsel? Nein, ich war nicht in der Schule gerade. Warst du nicht in der Schule? Nein, bis zur fünften dann. Die sechste habe ich nicht geschafft. Ja, gut. Aber für die Polizei hat es gereicht. Ja, woran sagen wir? Ich glaube, es reicht. Ja, das merkt man denen regelmäßig an. Sei ehrlich. Ja, da kommen sie ja schon. Ich habe dreimal vom Teufel spricht. Zwei ausgespielt, zurende war ich. Ja, so ist das. Ein schön Polizist. Ich dachte trotzdem, das ist ein K und eine Gießkanne. Das ist, oh Gott. Ich dachte, es ist eine Gießkanne. Kannst du nicht Tupac? Der hatte nur für Tete sogar tätowiert. Ich hatte mal sechs. Hast du jetzt ein Auto, Pinsel? Noch nicht. Der Attacke hat noch zu tun. Doch, das steht da. Ja, aber du hast die Papiere nun nicht. Doch. Denk die Kopfschummel der neue Autos. Das geht euch gar nichts an. Die brauchen doch mehr Autos, damit die mehr kaputt fahren können. Palletti, warum sind sie so grumpy? Ich bin nicht grumpy, Mensch. Gar nicht. Wie kann Jörg... Der Jörg ist doch nicht krank. Du darfst den gar nicht Jörg nennen, oder? Ja, du nennst mich wieder Elper, Nelly. Ich kann mich auch ganz anders nennen. Könntest du es gar keine Ahnung? Wie, das ist mein Papa. Ja, komm. Jetzt fahren wir wieder mal runter von unserem kleinen Film hier, ja? Das Bild werde ich niemals löschen im Re-Net. Hast du das schon gesehen, Roxy? Nee. Guck mal auf meiner Re-Net-Seite. Ja, nee, lass stecken. Nee, guck mal, guck mal echt. Einfach Körlis. Da bin ich mit meinem Papa. Damals ein Urlaub gewesen. Nee, eingelockt. Jetzt haben wir einmal die Halle grundgereinigt. Schön, freut mich sehr. Wir können auch so weitermachen, Herr Palletti. Ich weiß nicht, was du jetzt für einen Film hier fährst, Junge. Ich fahr überhaupt kein Film. Das ist eigentlich kein Problem, oder was? Nee, ne? Niemals. Dann reicht ja jetzt hier, ne? Nur weil jemand eine nette Dame mich Jörg nennt, heißt das nicht, dass ich hier euer Dings bin. Euer Opa, oder was? Ja, oder was? Oder wie? Ja, oder was? Au-wa. Was? Und der nette Dame, seit wann ist Ruxi nett? Ja, Tumi ist jemand nett, der macht wohl was falsch, wenn sie nicht nett zu dir ist, mein Junge. Ich mach hier die Kasse der Werkstatt voll. Dafür verdienst du auch das meiste. Und ich bekomm nix davon ab, obwohl es meine Idee war. Hey, ich hab halt auch noch nicht offensichtlich. Umsatzbeteiligung. Ja, guck mal. Dankeschön. Hallo. Ich krieg auf jeden Fall Umsatzbeteiligung. Können wir fahren? Weil es knallt. Ja? Ich glaub, wir haben noch was Wetteres zu tun, wie, äh... Boah, der hat den Larry hochgesogen. Nein, der Herr Bletti hat gelacht, der hat nicht die Bratze hochgesogen. Boah, der war grün, oder? Der war grün, oder? Der war grün, oder? Komplett. Du hast ja voll den Larry hochgewirkt, oder? Ich hab gar nix hochgewirkt, ich hab gelacht. Du hast den, oh, das ist so ruhig, oder? Was ist denn Larry? Das grün, oder? Du, ich muss leider los, wir müssen noch Geld verdienen. Ja, natürlich. Kennt ihr, ja? Das ist hier wie im Dschungelcamp, immer wieder keiner befreit. Fahr bloß los, lass mal alles hier hin, wir müssen sie zurücklassen, Junge. Lass den zurück, einfach los, da dauert schon so lange. Tschüss, das wär... Jojo. Warte mal, gehören da nicht dazu? Ich glaub, Jörg mag ich mich. Wer mich? Ja. Was quatschen du da? Gib mir immer Dings, äh... Haschengeld, das ist mein Papa. Was soll ich dir denn geben? Ja, was? Ja, wei. Nein. Warte mal, gehört der nicht dazu? Warum lass den denn stehen? Ich, äh, bleib hier. Achso, du kommst mal zu uns? Nee, auf gar keinen Fall. Wir gehen ein paar Schöppchen machen, hast du Bock? Kette. Halt doch deine Fresse. Halt du doch deinen Fresser. Ich dachte, wir gehen wirklich Schöppchen machen. Genau, wir sammeln Jogaloo dabei. Machen jetzt den Kofferraumklappen. Das ist immer bei denen so, ne? Die haben keinen Bock zu quatschen. Die hauen sofort ab. Ey, wollte Pinsen jetzt so flippern? Na, der fährt doch mit seiner Karre gerade und nicht. Nö, ist das ja geil. Ja, auch. Wir können den Klingens hoppern. Ey, Swiss, schlaf gut, bye-bye. Und Triss fiel nie lang für den Wiesl ab im vierten Monat. Dankeschön. Großartiges Publikum. Ein großartiges Publikum. Und Kenzie hat vorhin gefragt, wegen nachher mal zu dem Parkplatz fahren. Mal ein bisschen Inspiration holen. Wie hinfallen? Na, zu dem Parkplatz. Sprech chinesisch, oh, boah. Ja. Ich wusste gerade akustisch, ich verstehe. Ja, was für akustisch, hab ich eine Gitarre dabei erworben. Ja. Oh, eine Pflaume, du. Äh, ja, können wir mal was. Du Kuckerspanje. Was riechst du denn, du goldene Rieber? Zumau, du riechst aus dem Mund ganz fürchterlich nach, äh, Menjof. Ich verpenst dich bei Mila, will ich schon sehen. Warum? Ich schläge die Fresse ein. Nein, mach sie nicht. Das nimmst du nicht. Mach sie wohl. Nein, mach sie nicht. Es ist gar kein Ding, für Entgelt mache ich das. Nein, tatsächlich habe ich schon wieder mehr Angst. Mila ist auch gefährlich. Wann ist meine Kampagne? Ja, aber das würde sie nicht machen, sie habe ich echt lieb. Roxy, du musst mich gleich mal mit deinem ZR fahren lassen, ich will dir mal ausfahren. Äh, gehst du mal hin. Langsam. Boah, ist ja super, viel los, Mann. Richtiger Hotspot. Ungewohnt. Machst du mir die an? Äh, ja, mach ich. Super. So, wo der steht. Und Pinsel fährt gut? Also, das Ding fährt ungeduned 200, ne? Jo, das fährt geduned 270. Ja. Und das fährt richtig gut, ne? Ja. Aber lauf, mach den nicht zum Cabrio. Ich gehe mal kurz den ZR ausfahren, okay? Okay. Dann tun wir deine Karre. Oh Gott, mit welchem Geld. Ich habe... Du kriegst doch noch 25.000 von mir. Außerdem kriegen wir hier Familienrabatt, 12.000 Dollar kostet nur. Oh, ich muss ganz dringend kacken. Fuck. Ich im Auto. Aber mal gucken, wer die Kiste fährt, Alter. Die hat auf jeden Fall... Oh Gott, das Handling ist... Schon nicht schlecht gemacht. Oh, Grigori. Dann sagt der Chat, wie schnell ist die? Okay. Ich fang den Highway hochpinsel. Okay. Bleib dran, wenn du kannst. Okay. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Videos durch den Kopf gehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, bin lieb, Bruder, Alter. Halt's den Maul, Junge. Naja, die ist nicht so schnell. Naja, die ist nicht so schnell. Ich würde sagen, 205. Du fährst schon ungetunt, fährst genauso schnell wie ich. Ja, ich hab's ja gerade gemerkt, weil ich krank ist. Oh, deine Karre ist richtig krank. Und das zu 45.000 E-Kappern. Aber ohne Scheiße, ein Verdeck muss draufbleiben, oder? Ja, auf jeden Fall. Sieht sonst richtig affig aus. Aber an dem Motor wird eh noch gestraubt. Ich würde noch ein bisschen Endgeschwindigkeit höher machen, dass der so auf 210 kommt, wie die Korbautos und Anzugbeschleunigung noch ein bisschen. Pendling geht eigentlich klar. Der ist schon ziemlich direkt, aber der rutscht noch ein bisschen. Ja, der fährt doch nur 200. Ah, doch, 205 letzten Gang. Ja, die Lichter hinten sind Schrott, aber ich hab andere drauf. Da gibt's verschiedene. Ich weiß, warte mal, ist der Heckantrieb? Eigentlich sollte der Allrad sein. Ja, komm, wir gehen da eine Türen, Pinsel. Warum sind wir nicht hergefahren? Na, ich wollte die Karrein einfach ausfahren hier. Ach so. Ich wollte nur gucken. Also, die sind so getunt 205. Da muss noch ein bisschen drin rumgeschraubt werden. Bitte mal Linien testen ohne Tuning? Ja, dann fahr du Linien. Schleif, wir sind mit dem auf dem Highway. Was machst du, Alter? Was machst du, Alter? Carry das zurück nach Bannys, ja? Okay. Und der fährt ungetunt 200, Alter. Normal hat der X7, ja, ja, klar, aber das ist ja GTA-Universum. Ich würde den schon ein Allrad machen, weil der ziemlich schnell rutscht. Boah, die Karre ist krass, Alter. Aber der Sound ist halt... Boah, die ist auch geil. Ja. Wer fährt die denn? 200, 205. Doch, siehst du doch, guck. Der Pinsel hat noch keine. Der Pinsel hat einen kompletten neuen Wagen bekommen. Aber die Bremsen sind kacke bei der, wo du hast. Ja, das wird noch ganz angepasst. Ja, ja, gib mal Vollgas und bremst da mal voll ab. Deine Karre ist echt geil. Ja. Ja, aber die wird wahrscheinlich noch ein bisschen gedrosselt hier. Ach nee, die kostet 200.000, ne? Dann wird die wahrscheinlich nicht gedrosselt. Aber die kriegt ja auch keiner zum E-Kar. Merkst du die Bremse? Also, ja, ja. Also, Penumbra ist absolut wild. Oh, ja. Und du hast die Karre für 45 bekommen, anstatt für 200. Ja, dafür bin ich jetzt mal lieb zu der. Ja, muss doch sein. Ja. Sollen wir das tauschen? Ja, kommen wir. Komm, jetzt gehen wir deine Karre pimpen. Ähm, ich muss am PD vorbei. Warum? Ich holte noch so einen Typen 9.000. Ja, aber der soll sich ficken. Du hast keinen 9.000. Eudemann, ich habe keine 9.000. Das ist gar nicht mehr Bremse, Pencil. Ja. Beim Zurück wird die schneller jetzt wegen dem Bodenwellen, ja. Zeigen wir Bremsen. Ja, Bremsen ein bisschen zu schwach. Aber der sieht halt einfach nur brutal aus, Junge. Äh, die Beschleunigung ist, glaube ich, besser als wie beim Penume, ja. Penumbra oder wie die heißt. So wie ich den Pensel kenne, macht er die wieder rosa oder so ein Shit. Oder lila. Und ganz viele Weave-Sachen drauf. 240 mit Bodenwellen. Ja, okay, Bremsen gehen aber. Das war so knapp. Ja, ich habe einen Bramstest gemacht bei 240. Ich habe nicht in den Rückspiegel geguckt. Du musst mich vorwarten. Ich bin am Telefon. Oh, wird schon mit der Tanks-Tanks-Tanks ange... Oh Gott, was ist denn hier los? Ja, ja, okay. Alles klar. Ey, netter Reiskocher. Dankeschön. Wie geht's Ihnen? Gut, und dir, Schätzchen? Auch gut. Wie war Ihr Event gestern im Unicorn? Ja, Bude war voll. War voll? Na klar. Das freut mich. Ich wollte auch vorbeikommen, aber ich konnte nicht. Ja, aber ein schickes Auto hast du da? Das ist nicht mein. Das ist von Roxy, von Bennys. Ah, okay. Aber ich habe mir den auch gekauft. Mein ist nun nicht fertig. Ah, sieht schick aus auf jeden Fall. Sie haben aber auch ein schickes Auto. Ja, lass mal hören, was hast du unter der Haube? Soll ich... Also willst du das hören? Ja, zeig mal, was du unter der Haube hast. Ja, nicht schnell. Ja, wirst du euch die Motorhaube aufmachen? Ja, willst du mal meinen hören? Ja, okay. Ich will da weggehen, sonst bist du gleich verbrannt, Schätzchen. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja absolut krank. Lass mich ran, der Don Sandro hat das getunt. Nein. Der kennt sich super gut aus damit. Ja, die haben das Ding direkt von dem Flugzeugträger abgebaut. Das geht ab wie eine echte Rakete. Ja, wie eine Rakete, Mann. Was ist denn da schon wieder passiert mit dem Taxi-Taxi? Keine Ahnung, ich glaube, Macarena hat ein paar niedergeschossen. Das ist ein richtig kranker Typ. Ja, voll krank, Mann. Voll gut, man sieht sich. Bye-bye. Boah, Double-Shiften geht die Kacke halt so ab, Junge. Die Beschleunigung ist... Okay, die Beschleunigung kannst du so lassen. Passt du hin, Pinsal. Das kannst du auch waschen. Okay. Sox, du musst die Karre ausmachen. Du musst die Karre ausmachen. die karte wird geklaut so dass ein schliff ich bin ganz ehrlich der haben die beschleunigung ist gut das fahrverhalten ist auch gut aber endgeschwindigkeit könnte man noch ein bisschen was machen du mir zu dumme kuh die ist komplett auf jeden Fall schon wieder in so einem weight watchers kurs ich habe was anderes mit dir komm mal her ich verperte sie beim melen wir müssen an der angeschwindigkeit noch was machen meine frau riecht das ich stinke ich voll nach billig parfüm oxy wir wissen alle dass du zum zumba gehst reicht doch jetzt ich glaube das ist das ein rad der kann man nix anfangen ich bin ja noch nicht wirklich gefahren keine ahnung ich muss hier weg hier stehen so viele autos ich komme gegen die halle rein oder da auch schon ja auch es sind viel zu viele autos die herumstehen ich schreibe meinen guten freund mal kurz nach maß aber ich krieg bald ein neues auto ein 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 golf gt kreis gt kreis abhauen das auto speichern lang natürlich hast du gehalt ähm ja ähm ich würd ja june aber 34.000 auf tasche ey muss roxy mitkommen oder ja beißt oder irgendein oh gott du machst du mit meinem handy und den hilf 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 ja roxy pinsel mit seinem cartoon ja machen wir gleich aber der kriegt ja der kriegt ja nicht so gut los ich verstecke hier schreibt dem pinsel mal bitte ein dass er die texturen auf normal machen soll ich kann ihn nicht bleiben dann hat er das problem nicht mehr wusch nee ähm geht einfach backseat machen blickt nicht an den abgärsen was will denn der körper hier woran liegt das ach der will neun tausend von mir warum weil ich die dem geliehen hab für nen drafter ja 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 das ist drei monate bestimmt schon her oder zwei ist das der papa von juni mike äh pinsel wie willst du dein auto hm weiß ich nicht na hübsch soll ich irgendwas cooles draus machen und dann dann guckst du dir das an und sagst dann ja ist so oder nicht so Roxy Roxy komm du nicht mit dem pinsel kurz wagen lass den fahren dann holst du ein tablett raus und schreibst dir nur auf was er haben will und dann kannst du die cartoon äh können wir auch machen weil der kriegt ja echt ganz so ganz schlecht luft nee passt auf ich pack ein paar sachen das sind nee kann ich ja gut machen wir dann ja schwierig ja machen wir machen wir ich zahl kurz geld ein ja ok pinsel lass den nicht aufkutschen dass du schulden hast du beschuldenfrei ist er nicht halt mal oder ich rufe deinen vorgesetzten an ja kannst du gerne machen ich bin nämlich ich bin so mit dem Hagebi mit dem Hagebi na das glaub ich ja gerne ja ich hab ja auch gesagt wenn der pinsel das ja ich hab ja gesagt wenn der pinsel das jetzt nicht unbedingt adhoc ah da kriegst er einer bitte aber der kollege bekommt nichts mehr mit Roxy wirklich immer auf die kleine auf die hübschen hat der pinsel halt gemacht chat weißt du deine say dankeschön für die wiese am 14 ich hab mir ja gesagt wenn er das jetzt nicht adhoc hat dann wäre das ja auch kein Problem ähm oh man wirklich was denn ganz andere Probleme guck doch mal wie es hier aussieht ja warte der musste dein vermachen und dann fahrzeichen alle hübschen immer ein Gase ja ja geh mal deine Sonnenbrille putzen was für eine Sonnenbrille ja deine Skibrille bist du der Papa von Juni Mike was ich ne ne ich hab doch mit dem Pinsel zusammengearbeitet ich hab doch mit dem Pinsel zusammengearbeitet er kann doch gar nicht Autofahren ne der kann gut Autofahren ja stimmt nicht find sie schön ich hab doch mit Pinsel zusammengearbeitet und das spielt ihr nicht der ist kurz seine Skibrille putzen der ist gerade Brille putzen oh man der spielt ihr Leute oh Gott wenn ich das schon lese hätte alles angefangen ja Pinsel war ja da mit Mitgründer ne ja bis ihr den alle rausgegelt habt du vielleicht nicht aber die anderen keiner hat ihn raus keiner hat ihn rausgegelt ich vermiss ihn aber naja du hast halt immer ein paar schwierige Fälle ne glaub mir ich glaub mir ich schlag mich auch mit den Leuten ne um die Ohren es wird gerade immer schlimmer du warst echt der Papa von Juni Mike ne ich bin nicht der Papa von Juni ich kenn den Typen nicht mal er redet genau wie du nur ein Jünger ey Fräulein ich bin 24 wie soll ich dann der Papa da von Juni Mike sein du kannst doch wenn du 15 bist schon kennen bekommst machen du kannst sogar schon früher anfangen ja ja natürlich aber das wie alt soll denn der dann sein da muss der ja 11 sein oder so ja die haben auch keine Ahnung oder 10 oder ich helf den Pinsel nach einmal scheiße bist du alt aber eine Vorliebe für Frauen hey hey ich habe den Witz nicht verstanden ich auch nicht aber ich lache einfach mit das ist auch ok genau einfach kollektives Lachen du willst jetzt von Pinsel 9000 Dollar ich habe ihn gefragt du willst dem armen Kerl jetzt sein Geld wegnehmen aber der hat ja gerade ein Auto oder kauft ja wunderbar der bekommt die Familie dann wird er doch die 9000 haben na und ich habe den 9000 gegeben obwohl er damals noch 7000 brauchte und habe gesagt ok na komm hast du erstmal jetzt brauche ich das Geld auch mal ich möchte mir auch ein Kfz kaufen was willst du kaufen? ich möchte mir weiss ich noch nicht irgendwas von den Breitbau fahren Bachzeug genau was? achso du fährst bestimmt auch illegale Strafenrennen nein nein ich fahre illegal hinterher der fährt voll legal hinterher genau mit Blaulicht dann ist es wieder legal frech deswegen komm mal Curtis wenn du eine PD-Karre klaust und Blaulicht anmachst bekommst du kein Traffic Law du bekommst nur Diebstahl genau ne das musst du immer so sehen aber ich klau keine Puzzahodos aber mein nur wenn dann bekommst du kein Traffic Law rein was ist denn ein Traffic Law? das ist so wenn du zu schnell fährst wie in der Stadt gibt es eine Begrenzung? ja ja was soll ich das wissen? ich habe meinen Führerschein im Flughafen bekommen ach du auch? ich habe hier nie ich habe hier nie ich habe hier nie einen Führerschein gemacht also du könntest fragen bist du auch ausgeflogen in deiner Heimat? hm was bin ich? wo du herkommst bist du dann auch ausgeflogen? mit den Worten verpiss dich dahin? ne jo ich bin überall gerne gesehen wirklich? wirklich? meinst du meinst sobald du ein Strafvollzugsbeamte bist du gar nicht gesehen? ja doch ich bin ja Mediziner ne? noch genau ne das ist so wichtig und richtig ach stimmt ja du bist ja Mediziner ich weiß noch ganz ganz was ich hier her gekommen bin der Typ am Flughafen bringen kannst du Auto fahren? nein hier hast du Führerschein ja ich habe sogar einen Flugschein bekommen echt jetzt? ja klar deshalb bin ich gleich mit demnächst hin in den Tunnel geflogen äh oh ich das war ich ich will auch Helikopter fliegen können nö bisschen neidisch aber ich gönn dir von Herzen ne? danke ich hab ne Pinsel ach wir müssen mal ganz kurz Lewis wir haben ne Verfolgungsjahr Achtung oh wie tragisch du armer Junge oh du du arme Sputtputt vom P-Dealer oh eine Verfolgungsjahr hört sich grüße scheiße seit wann standest du bei uns? und wo ist Eis? äh der ist glaube ich gerade selber ein bisschen durch die Stadt düsen ja ja ah du meinst dein Spiegelbild ne? er soll die Karre machen hm oder sind die schon fertig da hinten? äh ne wahrscheinlich noch nicht also die müssen gleich noch ein bisschen trocknen ja genau warum tun wir die da nicht in die Waschmaschine? äh ja wenigstens passt ja einer auf aber auch guck die Tami wieder so äh 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 ich hab's doch fast dann schon wieder voll am sabbern alter äh 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 blöder du bist mir mal ne kein Wunder dass Roxy dich verlassen hat die hat mich nicht verlassen mhm die haben uns voneinander einfach getrennt hat halt nicht mehr gepasst genau ja wirklich mhm ja auf jeden Fall ja ja guck sie hat doch beziehungsstatus das ist kompliziert ne? äh guck mal guck mal hat sich auseinander gelebt sie hat doch jetzt Kassel ja du wurdest mit nem Typen ersetzt der Sandkastel baut Sandburg halt Sandburg mir ist das scheißegal wo ist Pinsel? keine Ahnung wahrscheinlich fahren die dem Einzelnen da warte weißt du wann Pinsel sein Event hat? sein Bike Event? puh ich glaub nächste Woche er wollte doch nur irgendwas klären ja ja weil diese Mitarbeiterin schreibt mir jetzt gerade ähm das Slatter sie angeblich somit äh Arbeit zugekippt hat dass sie wahrscheinlich gar nicht dabei sein kann welche Mitarbeiterin? äh von Diablo Custom die wo die Bikes äh die sich um die Bikes kümmern soll vor Ort wegen Reparieren? ja ja macht das nicht die Firma vom Möbelpark? ähm ich dachte ich war der Meinung dass äh Diablo Custom sich um die Bikes kümmert bin ich mir nicht bin ich mir jetzt grad unsicher ich geh mal kurz den Pinsel ja oh wie kann man das denn nicht hinkriegen den Pinsel? und? ja ich hab was vergessen ja ja ich seh das schon du hast da richtig heftige Flecken ach dafür benutzt man Zebra du Idiot ach ich weiß ja und hör nicht immer auf die Stimme in deinen Kopf die haben keine Ahnung ja aber ähm würdest du sagen ich soll nur ich hab dir ne Nachricht geschrieben ich hab dir ne Nachricht geschrieben ach die hat da was verwechselt gerade okay was hast du? ich hab dir was geschrieben im Moment nicht achso ich lese das kurz her ja ah ich das ist so schlecht bekriegen ach warum weißt du wie viele E-Mails ich pro Tag verschriebe verschickt habe ich hab keine Nachricht von dir bekommen du hast mich angelogen und deshalb bin ich sauen weg von dir ja das ist bitte keinen Ärger alter das war jetzt drüber das war jetzt komplett das das sollte man nicht machen im WP fehlt nicht mehr viel ja 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 das heißt ich will meine Karte gucken der hat ja alles auf hoch alter wie findet ihr meinen GTA von der Grafik im Stream Chat was sagt er sieht alles clean aus Anti-Analyzing und so Farben und so Texturen alles sieht gut aus ne also sieht echt gut aus ich hab auch richtig gute Performance außer MPD ich hab sonst immer so 120 120 140 FPS überall außer MPD und jetzt guckt euch die Einstellung mal an ich spiele auf 2k das kann der Pinsel aber auch ohne Probleme aber das mach ich auch nur auf Dings wegen meinem Monitor vorher hab ich auch auf 2k gezockt wegen Anti-Analyzing so MSA auf 2 mal TXAA kannst du eigentlich ausmachen macht der Bild bisschen blurry wenn wir mal ausmachen dabei kennt man ist ein bisschen schärfer jetzt ne könnte man eigentlich auslassen das hab ich immer nur standardmäßig einfach falls ich mittags mal irgendwie im Singleplay oder so unterwegs bin dann dann hat man zu viele Flickerei und so wenn dunkel ist ist es nicht so passen wir mal aus so und jetzt guckt euch das an so Shader ganz hoch Texturen auf Normal musst du auf Sektor machen Platten auf hoch Reflektion kannst du hoch Wasser Partikel Wasser juckt nicht wir sind in ihrem Wasser Partikel juckt nicht hier explodiert nix Grasqualität ist am meisten FPS Fresser in diesem Game Schatten am weichesten kannst du auch Nvidia benutzen aber die sind ein bisschen schärfer das sieht nicht so cool aus auf der Distanz Nachbearbeitung juckt nicht Bewegungsschärfe weg Schärfentiefe weg Anisotropes filtern kannst du auslassen in GTA ist verpackt musst du über Nvidia einstellen Umgebungsverdeckung brauchst du auch nicht mit der Dings halt ein bisschen dann sieht man dann sind die Schatten halt ein bisschen besser da kann ich mal auf Normal stellen Kestellation interessiert auch keinen hat was mit Bäumen zu tun fertig und erweiterte da kannst du hier nur ein bisschen hochpumpen würde ich aber auch nicht empfehlen fertig super low Grafikanstellung habe ich aber jetzt merkt man okay jetzt ist das wieder nicht so flüssig und das liegt in der Umgebungsverdeckung für das kleines bisschen Schatten da verlierst du einfach 30 FPS oder so ich mache aber TXA wieder an man sieht halt da vorne an der Motorhaube hier wo ich mit dem Finger drauf zeige seht ihr das da flackern diese Kante ich hasse das wie die Pest jetzt ist das nicht mehr jetzt jetzt kommt das nicht mehr so stark das ist ein engel Küsschen ja oui ich hab dich gesabbert man das ist aber für dich so ein Vater man was laberst du alter auf dem darfst du nicht vergessen dass du flippern sie fahren jetzt nachher zum Park erzählen oder nicht? ja ich warte auf Pinsel wofür denn? ja der hat sich ins Auge gespritzt der geht kurz seinen Brille waschen was soll ich dir sagen? ja aber ich hab wie wollen wir das so machen ich hab keinen Schlüssel zu seinem Auto ja der kommt doch gleich wilder der ist da hinten hinterm Container ja ja dann wollen wir jetzt losfahren ne wir machen seine Karren und dann fahren wir ja das mein ich ja mit der Stimme alter red dir noch eine alt wie ist auch performance technisch ganz anders wie lange braucht denn der um das einzustellen das ist ne Sache von 2 Minuten alter man sagt doch halt wie? ich glaub die wechseln nie hallo Brownie wär auch viel zu viel Arbeit ohne 30 grafik mods und reshape mit Colorfulness auf 5000 gedreht ein schönes GTA heizt maul jungen chill ich hör das mach mich zur Frau boah du lebst auch noch alter bist du drauf immer unterwegs? ich hör das wir reden vom Pinsel der wusste nicht mehr dass er sowas einstellen konnte na klar weiß der da der tut immer nur so außerdem hat der doch nen Chat warum hilft der nämlich das ist ja eh alles beantwortet Roxy gibst du mal nummer von 1? warte mal warte mal wen hast du jetzt gemeint? mit nem Zahir ich warum denn ich hey Junge jetzt werd ich angerufen 285 442 was? 285 285 442 285 442 jo danke jo bitte ja wo schraubst du heute noch an den Karren rum oder? sag ich dir wenn ich aus dem Krankenhaus aus bin ja hast du nen Umfall gebaut also haben die Kopfschicht gerade verfolgt ne mir ist von Tat irgendwer reingefahren von den Idioten und der ist auch im Krankenhaus? keine Ahnung und ich wo bist du im Baker Süd? ja ich komm kurz ich hab mir das Kräme bei dann geht's dir wieder gut ok bis gleich bis ucc bis especial nhня ne es ist im Krankenhaus ich geh dem kurz Mila's Creme bringen hier er hat den Unfall da ist dem jemand frontal reingefahren oh mein Gott ja ich komm auch gleich Boah nein, du musst Pinsels Karre machen du dich um Pinsel, ich mach das schon Okay, mache ich. Ich halte Schusswunden mit Crema, Alter. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht wusste, ne? Weil Benni so viel los ist, Alter. Wo habe ich denn die ganze Zeit abgehangen, Mann? Und die Leute sind ja mega korrekt. Wusste ich nicht. Wann mach dich von der Straße runter, du Penner? Ey, selber, du Penner. Ach so, Pepe. Oh, hi. Wie gängst du? Alles gut, und bei dir? Ja, auch alles gut. So, ich habe jetzt auch einen Chopper. Geil. Wie so ein richtiger Rocker? Zieh die Kötter an, sag ich dir. Zieh die Kötter an, oh Wexer. Was mach dir? So ist das bald, Mann. Wo sind eure Mob? Das ist ne Nightblade, Bro. Nice, Bruder, Mais. Ja. Ihr macht schon wieder Ärger her, ne? Ähm, Ärger? Ja. Was soll das heißen, Grime? Ja, die Mediziner sind gerade hier. Pepe, soll ich den Trick zeigen? Oh nein, 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 nein. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oh scheiße, Mann, Pepe. Ach, was für ein Trick, was für ein Trick. Zeig doch mal. Alter, das ist weg. Das ist ein Hackfest. Haue, ich weiß nicht. Fett euch. Der Weg da. Wegs nicht. Oh Gott, oh Gott. Das gibt... Haue. Du extra. Du auch. Ja, schön, 2 gegen 1, ne? Attacke. Du auch. Was ist denn hier los, Mann? Alter. Alter, du schließt ja sogar noch krank. Gebe, wenn du mich brauchst, ich bin Söldner. Junge, den Dings hättet ihr letztens mal sehen müssen, Alter. Hier vom AOD. Den Line. Junge, der hat einfach den ganzen Lust im Ziel zerstört. Was guckst du denn so mitz'n paar Fresse? Egal, ich will nur einen Dienst gehen, dann schwann ich mal. Wie im Dienst? Ich hab da nur Spaß gemacht, Mann. Wir sind doch Arbeitskollegen. Was so, wir sind Arbeitskollegen? Du arbeitest bei Dänis. Futschkopf. Ja, Doktor, gib mir was genau ab. Ich will. Haudi. Haudi. Liegt da Eis drinne? Der hat einen Umfall gehabt, ne? Ja, den hab's grad reingebracht. Ich hab Nasenbluten. Oh je, geht's dir gut? Ich hab mich grad gekloppt gegen drei Leute. Und, hast gewonnen? Na klar hab ich gewonnen, stehe ja noch. Ach ja, die gibt ja schon ein Stuch. Da. Aber das hilft nicht, scheiße. Ist irgendein Arzt drinne? Äh, ich glaub schon. Ja, ein Ding müsste drin sein. Conner. Sind die schon wieder im Norden? Ne, ne. Die sind, glaub ich, alle unterwegs. Irgendwo gab's ne Schießerei oder so. Ach du Scheiße. Was ist denn der? Geht's einfach im OP rein? Der Lein hat die letzte Mal richtig weggeboxt, Junge. Oh Gott, wird der überleben? Ja, denk ich. Das ist mein Kumpel. Äh, jetzt müssen wir uns ja gerade noch Mühe geben zum Verstandes, ne? Ja, bis auf. Männer, ich vertraue euch, ihr seid die perfektesten Herzen, ihr macht das schon. Ja, toll, jetzt stehe ich noch in der Ex. Ja, hab ich schon. Äh, du hast ja Brustkoposte wieder gebrägt, aber dein Ding sieht irgendwie nicht ganz sehr gut aus. Dann müssen wir einfach mal wieder reinbringen. Dann müssen wir einfach mal wieder reinbrücken. Ich finde, ich hab's mit reingebrückt. Dann wird es hier durch. Hier, ich hab's mit reingebrückt, ja? Ja, ja, ja. Das war los. Äh, dann mach ich dir nachher... Ja, kann das? Don't check, ich hab den Briggs-Hemsey verkloppt, mein Nase bludelt. Ja, das macht bludelt. Wo bist du? Ja, im Baker-Süd, aber die sind keine im OP, sonst ist keiner hier. Ja, ich fahr auch grad an, ist grad einiges los, wir kommen gleich, ja? Ja, okay, mir hat sich mein Name abgeknallt. Ja. Äh, nee, Autounfall nur. Achso, knall, ich warte vor die Tür. Ich tue so lange Tampon in meine Nase. Oh, perfekt, super. Hast du Gunnar gefunden? Nein, die sind im OP, aber Dr. Chicken kommt. Ah, sehr gut. Ich hab mir jetzt einen Tampon in die Nase gesteckt. Perfekt. 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 Wir sind dem Eis am Operieren, ich glaub, dem geht's gar nicht gut. Ist deine Maschine, willst du vielleicht ein Zweisitzer? Na klar. Kannst du mich kurz in die Walnutz hochfahren, während Eis operiert wird? Hast du bescheuert? Ein bisschen. Ja, wie, was willst du denn in... was willst du denn da? Ja, ich wohne da. Dann ruft doch Taxi, Tanks, fünf Euro. Ach, ich rufe da. Das kostet nur fünf Dollar. Die sind alle irre. Oh, ich immer schon raus. Damit fahr ich nicht. Ja, aber die fahren voll schnell. Ja, da sterb ich. Ach, Quatsch. Lauf ich halt, Alter. Bevor ich Taxi, Taxi fahre, lauf ich eher. Ja, brauchst du jetzt wirklich kein Taxi, oder willst du wirklich laufen? Bevor ich Taxi, Taxi fahre, lauf ich lieber. Ja, Jörg, ich wollte eigentlich euch einen Kunde besorgen, weil der läuft lieber und stammelt euch zu fahren, sagt er. Ach so. Sag ihm, der soll den einfach bitten dann oder so. Ich war ganz schön sehr verwirrt, weil ich bin reingegangen und wurde direkt angeschrien. Ich dachte schon, ich hätte dir was getan. Ja, also keine Ahnung, wenn du jetzt irgendjemanden hinschicken willst, dann gerne vorbeifahren. Null, der läuft lieber, dann scheiß auf den. Ach so, na wunderbar. Okay, tschüss. Ja, also kümmere dich mal um hier, um Curtis. Ich brauche, meine Nase hat geblutet, oder blutet noch. Oh nein. Kannst du irgendwas machen? Wir setzen die Dame jetzt einfach mal hier mit drauf, dann schieben wir beide zusammen. Aber ich habe einen Tampon da drin, ne? Er hat das nicht aufzubluten. So ein Spannerhai? Weiß ich nicht, ich habe mich gerade geprügelt. Oh Gott, was? Oh Gott. Warum reißt mir die Karre auseinander? Oh Gott. Oh Curtis, was geht denn? Was machst du hier, Kinder? Alles, was du gerade in mir reingefahren hast. Gut. Und los. Ähm, wir können das verschweißen. Verschweißen? Verschweißen, sehr gut. Meinst du veröten? Johnny, lass ich ihn lieber. Also ich jetzt so mit so... Warte, jetzt will ich aber auch mal... Wir können auch seine Nase zuschweißen. Oh Gott. Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Flummi? It's is a whack. Schade. Äh, verlöten meinte ich. Veröden? Veröden auch. Veröden, das stoppt Blutungen. Habe ich noch aus dem Physikunterricht. Ja, können wir machen. Okay. Wo soll ich hingehen? Oder mach mir das hier vor der Tür. Ich dachte, hier vor der Tür. Ach so. Mir ist die Garten. Ja, warte, dann hole ich das gerade. Bin ich sofort wieder da. Ja, hast du kein Toilzeug dabei? Nee. Warte, da. Ich lasse meine Zigaretten immer anzünden. Ach so. Ah, sie sind eine Lady also. Eine richtige Cowboy-Lady. Ja. Hallo. Ich dachte, ich muss mich hinsetzen. Das tut weh. Nein, wir machen das im Stehen. Das tut weh. Das tut weh. Leg einfach mal den Kopf in den Nacken und dann machen wir das schon. Lass uns. Oh Gott, ich hoffe, die Tür geht nicht zu. Nee, warte, ich halte die Tür auf. Lass so ein Krankenhaus, Alter. Ich dachte, alle ruhig schauen. Ach, scheiße, ich habe den Tampon vergessen. Deswegen stinkst du das so. Oh, jetzt hast du den Tampon jetzt da festgelötet oder was? Das ist doch schon ein bisschen gequalmt, ne? Gott, die Tür. Mach zu. Die sind die absolut wirken, Alter. Ach so, ich streng dich an, Doc. Wofür wirst du bezahlt? Warte, ich habe eine bessere Idee. Ich tanze über die Tür weg. Ja. Was ist denn schon wieder los in der Stadt? Sind die alle auf Cracks? Ja. So. Das haben wir. Brauchst du noch ein Nasenspray? Ich weiß nicht. Ja, hier bitte. Mit Cortison. Mit Cortison? Abschwellend wird das. Aber das tut noch weh. Ich brauche irgendwas, was das... Hast du auch noch. Na klar. Willst du kriegen. Ihr seid ja absolut gemein und fährlich. Ja. Weißt du, seitdem wir das hier unten haben, ist uns alles egal. Das lohnt sich ja schon fast, wild am Dienst zu kommen. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss nach Bennys. Kann ich Motorrad fahren? Ja. Oder vielleicht keine Nase putzen? Nee, du kriegst drei Wochen Innendienst und Rollstuhl. Warum denn Rollstuhl? Ich habe nur was in der Nase. Ja, aber jetzt, ähm, die Nase kann halt jetzt erstmal nicht mehr laufen. Das ist doch gut. Der kam gut. Der kam richtig gut. Jetzt lass den Moment. Ich habe ein Problem. Ja, es ist jetzt sowieso unangenehm hier. Kein Dankeschön. Bis später. Und du kannst alles machen, was du willst. Okay. Was ist hier los, Alter? Du rückst du wie die Nase. Ja. Ja. Aber Rollstuhl, so um, um, um Dings auszuspielen, würde ich fühlen, wie damals auf Nifty oder Pommes wurde so. Wie auf den ganzen 5M-Servern halt. Jetzt Kinse und Yuna noch in Behandlung. Also Eis wird operiert und Kinse und Yuna wurden gerade eingeliefert. Wie ein schwanger Automuffall. Ja, mein Auto. Ja, geh da ruhig rein. Du kannst da ruhig reinlaufen. Ja, klar. Die Türen sind immer offen. Ja, alles genau. Okay. Was ist denn für eine Mission, Junge? Don Sandro! Und, weißt du schon was? Ja, ich weiß schon was. Ich will einen Somm und du wirst für einen Tag der Untergebene von dein Ingo sein. Das kannst du vergessen. Ja, dann... Aber nicht von Ingo. Natürlich von Ingo. Den hast du beleidigt vor Gericht. Ich habe alle beleidigt. Das geht es wieder gut zu machen. Ja, Pepe. Ja? Hast du gehört, was ich für die machen soll? Die wollen mich unterdrücken. Ich will dich nicht unterdrücken, Kördus. Ich will nur... Hallo, Kördus. Hallo, Kördus. Ich will nur ein angemessenes Ding für deinen Ingo raushalten. Aber warum für Ingo? Ja, weil der es ja leiden musste. Der arme Kerl. Wo ist denn der? Heute ist er gar nicht da. Gibt es eigentlich noch mehr Tiermasken? Weil dann könnten wir auch Affenhybriden haben. Affenhybriden? Ja, das ist dann für letzte Staffel 2. Oh ja, von der Bar. Sieg mir einige, ja. So Bär, so... Oh, fantastisch. Ich bin bald extra. Ja, grüße. Ich werde dem auf jeden Fall kein Lied singen, Junge, Alter. Das kann der so vergessen. So, mal gucken, ob Pinsel wieder geschafft hat, ins Spiel zu kommen. Abknall direkt, nein. Ich habe doch vorhin schon den Wade gefragt. Der Wade macht ein Lied. Ich werde erst dagegen drehen, Junge. Ist der immer noch nicht drin, ne? Ich muss eben auf Klo, Alter. Naja, als Erzfeine würde ich die jetzt nicht ansehen. Man hat halt eine Vergangenheit und so. Das kann man nicht wirklich ernst nehmen. Bei dem ist GTA, Bro. Oh Gott, ich bin mal ganz kurz auf Klo. Bis gleich, Chat. Ich bin mal ganz kurz auf Klo. 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 So. Wolfi, danke schön für die Wieser im 13. Wir gucken mal, was der Pinsel hat. Alles kaputt jetzt. Komme nicht mehr rein. Oh, Bruder. Was passiert denn, Chat? Kann der mir das sagen? Was passiert denn? Stützt es ab? Oha. Ringe Rage nicht mehr. Okay, warte. Kurt ist fixed. Ich habe. Das muss wieder fixen, wie immer. Wie beim Stay damals. Mach mal Alter 4. Habe den Support und ihn wegen RP-Flucht melden. Junge, eigentlich dürfte Rage dann nichts mehr zu tun haben. Grafikeinstellungen. Der sollte auch nur die Texturen runter schrauben, Alter. Schon alles gekillt. Wann stürzen sein Dings ab? Sobald der Rage startet oder sobald er connecten will? Heißt der deiner? Ich logge mich ein. Also loggst du... Ja, Leser. Ich hab das Geld. Was für'n Geld? Na, die 2500 Dollar für das Anwesen. Wenn man die's dir abkaufen kann. Ja, okay. Wollen wir uns treffen? Ich bin bei Bennys. Und ich bin, äh... in meiner Mobilität eingeschränkt. Ich brauch dich irgendwo bei mir. 3201 oben. Ja, ja, komm. Das ist bestimmt ne Falle von John Sandro. Der will mich doppelt auf der Boxen. Ich verspreche dir, dass ich alleine bin. Und wenn nicht, dann... wählst du das Anwesen für dich? Ich will das gar nicht haben. Warum soll ich dir denn Geld geben? Na, weil's mir gehalt. Und wo? Okay, dann, ähm... Dann behältst du's eben, obwohl du's nicht haben willst. Dann ist er dir geplatzt und ich bekomm das nie. Aber ich will es. Also hab ich nen Druck... Oder hast du nen Druck mit dir? Ich will wirklich alleine, ich bin... Ja? Du willst bestimmt sagen, deinen Freundinnen das geht dir, ne? Ja. Ja, dann mach das doch. Ich bin doch dein Bruder. Ich kann das nicht. Ja, aber ich will das... Kört, das... die mittlerweile 15 Schlafzimmer, die ich genutzt habe, werden langweilig. Ich brauch einen... Naja, du weißt schon. Ich brauch ein bisschen Abwechslung. Na, wir haben da auch so einen Taziki-Keller, ne? Ich fühl mich halt ein bisschen unwohl, wenn ich weiß, dass du da irgendwo schläfst und ich vielleicht irgendwann mal bei dir reingeschmuggelt bin. Oh Gott. Na, ich schlaf nicht mal da. Ich glaub nur, Frau Cortez schläft nur da. Gut zu wissen. Ja. Aber ich, ähm... Ist das die Polizistin? Ja, genau. Naja, das ist mir zu blöde. Weißt du was? Ich schenke dir meinen Teil einfach, okay? Okay. Aber du darfst immer, wenn du was brauchst und Unterstützung benötigst, kannst du zu mir zurückkommen. Ja, du kannst mir bei einer Sache mit Don Sandro helfen. Welche? Er will nämlich, dass ich dem ein Lied singe und er will, dass ich einen Tag für den Ingo quasi sein Diener bin. Ja. Oh oh. Und das kann ich nicht über mich ergehen lassen. Und was wäre der Vorschlag? Was würdest du machen wollen? Ja, weiß nicht. Hast du eine Idee? Ja, du könntest ihn umbringen. Oder du könntest ihm irgendwas anderes geben. Also ich tendiere ja dazu, dem in die Fresse zu schießen. Weil das ist das Einzige, was ich kann. Und Autofahren. Glaubst du, dass du irgendwas hast, was er noch mehr gebrauchen könnte, als diese Wiedergutmachung, die er von dir hat? Ja, weißt du, was ich dem angeboten habe, Blazer? Was denn? Ich habe so Überbrückung, Ship-Tuning-Software. Damit kannst du Autos klauen. Und das wollte er nicht? Und das wollte er nicht. Ich wollte ihm zwei Stück geben. Okay, dann... Damit kannst du jede Karre knacken. Dann scheint das ja wirklich ernst zu sein. Naja, ich habe ihm vor Gericht verpetzt ein bisschen, ne? Warst du nicht dabei? Nein, du warst nicht da. Ich bin auch kein 31er. Ich würde das nicht machen. Warum hast du das gemacht? Naja, er hat Woi angeboten, ihm 30.000 Dollar zu geben, wenn er für Sandro aussagt. Also, wenn er für ihn aussagt. Und White hat mir 25.000 Dollar geboten. Wenn ich für ihn aussage. Oh, also ist er eigentlich kein Stück besser. Genau. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Aber Woi hat nicht für ihn ausgesagt. Woi hat die Wahrheit gesagt. Und deswegen seid ihr alle im Streit? Ne, das ist vorher passiert. Achso. Und was ist jetzt der entscheidende Moment gewesen, wo gesagt wurde, hey, äh... Also, war das der Grund dafür, dass ihr jetzt nicht mal miteinander cool seid? Ne, ne. Ja, also die haben sich gestritten, weil Sandro ja im Cannabis-Business ist. Hier mit Jörg und so. Okay, wusste ich nicht. Und dann hat Woi sich beschwert darüber, dass er Woi nicht gefragt hat, ob die andere Gruppe auch hilft. Wo er dann mit dabei machen kann. Boah, ihr eigenes Ding machen. Ja, ja, genau. Das ist ja assi. Und dann hat Sandro gesagt, yo, du erzählst uns auch nicht immer alles und lässt uns dann alles teilhaben. Und dann haben die sich gefetzt. Okay, okay. Und seitdem ist da... ist die Gruppe zerbrochen. Ja, ja, ja. Das werden wir schon hinbekommen. Ähm, dann weiß ich Bescheid. Hey, weißt du was? Ich werde aber trotzdem erstmal für Sandro und so mit ihm cool sein. Nur damit du Bescheid weißt, ich will ja... Nein, Leser, ich will gar nicht, dass du nicht cool mit Dingen wem bist. Okay. Du kannst... Das ist der richtige Kindergarten. Ja, ja, aber... Nein, nicht, dass du dann denkst, ich bin Verräter oder so. Ich werde ihm auch nichts erzählen. Nur ich weiß, dass du ein krank Schwein bist. Ich mag den Sandro auch nicht. Der Johnny Mike, der hat mir vorhin gerade in den Fuß geschossen und ich wurde fast gecatcht. Ich musste aus dem Krankenhaus fliegen, damit die Polizei mich nicht bekommt. So blöd gewesen, der blöde Johnny Mike. Du blödst, ich weiß, dass du Sandro magst. Du bist ein Manipulator. Ich mag den Sandro nicht. Ich mag den wirklich nicht. Er hat den noch nie gemacht. Schrei mich nicht an, sonst hau ich den mit dem Lineal auf den Kock. So, mein Freund, jetzt haben wir aber drei Fraktionen, denn wir sind auch im Krieg. Bis dann. Bye-bye. Ich haue im Krieg, Alter. SP, wenn ich reinkomme, liegt dann Rage sofort. Das ist dann das. Ja, geht schade, da habe ich keine Rückgönung von Rage. Oh Gott. Starte PC neu. Keine Ahnung. Warte, lösche er vorher mal Ressourcen. Mann, jetzt kann ich dem sogar noch zeigen, wo der Ordner ist. Das wird er doch selber niemals finden. Selber in die Pommes hier rein, Alter. Der hat schon Ressourcenordner gemacht. Ja, ja, der ZEV-Beschleunigung aus. Habe ich dem auch schon gesagt. Und, hast du belebt? Ganz knapp, aber nur. Halleluja. Ich wusste gar nicht, dass Kinseln dir reingefahren ist. Doch. Der blöde Wichser. Direkt abknallen. Und wo ist Rocks jetzt hin? Keine Ahnung. Gott, Alter, das ist blöd. Ich komme nicht wieder. Hier geht mir das für den Katastrophentag schon wieder. Haben Sindikanen im Fench-Eis? Nein, die sind bald fertig. Okay. Wir haben sich drum gekümmert. Okay. Oh, mach Platz, Itami. Du doch Platz. Mach du doch Platz. Fick dich. Fick dich. Okay, der hat den Ressourcenordner noch gar nicht gelöscht. Das macht der jetzt. Ansonsten einfach mal kurz restarten, Alter. Die machen wieder Schöpfchen. Hey, Bruder. Was geht denn hier schon wieder weiter? Von einer Skala von 1 bis 100, Alter. Das sind die komplett im Arsch. Ich sag dir so, was ist denn mit den... Jo, das ist der Bricksense, Simon. Die sind total durchgeknallt. Die sind komplett fertig, aber alle beide sind die fertig, Bruder. Jo, Pepe, kommst du klar, Alter. Was ist denn hier schon wieder los? Ich weiß es nicht, dass hier irgendetwas... Die Feuer sinkt da irgendwie. Meine Mutter ist mein Vater. Was schau dir das an? Oder ich glaub, der Scheiß gerade oder so. Die sind alle auf Track-Hokain, Alter. Ey, ich weiß nicht, entweder zu viel oder zu wenig. Was ist das, der Siggi? Das ist der Lost-Präsident. Das sind beide Siggis. Der ganze ist entstanden, weil der eine Siggi heißt und der andere auch Siggi heißt, jo. Ja. Deswegen ist das entstanden. Überall hier. 10 Dollar ausgeklaut, 10 Dollar ausgeklaut, 1 Dollar ausgeklaut. Oh, oh. Scheiße. Ey, Hannah geht da nicht, wenn der besser ist. Mit seiner Kalib... Ja, Peep, bist du schon wieder auf Crank? Also, wir müssen Peep retten. Ja, Peep ist gerade bei dem Korps. Praktisch doch machen oder so. Ja, Mann, die haben uns im Brees, Mann. Ja, wie. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Wo? Ey, wirklich, Leute. Da kann ich auch wirklich, also wirklich. Da kann ich auch direkt zum Lost wechseln, sag ich euch. Ich hab mich nicht da rein gegen die Korps. So muss ein Tier hier weg. Oh, was sagt der dann, Siggi? Du hast uns Bescheid gesagt, oder was? Na, mitteln, Mann. Ja, warte, ruhig. Geht nach ran. Ja, mein Akku ist leer, Mann. Hättest mich angerufen, wäre ich sofort da gewesen. Peep, sag ein Wort und ich smoke die, Mann. Ein Wort, Bruder. Ein Wort! Ein Wort nur. Ein Wort! Ich söld' noch für dich. Du weißt Bescheid. Achso, achso, ich sollte ein Wort sagen. Ein Wort. Also, smokest du die jetzt, oder was? Das ist ein Geist, guck mal. Ja, alle von denen, Mann. Wer wird jetzt gesmoked? Wer wird jetzt gesmoked? So, was wäre die Korps, oder was? Oh, komm, wir klatschen die jetzt weg, Alter. Was haben die so keinen Respekt für euch? Wir rauchen nicht. Was haben die keinen Respekt für euch? Ach so, Mann. Lass doch auch. Los, wir smoke'n jetzt. Wir smoke'n wieder. Smoke'n wieder. Wir lassen den Prinzip ziehen. Alle Käppchen zusammen. Wir schammeln die jetzt, Alter. Füll den Preis. Gleich smoke'n wieder. Zwei, gleich smoke'n wieder. Genau. Ach, scheiß Will. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, mein Gott! Geisterangriff! Geisterangriff! Ich pack' dem Siggi an die Haare aus. Ich schlag' dem auf's Nass, dem Siggi. Ich hab den Beispiel schon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ein richtiger Siggi trägt keine Töne. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir haben Pipo verbotzt. Sammel Energie für alle. Sammel Energie. Sammel Energie. Sammel Energie für die Breite des Todes. Warte halt auf euren Eso-Bikes. Du lebst ja auch noch Gangs. Was ist denn ein Freund? Weiß nicht, war der Wix? Was ist denn das? Scheiss! Was ist das? Ich finde keine Wörter mehr dazu, Alter. Ich habe absolut keinen Angst, dass wir alle raufen. Schminster-Lady. Den haben wir was gezeigt. Den haben wir was gezeigt. Ich stehe mal hinterher, nur um fertig zu sein. Boom, Junge. Du hast den Fass im Kopf geschossen, Alter. Siggi, was ist denn mit dir? Das war vielleicht auch Absicht. Was treibst du denn hier? Was treibst du hier, Spider? Ich stehe hier und schmeiß mir Pillen und guck so, wie die Halluzination sich entfalten lässt. Da kannst du auch noch ein Pappeln. Ich finde absolut keine Worte mehr dafür, was hier passiert. Hast du noch ein Pappeln? Wo bleibt Pinsel? Wirklich nicht oder lügst du mich gerade an? Weiß doch gerade in der Tasche habe ich keine mehr. Hast du irgendwas anderes? Was flitzt du hier so rum? Ja, nehme ich auf. Wie kannst du das so rumflitzen? Dom Sandro ist alles in Ordnung? Achso, ja. Ich guck mir nur den Pin an. Ja. Eins. Zwei. Im Park. Was ich nicht. Also am Park. Wir sind bei dieser einen Bank, die wir mal hochgenommen haben. Ja, Sir. Wir können die hier rechts von dir. Ich beobachte. Ja, Sir. Ja. Ja. Der ist auch ein bisschen, der ist auch ein bisschen wie so ein Amt für Elvis. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja, scheiße, Mann. Voll auf Crack. Nein, Sir. Wie viele sind die denn vom Los? Nicht, dass ich wisse, Sir. Ich könnte es ja mal ausprobieren. Dankeschön, Sir. Machen wir demnächst. Ne, jetzt nicht. Jetzt müssen sie ein bisschen singen, Sir. Und die Gogo dann schon für die Wiese am 39. Monat. In die Ghetto. In die Ghetto. Also, Mr. O'Neill. Hm, haben wir eine Frage. Oh. Wer ist das da hinten? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Guckt euch um den. Los. Ha. Einiges. Tanksam. Ach Gott, wer ist das? Oh Gott. Leute, wir sind gefickt. Ich bin der Revolver halt. Scheiße. Ich muss aufpassen. Don Sandro will meinen Tod. Ist das ein Prospekt von euch? Ja, die sind meistens so dumm. Ja, richtig. Wir haben ja auch jede Woche einen neuen, du. Ja. Wer sind sie? Wer sind sie? Wer seid ihr beiden? Ihr seid die Hänger, ne? Ja, richtig. Ihr seid die Hänger? Kommt man so einfach nur in einen Club rein? Göttes? Ja. Einen kommen nicht. Das sieht jetzt nicht aus wie Qualität. Arbeitst du bei Benny? Was hast du gesagt? Oh. Sigi, der Schöne hat mich geschlagen. Gibt's dir gut, Entchen? Warte, ich werde dich rechnen, okay? Ich werde dich rechnen. Ich werde dich rechnen. Du hast mich nicht aufgehalten. Das war der andere. Sigi, das war der andere. Sigi, das war der andere. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alles wieder in Ordnung? Ja. Perfekt. Legt euch nicht mit mir an, ihr Lutscher. Ja. Habt ihr gehört? Legt euch nicht mit uns an, ihr Lutscher. Warte mal. Du gehörst gar nicht zu uns. Nee. Ich kann Hänger sein. Ich kann gut fahren. Hallo Popcorn. Kannst du mal hacken? Gut. Und ich kann gut schießen. Kannst du gut schießen? Ja, bin Revolver halt. Oder wärst du der erste bei uns, der gut schießen könnte, du? Oh, dann... Pew, pew, pew. Aber ich bin, ähm... Ich bin Söldner mit Pinsel. Söldner mit Pinsel. Wir haben schon für einen Bricksamcy gesöldnert. Was willst du denn für Söldnern haben, du? Naja, ich musste für die Bricksamcys, die hat zig was angreifen, ich hab drei abgeknallt und hab ne Kette bekommen. Ne Knarre. Ja, wie ne Knarre. Ja, und was hast du dafür bekommen? Ne Kette. Ne Kette? Was für ne Kette? Na, so ne Kette mit nem T dran. Aber ich hab gedacht, ne Kette mit denen du die Leute durch den Dreck gezogen hast. Ne. Du, Popcorn, der lag mir aufs Zimmer, ne? Sag hier ja nicht. Ja. Magst du auch mal lecken? Ja, klar. Oh, ist das die Drohne? Gib her! Ne, das war nicht. Oh, warte. Hey, mein Eis. Das ist mein Eis. Oh, was ist unser Brotmann? Das ist mein Eis weg. Verdammte Scheiße. Ich will das Eis haben. Oh Gott. Das hat mich getroffen. Das Schwein. Ich glaube, irgendwie alle in der Stadt sind das zu weg. Oh Gott. Meine Hände, man. Brennest du? Ja, kein Problem. Ist es auch nicht. Oh. 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 Ich hab halt nicht so viel Energie heute, Alter. Ich hab halt nicht so viel Energie heute, Alter. Ich hab halt nicht so viel Energie heute, Alter. Ich hab mit Schokorie. Ja, klar. Aber warum schlägst du denn deine Hänger? Weil ich bei anderen habe ich keine Chance. Ach so. Die dürfen sich nicht wehren. Die dürfen sich nicht wehren? Natürlich nicht. Den Hänger. Wenn ich nicht wehren, dann bleiben die Firma Hänger. Ob die wollen und nicht. Ja, es bleibt halt alles, so wie es ist. Genau. Wir haben genug Profes im Haus. Danke für den Schokoriegel. Ja, gerne. Kirsten, du bist ja richtig leise. Sehr süß. Bitte auch mal lauter. Was denn? Ein bisschen lauter reden. Hey. Ist das deine folgenden Popcorn? No, das ist Scarlett. Scarlett Johansson? Nee, das ist die Jane Scarlettini. Ah. Die machen Mucke. Wo denn? Ach hier, Scarletti oder was? Ja. Scarletti, du bist DJing oder? Das ist meine waschechte Paletti? Ja, richtig. Nee, das ist die Scarlettini. Aber du bist ganz leise. Du musst mal ein bisschen lauter sprechen. Im Popcorn-Saldum bist du ein Rocker. Ja, ich... Ja, ja. Ja. Du hast nur die Kutter, ja. Hey, die habe ich schon Ewigkeiten, Curtis. Ach so. Ja, ja. Hab ich Musik gemacht? Ich fand die einfach funky. Die habe ich im Laden gesehen. Die hab ich im Laden gesehen. Die hab ich einfach gold. Dann hab ich gesagt, geil. Jau. Ja. Pinseln und nicht ziehen. Du bringst nach Sanko. Danke für den Tiptoon. Zieh dir jetzt endlich nach Sanko. Ja, warte, komm mal kurz, Curtis. Die schreien immer so viel rum, die Penner. Ja. Roy hatte einfach gemeint, dass sie erst in Grape Seat sein wollte und dann nee und jetzt nach... Ne? Also Roy ist wieder zurück nach Grape Seat. Dann hab ich mit Pinseln, hab ich ein paar Leute rekrutiert, als Roy nicht... Also als Roy mehr zu Hause war. Warte, hast du Apache bei dir? Ja, wir hängen manchmal mit Apache und Kaiser rum. Ja, Apache bleibt halt auch immer gleich, ne? Eben. Und dann haben wir Roy davon erzählt und dann war es eigentlich okay. Und eine Stunde später hat er mich angerufen und meinte, das mit Grape Seat wird ihm nicht so gefallen, weil er hat für Grape Seat gekämpft und bla bla bla, solche Geschichten. Und die wollten mich auch auf einen AOD-Director aufwärtsen, weil die gemeint hätten, hey, die haben ges... Hey, das wird behauptet, da war hier, ne, wie heißt der... Äh... Mal dann. Der, 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 Fred. Fred. Der hat das gemeint so... Ja. Ach so, vom Sandu. Das ist ein AOD-Schutzgeldzahlen, da hab ich gesagt, fuck no, wenn du noch so eine Lücke verbreitest, schieß ich dir die fucking Kniescheibe raus. Der hat sowieso so richtig. Ja. Der ist sowieso ganz komisch. Der ist... Jetzt hab ich schon mit Roy seit zwei Tagen nicht mehr gequatscht. Ja, ich hab Roy auch schon eine Ewigkeit nicht mehr gehört. Ja. Aber ist cool, wenn ihr nach Sandy kommt. Ja, ich pack mich grad nur die ganze Zeit mit Pinseln. Der wollte nur kurz seine Brille putzen. Irgendwas Relevantes? Die schnelle Brille. Oh Gott! 18.000 bei Weppelt. Wer kauft sich denn sowas? Ja, ich wollte mir eigentlich einkaufen. Aber wenn ich ihn jetzt hol, wird das, sind die mich jeden Tag verprügeln. Er hat Angst vor Clowns. Ja, tschüss. Wo ist überhaupt Mila? Die ist zuhause. Oh. Und geht in den Hänger und... Ach so. Weiß ich nicht. Schreit die jetzt für Fortnite oder wie? Ja, Fortnite-Ele-Bobo-G. Was ist ein Hotel? Oder die spielt mit ihren Dino. Oh! Ich hab dir ein paar Dino-Figuren gekauft. Oh, cool. Damit liegt jemand im Bett und macht so... Ja, cool. Und dann beißen die sich. Also wo ist mit einem Pinsel? Ja, frag ich mich auch. Aber stell mir so eine Frage. Das hatte Roy, glaub ich, auch mal gemeint. Du wolltest doch Pinsel umbringen. Ja. Und jetzt nicht mehr? Pinsel ist mein bestester Freund. Schon immer gewesen. Aber er hat Mila und mich im Stich gelassen, als er ins Pedie gegangen ist. Ja, aber... Und dann gab's ne Zeit, wo er sich nicht gemeldet hat und da wollte ich ihn umbringen. Aber ich hab erst mit Worten versucht und dann hat Pinsel es eingesehen. Und dann haben wir uns wieder vertragen. Pinsel dadurch nicht so ein Semi-Verräter erst mal gewesen? Nee, eigentlich nicht. Also ein Pediefer hat immer Leute laufen lassen. Und der hat mir auch immer Sachen aus den Akten erzählt. Oh, cool. Eigentlich war das ein korrupter Prinzess. Ja. Schade, dass er nicht mehr da ist. Aber das weiß Roy entscheidend nicht. Deshalb wird er sofort abgestempelt. Ja. Ich hab Pinsel nie abgestempelt. Ich auch nicht. Ich wollte nur mal nachhören. Wenn du einen doch umbringen willst, dann ist es... Und wenn der sich nicht bei dir meldet... Ja, aber wie oft hast du schon gesagt, Puppgondio, ich würde den am liebsten ins Gesicht irgendjemanden schießen. Und dann könntest du das nur mit Worten klären. Ja, oft genug, weil ich nicht Format bin. Ja, siehst du? Ich bin ja auch deswegen Abgeordneter. Immer noch? Ja, natürlich. Es gab keine Neuwahlen. Wir müssen erst den Norden wieder stabilisieren, damit wir wieder Politekt machen können. Ja, weil dafür brauchen wir Roy. Und ich glaube, Roy hat nicht mehr so viel Bock da drauf. Weiß auch nicht. Roy ist müde. Verstehst du? Das kann sein. Kennst du diese Momente, wo du auch mal so müde bist und den Urlaub machen willst? Na klar. Ja. Ich hoffe, dass er es auch macht. Der soll ja oben irgendwo ein Grape Seed in seinem Ding sein. Dass der Taka mir zählt. Der Taka mit ihm gequatscht. Ja. Ich glaube, ich wollte zu ihm sagen, der bleibt ein bisschen im Quackhaus und trillt ein bisschen. Ja, das ist auch richtig unwichtig. Dann hoffe ich, dass der Wilder kommt mit Energie. Ja. Ich habe den Psychopathen heute wieder gesehen. Apropos, ich muss dem Ziggy eigentlich nur was geben von Roy und mir. Oh. Ja. Hier. Ich habe gehört, ein bisschen Lean ist auf dem Markt. Ja, aber viel zu teuer. 150. Echt? Dieser erste Bun wurde damals 1500. Ach, dieser erste Bun ist aber auch ein Lutscher. Hast du was bei? Nope. Leider nicht. Aber, wenn du was brauchst, hörst du nicht mal um. Das wäre cool. Nein. Ja, aber eigentlich schwächst du Lean an jeder Ecke. So wie Kokain. Dieser erste Bun, der verkauft eh die Scheiße viel zu hoch. Der ist eh überall verbrannt eigentlich. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber ich hatte eh nie was mit dem zu tun. Ja. Der hat sich auch mit jedem einzelnen angelegt. Das ist aber ein Idiot. Ja, ist auch einer. Hey. Willst du wissen, was Dokshak mir gestern zugesteckt hat? Was dann? Brustimplantat. Danke. Ja. Ein Brustimplantat werde ich am letzten wagen. Ja. Dr. Chuck hat mir auch zwei Stücke gegeben. Die habe ich an Mila gegeben in meiner Hochzeit. Oh. Ja, Mila hat mich mitten in der Nacht angerufen und hat gesagt, ich will jetzt heiraten. Warte. Deshalb können wir auch keinen einladen. Und ihr habt mich nicht angerufen? Das war mitten in der Nacht und wir hatten nur zehn Minuten Zeit, die Hochzeit zu planen. Fick der Scheiße. Ich bin doch Standesbeamter. Ja, aber der Kaiser hat uns getault. Der Hokage von Los Santos. Der Hokage von Los Santos. Genau. Da hat er diesen Naruto-Walk auch drauf. Weiß ich nicht. Kann sein. Läuft ja immer so mit den Händen nach hinten. Ach, das meinst du jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe nur nie gesehen, dass der so rumgerannt ist. Mal fragen. Wenn er das nicht kann, ist er nicht der Hokage? Ich frage den. Aber ich habe seine Nummer nicht. Ja, das ist scheiße. Hier, ich habe mal eine Frage. Hast du was gehört, dass Amalia eine Privatpraxis hat? Wer ist Amalia? Die alte vom, äh, Pillbox? Ne, ich habe nur gehört, dass der Wage aus dem Pillbox irgendwie bei den Aztekas jetzt abhängt. Ja, das weiß ich. Kisha. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Mali ist. Ich glaube aber nicht, dass das möglich ist, weil Dr. Chuck macht das mit den Hausärkten. Ja, aber Dr. Chuck hat mich gestern gefragt. Und ich habe, glaube ich, nicht von ein paar Leuten die Nummer. Dr. Chuck geht nicht dran. Hast du von Kendrick, von den alten aus der Grove noch die Nummer? Hm, boah. Ne, aber von Silber. Ja, von Silber kannst du... Ne, Kendrick nicht, aber Silber habe ich. Ja, Silber war cool. 24. Ja. 51. Ja. 80. Cool. Ich gehe kurz dem Sigi was geben, Popcorn. Ja, alles klar. Sigi! Ich höre auf Kling ist bei Flachhose. Sigi, der Schöne. Ja? Ich habe noch was für dich. Oh Gott. Ich will nicht hauen, bitte. Nein. Bitte nein. Warte. Ja, weiß. Kannst du deine Karam holen. Ja, ich komme gleich. Ich habe so gesehen, ich habe eine Freundin in Hose jetzt deswegen. Nein, Sigi. Das war eine hektische Bewegung auf Lament. Der Woi und ich... Der Woi ist ja momentan irgendwie, glaube ich, in Grape Seat. Woi? Ja, und der macht ein bisschen Urlaub im Grape Seat. Okay. Und der Woi und ich waren mal nachts unterwegs und dann haben wir einem Typen was abgenommen, was er uns verkaufen wollte. Okay. Und das wollten wir dir eigentlich schon bringen. Schon länger. Aber bisher kamen wir nicht zu. Und da du jetzt gerade hier steht, das kann ich dir erst ergeben. Das kriege ich von dir? Das habe ich da auf meinem Motorrad. Ich will keine Pakete ausmachen, wo ein Kackegeruch rauskommen. Nein, das ist was. Das hat was mit dem Club zu tun. Das ist eine Jacke. Von euch. Der Schock 2. Lass mal rüber. Okay. Und auf diesen... Komm mit, ich brauche irgendeine Deckung. Der frisst mich auf. Nein. Wir sind Freunde. Achso, okay, Leute. Wir können da gehen. Ich bin nur nicht mit Don Sandro befreundet. Ich hasse Freunde. Wir hassen Sandro. Ich hasse Sandro. Ey, ich mag auch Leute, die hier nach... Du magst Sandro. Du hängst doch mit Sandro mal ab, oder nicht? Ich heiß nicht Benny. Ja, du heißt Benny. Ich kann schon. Warum sollte er Bennys heißen? Wenn dann heißt er Benny. Er ist heiß auf der Schild aus seiner Jacke doch. Ja. Hast du Lost oder was? Da vorne ist mein Bein. Genau. Heißt du Lost? Nein. MC. Wer hat mein Mopel umgeschubst? Äh, das war, äh, Sandro. Das war er auch, ne? Hab ich gesehen. Irgendwann schiesse ich dir mal in die Fresse. Du sagst, du bist befreundet mit Sandro? Ja, wir haben ein bisschen Stress. Oh. Guck mal, ich habe das hinten drauf geschnallt. Ja. Ha! Ja. So. Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Das kommt von mir. Bei wem hast du die abgenommen? Weiß nicht mehr, das ist schon länger her. Wie lange ungefähr? Bestimmt zwei, drei Wochen. Das muss immer nur verschenkt. Bitte Abstand. Weißt du noch wieder aus? Ich glaube, der hat rote Haare. Gott. Gott. Hm. Rote Haare. Was ist das? Sag nicht Wade. Was? Der hatte so Haare wie der, aber das waren nicht. Was ist das? Was ist das? Nee, oder? Warte mal, Wade hatte doch auch eine, oder? Ich weiß, wen. Nee, Wade hat einen Angelstock. Du meinst bestimmt fucking Cobain. Nein. Wann da so geredet, als würde der irgendwie Tierwinder im Kanton nachsprechen? Warte, ich glaube... Nein, wirklich? Nein, wirklich? Nein, wirklich? Dann mal der. Warum gehst du noch mal auf? Ich hab die Hand weggehauen. So. Du hast mich voll getroffen. Ich bleib jetzt liegen mich tot. Aua. Kann ich mal jemandem hochhelfen? Das war bestimmt Jordan Cobain. Ja, ich glaub, der war mal ein PD. Ja, das ist Cobain. Habe ich nie wieder gesehen. Nachdem er uns einen Untergrund, äh, Barrio gezeigt hat, da unten im Untergrund, da unten den Kanälen, da eine zweite Welt aufgebaut hat. Ich glaub, die Welt hat ihn da verschlungen. Auf jeden Fall wollte Roy das auch abgeben bei ihm nehmen. Na, du weißt schon, warum wir mal bei euch waren. Ja. Das Zeichen des Respekts und so. Nicht, dass einer da mit dem Club Sachen scheiße baut. Ja, vielen Dank. Was bin ich dir dafür schuldig? Boah. 200.000? Sonst kannst du die Jacke wieder haben, warte. Was? 200.000? Niemals, Mann. Auf gar keinen Fall. Ja, war nur Spaß. Nichts. Geil. Außerdem riecht deine Hand komisch. Ich weiß. Ich war schon heute sehr lange unterwegs. Aber sie ist echt cool aus, Mann. Ja, ja. Ach, du bist nur mit der Vize-Präsi. Ja, Mann. Kommst du mal kurz, bitte? Frag mich wie. Nix schuldig. Eine Hand durch Sterne. Perfekt. Irgendwann brauche ich noch Schutz oder sucht. Ja, wenn, also immerher damit, ne? Dann komm ich zum Siege den Schönen und. Wenn es um Schutz geht, dann sind wir ganz klar, ganz, ganz vorne, ganz klar. Das wird ja so auch ohne Kompromisse. Ne? Da sind wir, äh, da sind wir eins, was Schutz angeht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß, was wir noch ein bisschen üben, aber das kriegen wir hin. Oder nicht? Warte, ich meine, guck in den Drücken. Oh, was? Was? Ich guck mal, ob der mich abknallt. Das ist gleich. Das MD bringt dich ins Prison. Ist irgendwas? Bitte. Bitte. Hallo, Jörg. Hallo, Kenny. Hey. Hallo. Ach, du schon wieder? Ich schon wieder. Klar, was machst du denn hier? Ich, ich bin, ich wollte mit Don Sandro quatschen. Und mit Kenny im Pfad. Ach, du stehst ja auf der Straße dran, weil ich hab ein bisschen Kleingeld. Kann ich das haben? Na ja, was machst du denn dafür? Naja, ich kann ja hier mal den Stift aufheben, ne? Oh Gott, ich muss das hinnehmen. Kannst du wieder hochkommen? Ach, scheiße. Ich bin übrigens auch Bauarbeiter. Ja, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Aber dann mach wir da auf damit, oder? Dankeschön. Na klar. So billig hätte ich noch nie einen. Ich bin Zeugler. Ja, billig, billig ist mich immer gut, nicht? Oh, na ja. Hey, du bist doch der Türsteher aus dem Titi-Twister. Nee, Titi-Twister, so als er doch nicht. Ach, Unicorn, Unicorn. Ich glaub, du meinst einen Tod-Moden. Ja. Was ist der? Ist der legendäre von Keats? Hm, mein Kumpel, der war der Architekt. Was? Der hat das gebaut. Den Keats? Nein, ein Titi-Twister. Den ganz bekannten. Ja, kennst du den, Ronny? Sein Kumpel war's nicht. Ja, wie? Und wie heißt er Baui? Ja, wie? Jaui. Jaui. Nein, was? Ich hab die Frage nicht verstanden. Jaui? 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 Ja, wie heißt denn dein Kumpel, der Architekten sucht? Ach so, das ist der Herr Juri. Ja, Juri. Ja. Juri kenn ich. Oh, von mir klingt jetzt doch gar nichts, das kann aber auch schon weiter sein. Wie waren Sie denn da im Titi-Twister? Ja? Ich hab da mal ausgeholfen, ne? Aber mein Stamm-Lokal war das nicht. Dann kennen Sie auch bestimmt den Kalle. Kalle? Ja. Kalle? Ja. Ja. Ja, der mit den langen blonden Haaren. Ich will ihn nicht enttäuschen, aber in 40 Jahren habe ich mehrere Kalles mit langen blonden Haaren gesehen. Das war früher Mabodin, die Siebziger Lassigen. Das war früher Mabodin, die Siebziger Lassigen. Haben Sie recht. Ich weiß auch nicht mehr, wie damit nach Namens. Das war so ein Lutscher. Na ja, du darfst nicht so viel Drogen. Ich bin immer nur ein Tollschulner. Ich will euch. Gries dich, Kattis. Wollt ihr mich einpacken? Blendend. Vielleicht werde ich jetzt im Vögel. Ja, schau rein. Ist offen. Ja, wäre ich auch jetzt eingestiegen und hätten wir abhauen müssen. Werd, entspann dich noch mal. Hey, hast du Lust? Ich hab was zu trinken für dich. Was dann? Ich darf nichts von Fremden nehmen, meine Frau hat mich. Das ist Mandy's Badewasser heißt das. Nein, das kriegt man da von Herpes. Scheiße, ich dachte, du wärst gern. Nein. Ganz sicher? Syphilis vielleicht, aber kein Herpes. Oh, dankeschön. Oh, das habe ich schon mal getrunken, glaube ich. Ja, schmeckt ganz gut. Das kostet 150 Dollar, ne? Ja, bei mir 200. Von Popcorn kriege ich das für 150. Ach, von Popcorn. Ja, und der steht da drüben. Ja, ich weiß, Popcorn ist ein Kumpel, alles gut. Soll ich den smoken für 300 Dollar? Was willst du den rauchen? Ja, smoken. Ich kann den abknallen, den verkloppen. Deine Existenz kann ich vernichten. Ich mach alles für Geld mit meinem Kumpelpinsel. Sind die Gangster? Ja, wir sind 07. Wir sind so eine Weltnergruppe. Ist das 07? 07 heißt die. Das ist die Clique. Ist das nicht so ein Fan gewesen, 07 oder so? Ja. Ja doch, das mit den Las Vegas, ne? Glaub ja. Und wofür sie das 0? Da würde ihn Terry Benedict beklauen. Du brauchst doch nur Golden Girls. Nein, haben sie nicht traut, Chef. Und meine kleine Farme. Die finde ich wirklich gut. Aber wofür sie das 0? Wofür sie das 7? Na, wenn man 07 auf Wienert macht, dann sieht das aus, als würde ein kleines Manneken sortieren. Und weil wir eine Söldner-Truppe sind, salutieren wir. Deshalb 07. Und den Weg. Soll ich das jetzt wirklich machen? Ja. Warum denn? Das war auch nicht. Das kann. Okay. 07. Oh, wirklich. Genau. Genau. Ja. Ja. Ah, du hast auch so ein Eierkapp wie ein O. Ja, ich hätte dir das Mondgesicht gesagt, aber kommt hin. Wir haben schon einmal gesöldnert für den Bricksamsee. Okay, also kann ich dich anrufen, wenn du mal einen aufs Maul hauen willst? Na, Caro. Okay, cool. Hm. Aber das muss mein O.G. Pinsenl entscheiden. Der ist der Ampfere. Der Pinsenl? Wo wofür sie das O.G.? Für Obergeschoss. Obergeschoss? Ja, er ist quasi die höchste Instanz. Aber wäre das nicht das Dachgeschoss? Nee, Obergeschoss. Weil unsere Gang hat kein Dach. Achso, ihr wohnt in dem Bunker? In einem Bunker. In dem Bunker? Aber da gibt es ja auch kein Obergeschoss. Ein Bunker ist ja entweder ein Hochbunker oder ein Schiefbunker. Na, Hochbunker. Oben das oberste Geschoss. Das ist das Dach. Ja, aber nee, ein Dach ist ja so spitz. Nee, kann auch ein Flachdach sein. Es gibt auch ein Flachdach? Das ist letztendlich. Gucken Sie mal die Hochhäuser an. Hast du da irgendwo einen Spitzsack gesehen? Mit so einem Kiebel oder so? Ich sehe gar nichts. Nö. Verstehe kein Wort, Alter. Okay, vielleicht ruf ich dich mal an. Ja, aber du hast... Frau Hartz, sie haben noch gar nicht mal eine Nummer. Oh, Schätzchen. Ich habe eine Nummer. Wirklich? Ja. Okay. Aber Junge, wie war dein Name nochmal? Mein Name ist Curtis. Ach, Curtis. Mit C oder mit K? Mit K. Wie der Rapper. Wie Curtis Blow. Nur ne Blow, dafür mit Kush. Okay, wir haben uns merken. Alles klar Curtis. Der Older rufen sie meinen OG an, okay? Nicht deine Hood, Popcorn. Nicht deine Hood. Dann... Ja, lass den Popcorn, du Penner. Seh doch schön an. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin alleine, ich kann mich heute nicht schwören. Ja, pass auf, was du sagst, Curtis. Ich hab nur mich und meine Knarre. Ich hab nur die Hälfte von denen. Pass bloß auf. Aber genau dieselbe Situation hatte ich doch vor drei, vier Tagen. Ja, deshalb halt auch ne Frau und ne Mann nicht gejumpt nur. Statt alle. Ja, das war ziemlich unfair, ne? Naja, eigentlich nicht. Außerdem haben wir dann später uns Dings. Du konntest jemanden fahren. Ja gut, stimmt. Zeig mich mit dem nackten Finger auf fremde Leute, Fred. Wir sehen uns, ne? Ich kaff's so hart und Türsteher. Du wusst an Sandwo. Der will meinen Tod, hier bin ich. Grüße. Ich werd nicht einen Tag für Ingo und den Diener sein. Das willst du nicht machen. Ingo! Ingo ist ein Idiot. Ja, du hast Ingos Emotionen schwer verletzt. Warum? Was hast du gemeint? Ich weiß nicht. Ingo ist ein simpler Mann. Du hast ihn Statist NPC genannt. Du hast ihn ausgebucht, während er versucht hat zu reden. Ingo ist wie ein kleines Schulkind. Er ist noch jung. Ja, aber was ist ein NPC so schlimm? Na, ihr baut Pannaklick? Ja, der fühlt sich davon wahrscheinlich angegriffen. Ich sag's dir wie es ist. Der Ingo, der hat nicht so viel, worauf er sich verlassen kann. Wenn er dann mal Glück... Der gibt schon sein Bestes. Der gibt schon 100%. Der sitzt da im Gerichtssaal. Und gibt alles, was er kann. Alle Augen auf ihn. Korrekt. Er war so aufgeregt. Und dann sagst du so gemeine Sachen und er steht da vorne. So viele Leute haben auf ihn gesehen. Und du hast ihn wieder gemacht. Freakshow. Alle haben auf ihn gezeigt mit den Fingern und gebutt. Du bist der Dicke. Du bist der Dicke, der den Dicke an die Pausenbrote wegzieht. Für meine Verteidigung. Es wäre niemals so weit gekommen. Hätte der Macaroni nicht mein... Hätte der meinen Deal angenommen. Ja, aber was ist das mit dem Arm Ingo zu tun? Der sitzt da und scheiß sich in die Hose verangst. Und du... Um Scheiße. Ich dachte, das wäre ein Gangster. Ja. Alter, der kommt aus der Shisha-Bar. Ja, korrekt. Also Ingo verbringt mehr Zeit in der Shisha-Bar als auf der Straße. Also von daher wirklich. Gangster-Kamera. Der ist nicht freundlich über ihn. Aber das ist schon... Also das würde Ingo auch von sich selber sagen. Er hat mir jetzt schon 10.000 Bilder über Telegram gesendet, wie der irgendwie in der Shisha-Bar sitzt und gesagt, Oh, ich brauche noch eine Stunde. Ich komme noch nicht raus heute. Aber ich verstehe nicht, warum Sandro nicht mein anderes Angebot angenommen hat. Das ist mit der Software. Wie heißt... Wie heißt... Jokoladen-Eis? Hab ich es in der Tüte? Weißt du das Macaroni? Naja, wegen... Irgendwie zwei Chips oder so. Irgendwie... Jau. Ja, ich habe mir eigentlich gesagt, das ist eigentlich geil. Jau, das ist richtig geil und super selten auch. Ja, eben. Wärtschokoladen-Eis. Aber sie wollte ja nicht drauf eingehen irgendwie. Aber Don Sandro meint, das wäre zu wenig oder so. Und die Dinger sind eine Menge wert. Ja, ich glaube 10.000er Stück, oder? Also Roxy von Bennys hält uns 13.000. Ey Leute, ich bin hier reizig dumm und ich weiß, worum es geht. Könnt ihr mir mal kurz erklären, worum es geht, bitte? Wir waren mit Ogi Pinsel, da waren wir bei Don Sandro und den Männern. Und dann hat Don Sandro gesagt, ich muss das wieder gut machen, wenn wir Geschäfte machen wollen wegen dem Cannabis. Und dann habe ich Don Sandro angeboten, dem so Chips-Dinger zu geben, wo man Autos kaufen kann. Aber Don Sandro hat abgelehnt. Ah, verstehe. Obwohl die unheimlich selten sind und wertvoll. Ja, er würde so eine Gründe für gehabt haben. Ah, grüße El Ingo. Scheiß Ingo. Wir sind am Stadtpark, schnapp dir einen schnellen Wagen und komm hierher auf Flickabank. Sag ihm, das ist sein... Komm, komm ihr seid sechs Leute, jetzt können die mich einpacken, jetzt habt ihr eine Chance. Bitte? Nix. Jetzt habe ich keine Zeit. Nee, 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 das Ding ist durch, da hatte ich Lust drauf, aber... Pfff... Nee, 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 nee. Etwas haben du und Maccarino eigentlich gerade die ganze Zeit übergemacht. Ach, wir waren spazieren am Strand. Ach, wirklich? Am Strand? Hm. Mensch, schön. Das heißt, was das schöne Luft ist. Du hast doch auch einen guten Spürsinn, ne, Jörg? Hm? Und mein, du weißt über alles Bescheid. Inwiefern über alles? Hm. Soll ich mir die Ohren zu halten? Du verstehst sowieso nicht, was wir hier sprechen. Okay. Aber ich weiß auch tatsächlich gerade gar nicht, was er mir hinterstellen will. Na, du hast einen guten Spürsinn. Sandro, nimm jetzt mein Angebot da mit dem Tripling. Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich will, dass du das wirklich wieder gut machst. Ja, aber ich mach das nicht. Das mit der Ingo-Sachen mach ich nicht. Naja, okay. Dann müsst du da noch ein bisschen drüber nachdenken. Manche Entscheidungen brauchen Zeit. Manche Entscheidungen brauchen Zeit, Jörg. Manche Entscheidungen brauchen Zeit, Jörg. Man muss auch mal über seinen Schatten springen, ja? Wir müssen was ange... Ingo, warum bist du so verletzt von mir? Ich dachte, du bist ein Löwe, mein Bär. Seit wann verletzen ich Wörter? Hast du verletzt? Was willst du von mir? Ja, die sagen mir hier, ich hab dich verletzt. Aber ich soll das gar nicht mitbekommen. Ich bin da verletzt. Kollektiv verletzt. Warum? Ich hab grad gemeint, Ingo ist so... Du Verbrecher, du... Ja, und der eine von euch ist auch mit Knarre ausgestiegen. Also, Leute, wir haben jetzt... Ja, bitte. Hallo? Sind sie wieder aufgetaucht? Naja. Ich glaube, der ist umgekippt. Ja, ich glaube auch. Und er ist eingeschlafen. Das kann gut sein. Aber Eis hat mich gerade angerufen. Na, meine, die Karren sind fertig. Welche Karren? Na, meine. Und seine. Äh... Und wir wollten gleich noch zum Parkplatz Inspiration sammeln. Äh... Achso, ja, da sollte ich ja sowieso mitkommen, hast du gesagt, oder? Ja, da können alle mitkommen. Jeder hat da Mitsprachrecht. Na ja, dann kommst du halt gleich rum. Ich komm gleich. Alles klar, dann bist gleich. Ist gleich. Also, Ingo, stimmt das jetzt nicht? Oh, warte. Sorry, Curtis, aber hier ist... Ich... Sie fühlten nur für die Amigo. Ja, ja. Ich will das... Pass auf, Männer. Ich will das nur wissen, deinem Schlagschab. Hä? Habe ich deine Gefühle verletzt, Ingo? Nee. Indem ich dich Neighbor-Pandacleck genannt hab. Hast du die nicht gerade noch gesucht, Sandro? Nee, nee. Ich hab dich nicht verletzt. Achso, du hast mich nicht verletzt. Weil, wenn du auf mich schießen würdest, dann würdest du nicht mehr aufstehen. So sieht's nämlich aus. Also, ich hab auf dich geschossen, aber warst du nicht dabei? Nee, ich war nicht dabei. Warst du nicht dabei? Nee, nee. Ingo weiß gar nicht, worum's geht, glaub ich. Ja, da fragst du den Falschen. Typisch Amigos, Wilder. Keiner weiß, was die andere Hand macht. Schnauze! Ja, weil bei uns hat jeder gleich viel zu sagen. Mann, warum verhauen die mich denn nicht, Alter? Ich bin komplett alleine. Wer ist er denn, Alter? Oh, der hat das so unangenehm mit dem Aufschließen. Der weiß die rechte Hand einfach nicht, was die linke macht. Ja, der Ingo ist sauer auf dich. Du hast den beleidigt. Und er weiß einfach von gar nichts. Natürlich lege ich Feuer. Wir können ja, wir können ja so ein bisschen. Also Pinsel und ich und O7 so gegen die... ...so ein bisschen Erzrivale machen. Aber das wird halt nie richtig deep reingehen irgendwie mit... ...mit krassen Schießereien oder sonst was. Weil das ist eher... ...aufgrund der Vergangenheit, die wir haben, so... ...lustiges Crime oder lustiges Dings. Du merkst, dass Mila nicht da ist. An und inwiefern... ...ja, der letzte Satz war richtig gut. Da hat keiner was zu melden, außer Sandro, Alter. Kann ich versuchen, aber wir haben eben schon was. Okay, Pinsel dodge, der kriegt halt nicht hin. Warum auf...? Hallo? Ist der Server gerade noch abschmieren? Was ist der Server gerade am Abschmieren? Habe du schon nach Schläge gedacht? Nein, das habe ich ja Ohlze gesagt. Ich kann nichts machen. Hat der selber Schluck auf? Oh, boah. Du hast vor dem 5 Sekunden 3 Jungs ausgenommen. Klar, dass die auf Schlauble... Nein, ach Quatsch. Ach Quatsch. Niemals wird der Sandro so denken, oh, guck mal, der Laser mit dem Boxen voll rein will. Wir greifen den jetzt deswegen nicht an. Das ist Quatsch. Unsere Dinge denkt keiner. Ich kann nichts machen, Alter. Ja, an der Server liegt, glaube ich. An sowas denkt der nicht. An sowas denken die überhaupt nicht, die ganzen Jungs. So wie ich vorhin gekämpft habe, kämpft man doch im RP eigentlich nicht. Deshalb fragt man doch vorher mal, willst du unfair kämpfen oder normal kämpfen? Was war denn das jetzt? Ja, ja, wir sind gerade in der Geiselnahme. Okay, bis später. Ruf mich mal an, das ist wichtig. Okay. Viel Glück. Wir sind gerade in der Geiselnahme, Alter. Sanpai Kinzel. Ja, was geht dir? Kannst du gleich auch mit? Ja, wohin da? Na, wir wollten zu diesem Dings hinfahren, Parkplatz, und überlegen, was wir denn machen könnten. Oh, hi. Ja, genau. Bin ich bei Mitte bei. Okay, aber Roxy, dann wieder rum wie ein aufgescholltes Reh. Ja, du, das, ne? Ja, der hat bestimmt Dünnschiss, Alter. Was, war nicht ich eben noch der Komische? Warum drehen sie doch zwei Sätze auf den Dünnschiss? Ja, das ist doch was ganz Normales. Ja, kommt, ja, für mich ist es so normal, über Hentai zu reden. Ja, weil das, wenn du Durchfall hast, das ist doch ganz normal. Kann passieren, ne? Moment, dass ich über Hentai rede, wenn ich Durchfall habe oder Durchgefall an und für sich? Nein, boah, Kinzel. Ja, ich, weißt du, ich bin hier... ein Freak. Ich bin hier in das Land gekommen, um zu lernen. Warum wolltest du Eis töten? Frage ihn, warum er auf meine... Gut, wir sind halt beide einfach gefahren. Du lachst meine Karre aus, aber fährst hier so einen Ast. Hey, hey, hey. Aber dann nimmst du das zu persönlich. Ich werde jede Karre kritisiert. Was soll denn das für ein Baum sein? Das sind die Sakura-Blüte. Was für eine... Was? Sakura-Blüte. Sakura-Blüte? Kirsche-Baumblüte. Was ist denn das für ein Spoiler? Ach, richtig geil, oder? Nee. Weißt du, es kann ja nicht jeder in dieser Stadt halt so eine kleine Ding hier fahre, weißt du du? Ich muss halt was kompensieren, das hatten wir doch eben schon. Ach so, aber ich dachte, du bist über Durchschnitt. Ja, ich hätte mit auf jeden Fall. Guck mal, der ist so groß wie ich, der Spoiler. Kann man sich eigentlich da draus setzen, so umgedreht und dann Pommes essen? Also ich würde lügen, wenn ich das noch nicht getan hätte. Hast du schon? Natürlich. Boah, ich stehe verdammt viele coole Karren. Hi. Nein, nix, hi, Autos. Ja, sag doch hi. Also hi, ich stehe cool die Cover. Ist sie ja? Also hi ist sie ja. Hi. Genau wie auf Russisch, da. Hi, wie da? Hi. Da. Sie ist ja schon wieder sehr interkulturell hier. Ja, ich habe auch noch viel zu lernen von dir. Ich erzähle dir Mila erst mal von deinen komischen Oktopus-Geschichten da. Warte, wer ist denn Mila? Das ist meine Frau. Oh. Sie ist zu Hause und spielt mit ihren Dino-Figuren. Ah, warte, da war auch eben ein Gesprächsthema, eine kranke Haus. Das ist die mit der Quitschentje mit der Batterie. Ne, das habe ich dabei. Aber das gehört dir. Ich habe sie unterm Bett gefunden. Willst du mal dran riechen? Das ist echt komisch. Das riecht wirklich ein bisschen. Und? Weiß ich nicht. Vielleicht mal reinigen. Ich mag den Geruch. Oder so. Das riecht nach Freiheit. Komm, wir gehen zu den anderen und fragen, ob ich die Oktopus-Geschichten habe. Ich habe endlich die Nummer von Elie bekommen. Ich hatte die falsche Nummer. Von wem? Na, Elie. Aus der Emdi. Wie hätte ich dir auch geben können? Ich bin da. Ja, ich dachte, ich hatte die falsche und habe SMS geschrieben und da hatte ich nicht geantwortet. Da war mein Herz ein bisschen gebrochen. Weißt du? Tag, Sam. Hallo. Kommt ihr gleich auch mit zum Parkplatz? Ideen sammeln? Ja, klar. Und klar. Wann wollt ihr dann? Ja, sobald Roxy mit ihrem Durchfall fertig ist. Ja, okay. Okay, dann noch eine Stunde. Oh, ich schlag die zusammen. Ist das Pinsitz, Karra? Nee, meine. Wollt mir nichts zum Parkplatz? Ja, ich habe nur auf dich gewartet. Ja, aber ich musste mich gerade prügeln. Mit wem? Na, erst gegen Bricks MC und dann gegen die Amigos. Wieso gegen Bricks MC? Ich habe den Präsidenten getreten vom Motorrad. Und dann haben die mich gejumpt mit drei Mann. Und dann habe ich alle drei ausgenuckt. Ehrlich? Ich habe mein Lasso geschmissen. Wow. Aber ich finde den ohne Verdeck recht hässlich. Ich finde den geil. Voll das Mädchenauto. Hast du dir das aufgeschrieben wegen dem Ding ZR? Endgeschwindigkeit. Du musst ein bisschen am Motor was gemacht werden. Nur so einen Ticken. Fünf Prozent so. Nee, hast du mir nichts gesagt. Was habe ich dir vorhin gesagt, Oxy? Echt jetzt? Ja. Na gut, dann habe ich es verpeilt. Was ist das mit alten Menschen? Vergessen immer alles. Oh, komm. Oh, das triggert mich, ne? Oh, was ist denn? Da ist irgendwie ein Fehler zu Haaren eingestellt. Ja, sag ich doch, Schalpe. Sag ich doch. Ohne Verdeck ist... Das ist echt komisch auf so einem Verdeck. Habt ihr das abmontiert oder ist das einfach so... Kann man den wieder hochmachen? Nee, ist abmontiert. Ohne. Frag mich doch nicht. Nee, du bist doch Tuna. Ja, was weiß ich denn? Ja, oui. Ja, oui. Ja, oui, oh, wa. Was soll ich das denn wissen? Oh, das dauert jetzt wieder Stunden, bis sie fertig ist. Hm, hm, hm. Wenn man weiß, dass man mal der Vergangenheit abschließen sollte, es aber nicht schafft, ob man dennoch an so einem Ort sitzt. Was ist los? Nix. Alles gut. Ich war auch noch 15 Jahre alt. Boah, ich dachte, das ist wie nett und ich weiß ich nicht. Wo ist das? Oh, das kann sich mit einem Stunden handeln. Oh, 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 oh. Was geht o' Curtis? Ja, nix. Ich warte darauf, dass wir jetzt im Parkplatz fahren. Achso. Und Ideen sammeln. Oh, Ideen. Dann können wir mit Tucker quatschen und vielleicht... Oh, mit dem hab ich gerade schon gequatscht. Wo denn? Oh, bei JDM-Cars unten. Oh. Du weißt ja, was wir vorhaben, ne? Ja, ja. Ja, ich hab mal auch mit Ihnen drüber gequatscht gehabt. Äh, mit Ihnen, Jörg. Jörg, das ist mein Vater. Jörg, er ist dein Vater? Jörg, guck mein VNet-Profil an. Ich hab ein ganz altes Bild gepostet von mir im Power. Wirklich? Wirklich? Jörg, guck nach Curtis. Curtis? Ja, natürlich, hab ich die Erfolge dir ja. Oh. Der hat mich im Arm gehabt, der Wichser. Meine Mama war dabei und sein Side-Check auch. Warum hab ich Geld bekommen? Ja? Warum hab ich Geld bekommen? Hast du gesagt, was dir fehlt? Äh, ja, so viel. Genau. Oh. Roxy? Ah. Eine bereit war. Du bist der Heber, du hast Taka's Nummer. Du bist das auch wieder. Umsatzbeteiligung. Ja, ich geh mal kurz Taka auf die Nerven. Der freut sich immer, wenn ich die Anrufe sage, oh, Mr. Taka. Also Curtis, ich würde Itami-Jump. Der hat ganz viel Geld einstecken jetzt. Hast du Geld dabei? Die Leute fangen mich an, ob ich bei Bennys arbeite. Weil ich die jacke an habe. Komisch. Gern das nur. Ich hände die jacke gerne in schwarz. Ähm, ja. Das wäre eigentlich auch mal mit Taka quatschen. Wir sollen mal ein paar Textilien importieren. Ist so voll wenig Klamotten. Wird mal Zeit für ein paar neue. Mila hat eine Nähmaschine zu Hause. Ach, der Luschi ist auch da. Ach stimmt, Pinsel ist eigentlich mehr online. Schande, Junge. Gute Nacht. Schlaf gut. Hä? Was? Kann sie die bedienen? Na, Kau. Die bastelt sich doch immer. Die macht doch Kurspay. Ach stimmt, der Maier. Was? Das habe ich komplett vergessen. Ja, ihr macht doch Modemarke. Oh, wollte ich gerne. Kickerware. Ich wollte es nicht sagen. Ja, was denn? Warum? Das wäre dann cool, das Modemarke. Ich spüre, ich gebe dir 25.000 für eine Bauchtausche. Ich habe eine Beine. Ja, ich hätte gerne Taschen für Frauen. Hast doch eine, mal leise. Wie, du kannst beim Paletti Store verkauft doch Taschen für Frauen. Ja, da ist eine super hässliche. Eine einzige Handtasche. Nur, da sind auch so Handtaschen für unterm Arm. Ja, die sind eklig. Warum? Ich habe mir eine gekauft. Komm jetzt los. Ja, also voratmen, wir fertig. Das ist wie so ein kleines Kind. Das ist ja nicht vorordentlich. Aber wenn ich Jürg sehe, soll ich den grüßen? Hast du jetzt gleich einen Tacker? Äh, ja um 25. Hä, warum ist denn jetzt der Motor schon wieder aus? Ich muss doch die Leichten machen. Sag mal, hast du da an deinem Tablet eine Tastatur? Ist das nicht mein Touchscreen? Oder sind das deine langen Fingernägel? Ich weiß nicht, was du meinst. Die Gelb sind vom Tabak drehen. So, Alter, ehrlich. König, Mann. Warum bist du so jung hier? Ich will dir vielen Dank für den Prime-Sieben, 32. Monat. Grüße. Ach, Mann. Zwei Eulen nur. Ich bin enttäuscht, Chat. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ja, ich hasse das. Mir ist langweilig. Ich brauche immer was zu tun. Dann geh auf den Sack klettern, oder so. Park den jetzt raus, ne? Ke will du most. Ja, aber Itami muss doch gleich zum Tacker. Puh. Boah, der sieht... Was ist das für eine Karre? Der Linke? Draftat. Puh. Der sieht aber auch wild aus, ne? Puh. So wild. Gott. Äh, Curtis, warum rufst du mich? Ich steh hier. Nee, du bist Hokage. Hokage? Bitte, Shogu. Boah. Wie schnell fährt die Karre? Ähm. Ja, Mila. Ja, 240 werden wir richtig durchziehen. Jo. Was mit der Kurvenlage? Ja, die insane. Kostakwanda? Äh, 200. Ne, warte, 180. Ne, 200. 200, 200. Check mein... Wo? Wo? Schreib rein. Mein Pink. Oh, das sieht dick aus. Ja, wird euch auch immer in die Richtung raus hinauslaufen. Hey, Sex, ich würde gerne mal deinen Nasenlager pumpen. Ich sag's dir, bei der Karre irgendwas schlicht, das sieht halt am bösesten aus. Wie lange hast du für den Spruch gebraucht, Mila? Ja, ja, da kommt Captain My Carsten wieder. Du musst 28 verschiedene Farben haben, das ist kein gutes Auto. Ich glaub, das willst. Jo, das sieht echt böse aus. Junge, die ganzen Karren sind absolut insane, Alter. Und Marcy, danke schön für den Primester beim 64. Komm, 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 komm. Hop, hop, hop. Ja, wey, Itami musst doch gleich zum Tacker. Wirklich? Halt mal, ich petz dich bei Mila. Was? Ich verkopp dich. Nein. Warte mal, war hier grad ein Easy auf dem Platz? Nein. Er ist auch verschwunden. Warum verpetzt du mich schon wieder bei Mila? Na, weil du mich schubst. Nein. Itami, wann musst du zum Tacker? Ah, um 25, also, haben wir noch Zeit. Ja, sollen wir nicht erst da einfahren und von da aus dann zum Dings? Äh, nö, nö. Hä, klar, können wir warten. Ja, aber dann fehlst du gleich. Du sollst ja dabei sein. Okay. Wir brauchen Inspiration. Gut, dann machst du einen Angriff auf Tacker. Okay. Jo, dann können wir denen auch mal die Karren präsentieren. Hä, wollen wir dann mit dem Sex bei Sex fahren, oder was? Nein, jeder soll in seine Karre und dann zeigen wir denen die mal. Okay, guck. Dann weiß er, wo er Geld investiert. Warte mal, Tacker ist doch da unten. Paletti. Paletti. Ah, okay. Ich fahr' ich einfach hinterher, so. Okay, ist meine Karre und deine Karre fertig? Jo. Meine auch. Dann üb, du üb, Alter. Ab in den üb. Bepi, kommst du mit? Ey, jetzt schon? Der braucht doch... Boah, das soll mir nochmal wer sagen, dass der einfach mal was anderes ist, als die nur 50-Stücke haben. Hast du einen Tag hochgeguckt? Ey, Mila, der war richtig gut, Alter. Aber ich kann dir die Dinge, die ich denke, nicht sagen, weißt du, sonst krieg ich Bann. Aber warte nachher ab, wenn ich ausmache. Du hast da gewisse Dinge in meinem Gehirn getriggert mit dem Spruch. Mila, was sagst du zu der... Ach, die hast du vorhin schon gesehen, ne? Puh. Hallo, warum wird jetzt Kötzechen gemacht? Boah, ich kann mich nie zufriedenstellen, Shit, ehrlich nicht. Egal, was ich mache, egal, was ich versuche. Ist schick, oder? Wir haben schon wieder Viertel nach elf. Gibt mal wieder Zeit, dass ich so acht Stunden Streams mache. Hier wird nicht gespuckt. Und auch kein Kötzechen gemacht. Hier sind nur Giraffen-Emotes, erlaubt von Mila. Waren aber zwölf Stunden, ich habe noch nie... Das werde ich nicht schaffen. Ja, ich habe noch ein paar Jahre. Ja, ich habe noch nie... ja wie gesagt mein gott die man mit ihrer scheiß mucke cedric ist so ich fahr kurz in waschstraße die felge sind absolut perfekt junge erst mal wishy washy das vinyl ist super sexy und ihr ärgert sowieso die ganze zeit nur ehrlich das macht mich echt traurig für den neuen drafter hat der pinsel kein geld der ist pleite pleite frage ich euch mal nach eurer meinung guck wie die karriette aussieht wenn die geputzt ist da Geht's los? Mach auf! Weil du mir die Panzerscheibe einschlägst, fäng ich dich! Hast du Glück gehabt, hat er Bock schon! Das will ich jetzt richtig geil zu Rays von dir sehen! Richtig geil, richtig geil! Können und so! Mit 10,43 und ne Hubschrauber! Ja, aber wenn ich schnell fahre, sieht mich doch keiner! Das ist fähig! Mach er entspannt, aber auch ohne entspannt! Wir fangen jetzt hin zum Tucker? Ja, zur Tucker, ja! Wer fällt vor? Weiß ich nicht! Ich hab noch nie bei nem Nightride mitgemacht! Oh wirklich? Ja! Boah! Guck mal, ist das so semi-Nightride jetzt! Ja Kropf, fahrt vor! Na du fährst vor! Warum ich? Itami will das Auto! Ja, ich bin Beifahrer! O nicht! So, kloanna ist er jetzt schon sehr gut! Mh höh! Scheiße! Okay! Okay, gut! Er fährt nicht und so daher... Boah, 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 hä? 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 Boah, die Karre ist so gut. Ich weiß, welch ich trifft in seinem Drafter. Wurde was am Handling gemacht? Jawohl. Oh. Oh Gott, ich fühle das gerade so sehr schnell. Du hast richtig Bock drauf, oder? Boah, du kannst dir nicht vorstellen, Itami. Oh, warum? Ich bin gleich wie ein Kind in einer Schokoladenfabrik. Oh, wie in einer Schokoladenfabrik? Willst du immer überall deine Griffe reinstecken, oder wie? Na, Karo. Ah. Will, du machst kürzerisch in dem Auto. Oh, jetzt muss er aber richtig kürzerisch, Alter. Ja. Oh, dann hat er den auch hierhergefallen. Ach so. Ich geh gucken. Ich geh gucken. Wir gehen einfach gucken. Hier wird nicht gerast. Scheiße. Aber das ist so ein cooler Ort hier zum Driften, ne? Ja, ja. Welcher war das von denen? Weiß nicht, der hat mich nur angeschrien. Hier wird nicht gerast. Oh, Scheiße. Echt? Ich weiß nicht, was er alles gewisses er kann. Oh, oh. Ist das nicht der Fahrer? Entschuldigung, Herr Paletti. Ich wollte nicht schlafen. Das ist hier keine Rennstrecke. Ja, ich bin nur ganz schnell gefahren. Ich weiß, ihr habt viel Energie und ihr habt schöne neue Autos. Aber komm, bitte. Ich fahr ja auch nicht bei euch im Wohnzimmer rum. Aber du dürftest. Hast du denn gemacht? Du dürftest ruhig. Du dürftest dann jetzt zu Hause machen, was du willst. Ja, das dürften und fahren jetzt dann zwei verschiedene... Warte mal, bist du nicht der Vogel von eben, Mensch? Ja. Ach, du bist der Neue. Ja, gut. Warum bist du da... Mr. Paletti, warum? Warum? Mach das so. Ja, da vorne. Danke. Ja. Das ist die beste Idee gewesen. Was denn? Die Karren. Alter. Oh Gott, das Feeling. Schon schön. Oh Gott. Das kribbelt in meinem Bauchnabel. Ja, 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 ja. Aber wer wollte denn jetzt hier den... Ach so, du stehst doch vor mir. Ich stehe doch vor dir. Okay. Mr. Tucker. Mr. Tucker. Mr. Tucker. Mr. Tucker. Mr. Tucker. Okay, komm her. Okay, komm her. Komm her. So. Ich verstehe nicht, warum der Mayans-Typ eigentlich die ganze Zeit dabei ist. Ach das schön. Da geht sofort die Sonne auf, wenn ich dich sehe. Oh. Mit Jörg? Ja, ja. Ja, ja. Da würde ich jetzt gar nicht anfangen. Apropos Sonne, weißt du, was schön wäre, wenn was aufgeht? Mein Konto stand nämlich sechsstellig. Starte mit einer vier und endet mit fünf Nullen, du. Hä? Lass wir mal so stehen. Bei uns geht die Sonne auf, wenn wir keine Post von Klarna bekommen. Ja, 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 ja. Klarna hat das kleinste Problem. Jörg hat in Deutschland Kreditreformen aufgebaut. Die sind ein bisschen krasser. Da lachen sie alle. Lachen mal ruhig, du. Ach ja. Schön. Sehr gut, sehr gut. Jetzt sind wir ja eingekesselt. Ja, ich merke schon. Ja, toll. Ich nehme die rechte, du die linke Seite. Wie gewohnt, Junge. Wie auf dem Kiez. Bitte was? Sagst du? Nix. Weißt du, was deinem Kollegen hinter dir dreht? Den Stock weg, dann haben wir schon mal ein wenig. So. 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 Vielleicht schmeiß ich den. Ja, gut. Ach ja. Vor allem hab ich keinen Bock, der schwitzt Anabolika. Ja, der ist richtig am schwitzen, ja. Aber der zuhaut, da wächst kein Gras mehr. Ja. Das ist so schlimm. Da wachsen nur noch Bäume, Junge. Bäume. Steroidebäume, Junge. Also breit wie der Hafen, sag ich, wie sie ist. Ah. Ja, ich kenn seine Krankenakte. Ach, ja, gut. Ja, ja. Sehr gut, okay. Schön schön. Ist das deine Karte, Curtis? Jawohl. Ja. Ja. Ich liebe dich so sehr dafür. Oh Gott. Der ist schon. Gut, ist immer Geschmackssache, ne? Ja, ja, klar. Ist immer Geschmackssache. Alle seine Vinyl sieht aus dem Schwamm. Aber ich find schon mal gut, dass kein großer Spoiler dran ist. Und ja, Felgen auch nicht farbig, sehr schön. Ja, aber die andere Folie ist auch nicht besser. Das ist die beste Folie. Ja, ja, klar. Also generell Folien... Diese Hentai-Folie, die hat halt auch eine eindeutige... Die ist schon cool, ja. Doch, hat was. Ja, aber wenn wir jetzt noch die Lichter und die Lippe anbringen könnten, dann wäre das doch besser. Ja, ja. Wer hat denn das Auto getunt? Das muss ein Bote gewesen sein. Na, das war Eis. Das war's du. Ach so, stimmt. Schön. Schönes Ding. Ja. Was ist denn Lost Speed? Was steht da drauf? Lost Speed. Ich will ja noch füllen, dass da Paletti draufsteht. Paletti. Oh, guck mal, halbtransparente Motorhaube. Sehr schön. Oder Bennys. Vorhin wurde ich dafür kritisiert, Herr Tacker. Das mag ich ja. Ich mag das auch. Wie heißt die Strebe da nochmal? Ist das Domstrebe oder was? Domstrebe. Ja, ja, genau. Ja, schön, sehr schön, sehr schön. Ja, cool. Sehr gut. Habt ihr schon einen Plan, wo und wie und was? Oder macht ihr das noch? Schickt ihr das noch alles zu? Wir fangen jetzt gleich dahin und überlegen das hin. Sehr gut, sehr gut. Wir fangen zusammen, überlegen, quatschen. Genau. Denkt immer dran, nicht zu viel, ne? Weniger ist manchmal mehr. Weniger ist, ja. Ja, ja, klar. Aber so ein bisschen Beleuchtung und so, ne? Ein bisschen Beleuchtung, natürlich. Wir hatten halt die Überlegung, vielleicht dann eine kleine Hebebühne oder so zu organisieren. Ja. Dass Leute da auch ein bisschen dann ihre eigenen Karre rumschrauben können. Ist ja kein Problem. Wir können euch ja auch so eine mobile besorgen. Die können wir dann aufstellen. Wir wussten nur nicht, wie das mit Mr. Banks aussieht, ob wir da irgendwie... Bei dem wollen wir integrieren, aber... Weil Mr. Banks hat mir im Telefon vor kurzem erzählt, dass er da für seine Hanne viel Geld ausgegeben hat. Ja, ja, da haben wir jetzt auch Hebebühnen noch installiert. Äh, genau, dass da alle auch, äh, dass ihr da alle dann auch die Karren reparieren könnt vor Ort. Eine Tankstelle ist da unten drin, also mit so einem Gastank und Benzintank. Ähm, genau. Genau. Ja, wir wollten, wir wollten da nur keinen Interessenkonflikt oder so. Ich glaub dir ja, da gibt's keinen Interessenkonflikt. Also im Endeffekt die Finanzierung... Weil die Idee dahinter war ja eigentlich, sich da an dem Park da zu treffen, wenn man Bock hat auf Races, dann dann zum Beispiel gemeinsam da hochzufahren. Ja. Oder in der Stadt eben, ne? Oder Night Ride. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Und damit repräsentieren wir auch die ganzen Karren und dann kommen neue Leute, die die auch kaufen. Die Idee von der Halle bei Human Labs war halt einfach, dass man den Kopf so ein bisschen mal aus dem Weg gehen kann, wenn man so ein bisschen alleine sein will. Ich geh ganz kurz pinkeln. Ja. Chat, kurz weg. Cool. Nee. 도 Corinthians coins Passtras Passtras Vielen Dank. Hey, yo, what the dog doing? Das geht ab, Benzo. Hallo, Dankeschön. Mast, die hat mal vorgelesen, die hat mal. Chat, geht's euch gut, ja, ne? Oder alle müde? Oh, hallo, Herr Eisdealer. Ja, naja, gut. Vielleicht zauber ich da, weiß ich, dann kann ich dir das zukommen lassen, so als Überraschung für den Laden. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Oh, soll ich mir die Ohren zu halten? Ja. Sag ich mir die Ohren zu halten? Nee, nee, alles gut. Weil die Bude ist ganz cool, da hat er ja auch eine Werkstatt, da kann er sich ja dann auch irgendwie Tuna reinholen, ne? Und die dann vielleicht was machen bei ihm und so, weil der Showroom ist eigentlich ganz cool. JDM. Ja, das war so eine kleine Idee, wenn er mal Kunden da hat und wir mal Luft haben, dass wir vorbeikommen. Aber da muss halt noch mehr passieren im Außenbereich, aber ich habe keinen Bock mehr für jeden Gedanken zu machen, da muss er halt selber drauf kommen. Ja, klar. Dann können wir das machen. Bisschen mehr Beleuchtung, cooles Logo, die ist das. Ja, Hauptsache kein Feuer. Oh Gott, ja. Och bitte, neben jedem Parkplatz. In der Eastside brennen auch noch fünf Stück, glaube ich. Oh, da keiner wohnt. Der Kamageddon-Typ. Das ist schlecht für diese scheiß bunten Lichter. Kamageddon? Ja, nicht Kamageddon, wie hieß der? Der Kar-Hunter in Palito. Kar-Hunter. Der hatte vier Feuer übereinander gestapelt am Eingang. Oh Gott, das Ding in Harmony ist auch richtig schlimm. Ich glaube, der hat 50 Karren draußen stehen. Ja, ja, ja. Er schwimmt komplett. Ja, ja. Naja, gut. Okay, alles klar. Wenn er bebraucht, ruft an. Dankeschön. Bis dann, ciao. Sag mal, Tacker. Wieso führte der Juwelier den Ring eigentlich nicht mehr, den du da anhast? Wie, der führte nicht mehr? Der hat den nicht mehr. Ich hab' ich mal getragen. In Gold und in Silber. Der hat den nicht mehr? Der hat den einfach nicht mehr. Ach, Mensch. Das ist aber ein ganz schlechter Juwelier gewesen. Das ist aber ein ganz schlechter Juwelier. Da würde ich mich aber komplett schämen. Würde ich mal Geisenname drin machen oder so. Ja, 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 ja. Wie, da war gestern ein Geisenname? Das wär' super. Alles klar. Perfekt. Haut rein. Alles klar. Bis dann. Äh, Park was? Yes, sir. Du fährst vor. Was? Warum immer ich? Ach so. So, dann wünschen wir uns noch einen schönen Abend. Alles klar. So, dann wünschen wir uns noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Habt einen schönen Abend. Tschüss. 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 Mein Junge hat er gesagt, habt ihr gehört? Ja, er hat mir ein Junge gesagt. Also, Papa. Oh, das ist doch mein Papa. Oh Gott. Jo, das wird so teuer, ne? 90.000 gegen 2 Millionen. Das sind jetzt 2,4 Millionen, ne? Auferliste. Oh, der Morales steigt aus. Der Morales steigt aus. Ja, ich kann drüber kommen, ey. Morales, kriegt man das Auto um. Ja, ja. Ja, Roxy, du bist am Arsch. Schockt mich nicht. Ganz toll, Roxy. Ganz toll, hast du wieder gemacht. Schön, Roxy, schön. Hast du richtig gute gemacht, Roxy. Immer wieder fette Näppchen. Wie kann man so blöd sein? Ja, ist mir passiert, dass du gesagt hast, alles gut. Fahr doch. Warum immer ich? Meine Güte. Fahr. Oh, da darfst du nicht machen, die Palettis-Rammi, Junge. Da kriegst du dringend einen Knebel, Alter. Geh, geh, geh. Die Karre ist so brutal, ne? Ich werde die auch nicht anmelden. Scheiß drauf. Ich muss nur noch lernen die zu fahren. Aber clean. Fast. Alles gut? Aua. Baust du mal was? Meine. Meine. Baust du mal was? Nein. Boi. Boi. Das haben wir vorhin gesehen. Ich hasse euch. Das stimmt, war nur eine Hecke, Junge. Ja doch, die Rücklöschen sind kaputt. Bist du eigentlich wo wir, wo wir das, ah jetzt zeig ich euch jetzt, wo ich jetzt hier. Ich lasse die Karre reinfahren, Alter. Ja. Weil die dumm sind. Ja wie. Weil die zu hohem sind. Kann man die Untergrundleuchtung eigentlich im Standort machen? Ohne Motor? Nein. Nein. Ich muss den Motor anlassen. Dann hast ich den Namen. Ohne wäre schon geil. Einfach nur Standlicht. Ich bin grad voll in die Hecke gefahren, die Tami. Also. Meine Rückleuchten sind kaputt und mein Ding sind verbogen. Guck mal, wir haben uns nochmal den anderen da drüben angesehen. Der ist um einiges besser, finde ich. Ja, ja klar. Ja, aber ist viel zu klein. Der ist größer als der hier. Nee. Bei Roxy ohne Scheiß. Ich finde den auch tausendmal, also der wirkt optisch viel größer und viel besser. Und der ist viel hübscher. Bei Roxy, du kannst jetzt nicht. Ja, aber ihr müsst dran denken, dass eine Chillerecke leuchten oder Lichter. Da ist ein Gebäude. Und eine Hebelbühne. Ob man das Gebäude vielleicht ausbauen kann? Na dann lass doch. Was meinst du denn mit ausbauen? Da sind Räume drin, du Idiot. Ja, nein. Hübscher machen. Vielleicht ein bisschen offener. Wir können ja nochmal rüberfahren und dann nochmal gucken. Ja, nochmal machen. So mit Werkstatt und so. Und der große Parkplatz direkt neben der Brücke gar nicht? Nee, nee, nee. Ja, hier drüben ist eigentlich auch cool. Aber Chatter, das ist doch viel kleiner, oder? Ja. Jawohl. Ja. Weil, guck mal, ihr ist auch geilere Location, wenn man Bilder machen will. Ja, das stimmt schon, ne? Chiller-Ecke am Strand, oder so. Ich wollte grad sagen, oder einfach hier, wenn es unbedingt hier oben angeht. Ja, aber pass mal, pass mal auf, was mir dann einfällt, anstatt dann eine Chiller-Ecke, dass man hier einfach, also nicht das komplette Gebäude, ne? Weil da ist ja so ein... Ja, willst du nur diesen vorderen Teil hier anmieten? Ja, diesen vorderen Teil, vielleicht so einen Raum rein, mit Sofas, vielleicht die Möglichkeit irgendwie so Getränkeautomaten, Snackautomaten, sowas halt, weißt du? Ja, vorderer Teil anmieten, bisschen Möbel, ein paar neue Möbel bestellen, zwei, drei Automaten. Ja, das klingt gut. Und dann einfach auf chillig alles. Und hier vorne ein paar Lichter hingestellt und eine Hebebühne. Oder anders machen, das hier, die Tür offen lassen, dass da hinter die Hebebühne ist, und dann so ein paar Snackautomaten, alles. Nein, guck mal, hier ist doch sogar ein Garagenzugang, wo man dann rein theoretisch sogar so ein bisschen einen Karren rumschrauben kann, wenn nicht alles durch. Ja, das ist egal, wo wir hingehen können, das wird immer passieren. Echt? Ich glaube, auf der Seite hier vorne. Und ich schließe mal das Auto ab, Alter. Das kann sein, dass ich mich grad mies täusche. Ich bin der Meinung, hier gibt's einen Garagenzugang. Darf man sich jetzt, ja, wir haben da rechts eine Tankstelle. Du kannst leider bei GTA auf den Tankstelle nicht chillen, denn da explodiert immer alles. Da muss nur einmal die sinken. Ja. Na, man meint. Also ich muss echt sagen, das ist doch schon cooler hier und die Parkplätze sind glaub ich gleich. Das ist viel cooler. Ja. Und wir haben halt sogar mehr Parkplätze. Du hast so gesehen mehr Parkplätze und das ist viel hübscher, diese Aufstellung, weil... Pass mal auf, was halt cool wäre, wenn diese scheiß... Müsste wieder weg sein, Zeit. ...Lichter dieser, als hier, ne, Dingsbums gab von Curtis und Roy, dass da ein Schloss ist. Ne, das war nur von Roy. Ja oder, ne, aber das da dran, dass man da jetzt ein Schloss dazu kaufen kann, dann könntest du die hier so ein bisschen verteilt auf dem Parkplatz aufstellen und dann sieht das vielleicht auch cooler aus und so ein bisschen bunt leuchtet. Guck mal, man könnte auch rein theoretisch da diese Wand, da wo dieses Pipeline in ist, irgendein Dinger drüber, äh, gleich kleben oder so, dann kannst du da auch wie so eine, äh, photo wall machen. Da kannst du deine... Ja, unter anderem, ist ja echt scheißegal. Äh, Mahomes, wir sind tatsächlich ein Parkplatz weiter nach links oben. Wie viele Parkplätze? Ich zähl mal die Parkplätze. Weißt du wo? Ja, dann guck mal, da wo das Pipeline in ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Äh, nicht Parkhaus. Okay, 16 auf der Seite. Wenn du quasi Richtung... Und 20 hier. Hm. Ey. 16 plus 20. 16. Pass, pass, pass mal auf, das ist cool wie hier. Ah, oh Gott, das... Wie was denn? Wie was denn? Wie was denn? Wie, was denn? Pass mal auf. Was? Wenn wir einen coolen Namen für die ganze Sache haben, dieses Neonschild weg und dann da ein neues Neonschild hin. Aber Pipeline klingt doch cool. 36. Wir treffen uns bei Pipeline. 51, 72, Bruder. Jo. Es, 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 es passt auch irgendwie. Pipeline. Jo, Pipeline in. Ja, aber dann müsste das Ding leuchten. Ja, das ist ja kaputt. Das ist ja kein Ding. Das kann man vielleicht sogar nur reparieren. Du hast was weitergezählt. Hallo, Panda. Oh sorry, hab ich euch durcheinander gebracht? 16 plus 20, 36. Ja, mehr als genug. 56. 56 Parkplätze. Es sind mehr als genug Parkplätze. Okay. Das ist mehr als genug. Nimm mal den Arm runter. Oxy. Och mann. Ne Hebebühne wollen die jetzt machen, dass Leute ausspielen können, dass die an ihren eigenen Karren schrauben. Anstatt die irgendwie zu Bennys zu bringen. Ja, komm doch anders. Und du hast halt diesen Ausstieg. Deine Ausstieg finde ich. Äh, Autos. Ja, solltet ihr nicht auch noch irgendwie so Hilfe bühnen und so ein Kram? Ja, aber da meinte Tucker doch. Sollen wir dem Bescheid sagen? Kriegen wir so mobile Hebebühne und alles? Wir kriegen sogar nur mobile, wenn wir wollen. Oh, das ist doch das kleinste Problem. Ey, eine Frage. Kann man hier rein theoretisch, ne? Bei der Location, damit die... Der Hintergrund sieht heftig aus, keine Frage. Aber vielleicht so vereinzelt noch so zwei, drei Peilen pflanzen lassen? Na klar. Das ist absolut gar kein Problem. Ja, aber das wäre doch ultra geil. Stell dir mal vor, rein theoretisch. Wenn du von hier jetzt quasi gerade aus der Nase guckst, ne? Und da ein Foto machen willst. Ja, dann sehe ich den Asi noch auf den herzlichen Wixer. Also kann man hier Mittelsfinger zeigen. Den können wir ja rausschneiden, Curtis. Aber das ist halt schon geil. So eine kleine Holzterrasse dahin oder irgendwie so, Mann. Also mit Terrasse würde ich jetzt nicht machen. Je weniger Aufwand, umso besser. Guck mal, das haben wir doch... Wir haben doch da genug. So einen Innenbereich machen wir da rein und so einen Außenbereich. Mit Couch hin, dies, das. Steht doch schon. Das erinnert mich an diesen Film, wo die im Restaurant chillen am Anfang. Aber das ist eher Hookies oben. Oder wie das heißt. Ja, ja. Ja. Ne, aber ohne Witz. Dann könnte man die, wenn die Bar, wenn sowas möglich ist, auch in so einem leichten Retro-Stil designen lassen. Weißt du, was ich meine? So einen Tuner-Retro-Stil. Japanos-Teil. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen von allem so. Damit so alles, dass so ein bisschen von allem dabei ist. Hast du mich verpasst? Also mit einer Bar würde ich jetzt nicht anfangen. Ich würde so... Nicht in einer Bar. Einfach so eine Chill-Ecke so. So eine Lounge. Ja, ich würde die Tür da aufschließen. Dahinter hast du einen großen Raum und dann eine Chill-Lounge und so. Ja, klar. Mit irgendwelchen Automaten. Guck mal, nebendran ist ja draußen. So, da kann dann auch noch eine Couch hin. Ja, genau. Draußen auch noch eine Chill-Ecke wäre cool. Das stimmt. Die Ecke ist ja schon da. Ich würde sagen, die ist doch da. Dann bei der Aussicht fühle ich auch ein paar Palmen reinpflanzen. Ja, klar. Nicht zu viel. Vielleicht kann man ja irgendwie noch gucken, dass man so einen leichten Zugang noch zum Strand hat, dass man abends vielleicht nachts oder so noch eine Beach-Party machen kann. Für einen Gefall der Fälle so. Das ist ein Zugang zum Strand. Lauf einfach da runter. Ja, natürlich. Aber du weißt... Du weißt, dass ich meine, Vogel. Fick dich. Fick dich. Ich kann nicht schwimmen. Ich glaube nicht vielleicht zu sagen. Also, er gehört das. Wir können uns auch so Riesendonuts besorgen, wo man sich reinlegen kann. Du kannst da einfach runterlaufen. Ja, weiß ich. Ich sehe das ja von hier nicht. Von hier sieht es aus wie ein Abgrund. Ja, ja. Nee, nee. Da unten ist so ein kleiner eigener Strand. Ja, ja. Ist doch Hammer. Also, das mit dem Palmen fühle ich auch. Das mit dem Außenbereich, Innenbereich, ein kleiner, also mittelgroßer Raum. Ist auch sexy. Dann hier mit dem... Ich weiß halt nicht, ob die das rausgehen, weil das Voice alle Dinge sind, ne? Müssen wir halt nachfangen. Das ist ja nicht das Problem. Lampen haben wir an sich. Ja, aber da... Über ein Fahrradschloss dafür. Überhaupt, überhaupt Beleuchtung. So. Hier mehr Beleuchtung. Ja, aber da ist auch wenigerst mehr. Ja, stimmt auch. Ja, aber so ein paar Lampen kann man halt schon noch hinstellen. Ja, so ein paar Lampen. Ja, vielleicht einfach ein paar große irgendwie. Weißt du, dass das einfach, wenn du hier auf dem Highway fährst, dass das ein bisschen auffällt, dass das hier punkt ist, beleuchtet ist. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, die Bordsteine da drüben sind ja ein bisschen höher, dass man vielleicht seitlich quasi in diese Bordsteine rein diese Lichter platziert, dass sie quasi unterm Auto durchscheinen. Weißt du, wie ich meine? Ja, die haben das auch eine coole Idee. So, dass sie quasi von hinten so... Wie nennt man das? Indirekte Beleuchtung meinst du? Ja, so eine Art indirekte Beleuchtung, genau. Ja, oder man quatscht mit Tucker, ob die nicht einfach ein paar Palmen hier einpflanzen können und dann sollen sie um diese Palmen einfach coole Lichterketten binden. Das sieht auch schon wild aus. Ja, stimmt. Und dann einfach vielleicht diese Bodenlampen da, diese eingelassenen, ein paar Stück. Jetzt nicht unbedingt. Ja, das wird der Tanker schon auf dem Schirm haben. Aber das mit den Palmen oder so ein Dings drumherum, das sieht echt cool aus. Wo stehen die? Irgendwo in Los Santos stehen die sogar. Das war Warze, Warze, Warze. Ja. Ja, ja, aber ich hab mal, als ich im Urlaub war, gesehen, da waren Palmen gestanden, auch mit solchen Lichterketten drumherum. Die waren aber in so einem, weiß ich nicht, in so einem Purple zum Beispiel oder in so einem knalligen Rot, das sah echt gut aus. Das fällt dann halt auf. Nicht zu viele von denen, vielleicht zwei, drei Stück. Dann sehen die Leute da draußen so, wenn sie hier vorbeifahren, boah, geil. Ja, und wenn das nicht möglich ist, kann man immer die Palmen noch anleuchten, ne? Ja, richtig. Wie zum Beispiel Dings bei der Playboy Mansion. Da werden die Sachen auch angeleuchtet. Richtig. Oder guck mal da drüben. Da drüben könnte man auch dann quasi diese mobilen Hebebünen auch hinstellen, quasi an nem Zaun so, weißt du wie ich mein? Damit dir da keiner auf den Sack gehen kann. Ja, Platz ist auf jeden Fall genug. Ne, paar Standalpino, wenn der Chat auch Ideen hat. Weißt du halt, die Location ist halt wirklich, du hast Parkwächter da. Ich mein, diese Dinger hier irgendwie weg? Bro, du kriegst alles weg. Du kannst hier sogar ein Loch haben. Tankstelle ist direkt gegenüber. Ja, aber Tank ist da gegenüber. Genau, dann hätt ich gern ein Loch. 1,80x1,80. Zwei Meter tief. So ein Loch zur Tankstelle meinst du? Du kannst so Mülltonnen da vorne wegmachen und da die Hebebühne. Richtig. Ja oder so, genau. Da irgendwie so die Bastel-Ecke machen, sag ich mal. Oder diese Schau-Ecke. Wenn wir ganz krass unterwegs sind und der Tucker wirklich dinkst, dann kriegen wir ja sogar ne kleine Waschstraße oder so. Wunderbar. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Oh, das ist schön. Was dann? Ich krieg dir gleich was auf dein Tablet. Oh, nee. Ach doch. Ich vertraue mir. Ich will nix auf mein Tablet bekommen, das sind Viren. Nein. Du musst bedenken, Curtis. Die hängt ganz schön viel mit Kenzei rum. Keine Links anklicken. Ja, ich kenn das. Ach so, ja weiß ich. Ich bin ein Opa, Mann. Weißt du, wie lange ich schon lebe? Ja. Fünf Jahre. Scheiße. Also, also, äh. Ja. Ich würde nur nicht komplett übertreiben mit Lichter. Nee. Nur so ein paar Highlights setzen. Das ist nicht ganz so lame. Es soll auffallen. Aber nicht übertrieben mit auffallen. Hat einer Kippen bei? Ja, natürlich. Kann ich einschauen? Kann ich einschauen? Natürlich. Ja. Danke. Eine ganze Schachtel. Oh, danke. Kein Ding. Macht irgendwie Werbung für Zigaretten? Nee. Ich hab die im Überfluss. Ja, oder. Also, mit den Palmen ist cool, wenn die beleuchtet sind. Die Mülltonnen hinten weg und da so zwei Hebebühnen hin. Er hat echt wild. Und die Waschstraße könnte man rein theoretisch, äh, die Waschstraße könnte man rein theoretisch da links, äh, da rechts von der Einfahrt machen. Naja, wir brauchen ja nicht mehr nur Waschstraße, wo wir ein paar Putze reinmachen. Ja, aber wenn, ja, wenn die Möglichkeit da ist. Weißt du, was ich meine? Ja, einfach, ein Lappen würde ja schon reichen. Eine ganze Waschstraße. Ja, 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 ja. Hehehehe. 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 And Das geile ist, wir sind direkt am West Highway, ne, wir können einfach nach oben fahren. Die gehenüber aus einer Tankstelle, dann dann direkt eine Highway. Man könnte auch das ein oder andere race- an Tel-Ö-Was? Hehehehe. 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 Ja, sowieso. So, das hat ja sogar Taka gesagt. Ja ja klar, aber du hast halt ja direkt diese, äh, diese correcting.. Weil du Loudst ta Yummy fürerekpiele machst. Mhm, doch seid so gleich nicht breit. Richtig, dann kannst auch rein theoretisch die fetteste Aufstellung machen. machen und dann könnte ich eine schöne kleine kurvige strecke machen hier hoch hier ist halt auch nichts in der näher genau das aber mehr ganz alles hier mal glaubt mir die diese location eignet sich so gut da würde ich bin mir sehr sehr sicher dass hier wahrscheinlich hauptsächlich gefühlt jeden abend locker 15 bis 20 karten stehen werden die haben wir sogar schon bei den breiten gehabt dann ist halt nicht mehr wenn ich sehr place to be abend sondern steht man halt hier das ging cool ja und wenn wir die hebebühne haben können wir ein paar teile von bennys hierher bringen kann man auch mal hier wie sagt man das mobiles tun machen hier ja zumindest sachen zeigen so wenn die wirklich was haben wollen müssen wir einen burrito voll machen mit teilen und fertig ja eben so kleinigkeiten du kannst jetzt nicht sicherheit nicht machen oder eine lackierung aber meine also motorhaube sowas kann ganz als gewinne verwenden sind unterschrauben und so machen kannst halt optik optisch kannst du etwas machen ist auf lackierung aber sonst kannst du generell ja eigentlich alles machen also wie gesagt aus dem motor und ich hab euch das noch gar nicht erzählt hat der tag an mir gesteckt ja bobby ist sogar gerade dran so eine app zu entwickeln damit man rundenzeiten messen kann und so mit so sein sollen für die straße die kannst du halt aufstellen und dann kannst du quasi eine strecke machen richtig wild da ist der bobby wohl dran das irgendwie im wicken zu lassen was hier aber hin müsste kennt ihr diese kennt ihr diese wie nennt man es was meistens auch an so tankstellen steht diese figuren die ganze zeit so am rumzappeln sind wissen wie bei bei dings pdm ja ja genau genau das könnte man eigentlich so an der einfahrt einfach so ein wackel ich hab mir ist am wichtigsten dass es hier irgendwie putzeimer gibt weil ich mach meine karre echt auf sauber ja 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 am besten auch irgendwie ein wax oder sowas meinetwegen 200 dollar kostet aber die karre sauber halt wenigstens ein paar stunden bargeld dabei haben gott ich bin so oft am putzen alter kann man sich da rein theoretisch nicht irgendwo was bei irgendeiner billigen auslandspurma bestellen natürlich kann es einmal technischen alles klar das habe ich schon mal das habe ich schon mal vorgeschlagen da wurde mir gesagt ja aber wenn du grad für die türen treffen dann sind die dinge halt weiß gott keine ahnung woche oder monat limitiert oder so weiß ich kann ja natürlich auch sein dass die strafpalette dem partner gehört und die dann dadurch weniger geld verdienen und deshalb würde ich sagen die sollen vielleicht hier eine kleine damit verdienen dann keine ahnung dann oder die haben halt die kontrolle darüber dass sie uns quasi die ganzen eimer und so stellen nur an so tagen wo solche events sind weiß dass ich mein dann ich würde das halt fühlen irgendwo logos der firmen die da teilnehmen irgendwo an den wänden oder so da vorne roxy pipeline im steht die wand einfach die komplette wand überballern ja auf der einen seite bennys und dann hier wo und irgendeiner noch mal wand oder so ja ja ich bin schnacken zeilen ich hoffe dass sie sich das aufschreibt ach nein sagt doch sowas früher das ist ja mit gutem beispiel vorangehen können ja natürlich natürlich warte mal komm die hat schon was hier den flair wenn es erstmal richtig schick ist kann man sich gut vorstellen ich hab mit den logos fertig den ausreden weiter man darf den man darf den dings auch nicht zu viel arbeit geben ganz schlicht einfach lichter oder bennys hallo wunderschick wie geht's wie geht's wie steht's ich hab hunger was kann man sich denn gleich noch zu essen machen wackelarmigen windrutschen war an was ist das so was meinst du damit anscheinend kommt ja auch echt oft leute vorbei ne oh gott die kops werden so hassen ja das werden sich definitiv scheiß auf die aber das mit dem logo und so roxy ich meine das ist eine coole idee aber wenn wir denen so viel arbeit geben dann kann sein dass die sagen ne also ich würde es eher schlicht erhalten vielleicht kann man dabei einfach bennys transprayen ne ich würde auch keinen namen ran taggen ne weil dann ist das wieder ein offizieller bennys platz hier ja und das ist ja einfach nur so eine öffentliche szene dann kommt irgendjemand wieder und sagt warum steht mein name da nicht dran und ich finde den namen auch cool der USA der pipeline mhm du willst wieder überall deinen namen stehen haben ne mhm du willst dich wieder überall verhebigen du bist größten wahnsinnig nö doch aber das mit den palmen fühle ich ja auch wenn die da welche welche sind ja siehst du sag ich ja wenn ich dich will ja auch wenn da nur normale sind die nicht beleuchtet sind weißt du was ich mich am meisten freue wenn wir den westhighway irgendwie ein rennen fahren und hochfahren diese eine kurve nach diesem Viechrestaurant oh god das wird so knallen das wird so eklig das wird so gut wir könnten sogar zum Dings gehen zum Guni von Mirror Park ja die Ampschlepper können die auch immer einladen ey wie nennt man denn diese diese kurve diese Park wo die Parkplätze hier quasi voneinander trennen diese weißen Öcker da Buckel Buckel ich weiß nicht wie man die nennen du meinst diese Speedbegrenzer ja ja genau was schreib ich dazu ja ich schreib einfach Buckel das passt wirklich ja aber wohin damit ja weg machen Speedbarm nennt man die nur die wo hier in der Mitte sind die willst du weg machen ja oder ne ich will die gerade noch schlafen ok 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 du 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 guck mal stell dir jetzt einfach mal dieses Bild vor jedes jeder dieser Parkplätze wäre mit einer Tür also mit einer Karriere dann sind die richtig gut getrennt das sieht einfach gut aus das sieht einfach gut aus du du kommst hier drauf gefahren siehst hier schon die 300 Autos die halt Motor an haben denn unterbodenbeleuchtung an ist Motorhauben offen sind das hat halt ein geiles Bild ja und der Tankstellenbesitzer gegenüber wird Millionär die Tankstelle wird geschluckt aber ich zahle da nichts für Tank Ozean, Palmen, Sonnenuntergang im Hintergrund ich dachte du bist der Curtis von der Tankstelle ne das mit dem Autowaschen interessiert mich am meisten willst du Autos waschen? na klar weißt du wie oft ich in die Waschstraße fahre jeden Tag? hier eine Waschstraße bestimmt 10, 15 mal ansonsten vielleicht Paul von Alice Repairs mit dazu äh ich glaube es geht schon um die richtige Waschstraße hier hin oder? ja oder beziehungsweise eine kleine Waschstation ja so eine kleine oh 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 sexy Carwash Event ja einfach mit den Typen spenden und sammeln indem wir nackt die Autos waschen geil oh da bin ich sofort dabei alter geil let's go let's go weißt du du ich aber wir haben ja nur ein bisschen Zeit ihr könnt ja alle noch überlegen Roxy steck dir mal einen Zettel zu ich hab dir erstmal soweit alles notiert die wird das eh nicht lesen können wieso nicht? wenn du bei meiner Rechtschreibung lachst in der Box ich dich aber Roxy du musst an dem Place immer ein richtig cooles Foto von meiner Car machen okay? mit deiner Spiegelreflex weißt du? weißt du was ich dafür brauche ne? und Kurt ist halbnackt was denn? äh äh einen guten Abzug von deinem Auto ach so ja 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 das ist kein Problem ja was war das denn? oh Gott weißt du was ich hier auch fühlen würde? aber ich glaube das wäre zu much ach es gibt so Strahler die gehen bis in den Himmel die siehst du über die ganze Stadt meinst du Stadionstrahler oder was? ja ja genau so so ein Strahler hier da vorne, nein eigentlich vorne da vorne und an D auf der Seite einfach nur die ganze Zeit nach oben leuchten so ein bisschen nach links und rechts schwenken ich hab irgendwie solche New York Vibes dabei ich weiß nicht warum die Idee ist los geht die Strahler an in den Himmel würde ich halt schon fühlen das soll ja ein bisschen auffällig sein es muss ja irgendwo so ein bisschen das ist dann wie ein Bad Signal nur anders ja genau und da spielt den ja auch in die Karten und Tayan hat es auch und Bennys auch weil hier halt auch Werbung für die Karren gemacht werden mhm jeder Typ der noch keine Karre hat und sich dafür interessiert und sieht ja auch es gibt eine offene Szene der wird sich auf jeden Fall eine Karre besorgen dazu kommt noch wenn irgendwann mal wieder neue Fahrzeuge oder so auf den Markt kommen könnte man die hier auch halt präsentieren ja stimmt weil da müssen die ganzen Leute nicht permanent zu den Autohändlern rennen sondern und alles sondern dann stellt man die hier einfach hin vor allem können die sich hier auch informieren wie der Pinsel letztens der Pinsel fragt die ganze Zeit was für ein Viertöre soll ich kaufen was für ein Viertöre soll ich kaufen er könnte einfach herkommen und nachfragen mhm schlaf gut Venom bye bye oh Gott ich hab so Bock die Ideen werden halt immer mehr und mehr und mehr und mehr ja weniger ist besser ja natürlich aber wir sind jetzt schon wieder bei einer ganzen Scheißmenge ich sage mal am Anfang sollten wir kleine Brötchen backen und gucken dass es läuft und denn wenn es läuft dann ist da glaube ich auch ein Jörg oder ein Taka echt happy damit wenn die noch mehr hier rauf klatschen können ja ich glaube die werden nicht abgeneigt sein wenn die sehen dass das läuft um noch mehr zu geben ich rauch mal kurz eine pass auf dann bleiben wir einfach bei den Palmen die beleuchtet sind oder wo diese Lichterketten drum sind dann bleiben wir dabei dass da vorne die Hebebühnen hinkommen zwei Stück reichen ja dass die Tür da vorne aufgeschlossen wird dass da so eine Chill Area drin ist falls es regnet oder so und draußen irgendwie so eine Chill Ecke kommt und Automaten für ersten Trinken ja sowas wie wir bei Bainies haben so ein Tisch wo ein Motor drunter ist einfach dass das ein bisschen zum Thema passt ganz wichtig ist auch ein Kippenautomat oh ja und ein Hochdogan hier und so eine kleine Waschstation ja einfach einen Gartenschlauch das würde wahrscheinlich schon reichen wo man mit Geld einfach bezahlen kann und die Karre sauber machen kann ja so ein Münzautomat Ding oder so keine Ahnung und wenn es noch geht das Schild reparieren das leuchtet eben ja das gewisse etwas okay ich hab richtig Bock ne ja und die Palmen noch ich bin richtig hyped ja ich auch hast du dir das aufgeschrieben draußen Justin vielen lieben Dank für die We-Star im 15. Monat ja ich hoffe dir geht's gut ich hab jemanden der mich täglich daran erinnert mach weiter so Bruder mach ich Bruder Dankeschön vielen lieben Dank für den Support ich guck die Person auch nicht an was denn ich hab nicht zugehört ich hab gesagt ich hab eine Person die mich täglich daran erinnert was wir vorhaben ja wie du weißt ganz genau was ich meine mein Telefon klingelt kannst du bitte weg von mir gehen das riecht komisch hier oh ja riecht sie nach Fisch von mir krass das heißt Viech Itami Viech ah stimmt den Viech ganz vergessen Vieche Viech da würde ich jetzt auch gehen Oh bei dir stinkts doch viel schlimmer bo 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 Hart I shit shit Ich bin ein richtiger Mobber ne oh ich bin da auch einer Ja guck mal ein Juggulu Yo was machen die eigentlich wenn die Leute auf Kreuze mit so Schrottkarren Boxen wir die dann weg? Die können da auch rumstehen. Ist es für jedes Auto offen? Nee. Die dürfen aber ausgelacht werden. Ich würde schon sagen, dass wenn die mit einem Jugula kommen, dass wir die rauslachen. Ja, genau. Die müssen ausgelacht werden. Jugula und Revolta. Jugula und Easy. Easy Sport. Ganz oben. Very Easy Mode. Ja, Bro. Wer Easy fährt, man, der hat sowieso die Kontrolle über sein Leben verloren. Den kannst du ja voll in der Pfeife rauchen. Ja, Mann. Das ist ja so, als würdest du in die Grundschule gehen und Kinder fahren. Als die Leute, die in Easy fahren und dann auch noch voll von sich überzeugt sind, dass sie die geißen würden. Kenn ich zwei Stück von. Ja, auch. Das war nämlich gerade mal eine Frage, was, wenn hier so Leute auftauchen mit so Müllkarren? Ja, wäre der gemacht. Ja, gut. Die Szene reagiert halt, wie sie reagiert dann, ne? Aber das sind bestimmt so richtig unangenehme, die dann sagen, ja, willst du ein Rennen fahren? Du weißt genau, Easy, ne? Easy ist wie Kleber, Uhu auf der Straße und dann sagst du, nee. Und dann sagen die so, ja, du hast Angst vor mir und so. Hast du keine Eier und Fahrzeugpapiere? Komm schon. Wenn der vor mir steht und mit mir redet, hab ich immer das Gefühl, das ist Curtis Brune. Wer denn? Ja, stimmt. Irgendwie schon. Wer ist das? Ja, das ist so einer, der mit dem Easy. Der denkt, der ist der geilste, weil er Easy fahren kann. Und er hört sich einfach an wie du. Der hat auch so ein... Ne. Noch ein bisschen anders, aber kommt er schon in der Richtung? Ja. Junge, schwierig. Ja, aber der hängt ja auch nicht für Bennys oder so ab, oder? Ich lasse heute die Fußballschule. Der kommt eben nur wieder normal zu uns. Ja, was will der denn da abhängen oder wegen seiner Karre? Ah, stimmt. Und der arbeitet für Asimov. Ja, dann kannst du den in die Pfeife rufen. Ja, das ist so eine 2017-Jahre-Vision. Warte mal, woher weißt du, wo ich 2017 geklangen hab? Ey, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, scheiße, Willy. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause. Hast du das aufgeschrieben, Roxy? Ja, ich habe alles mitgeschrieben. Ich habe ihr das im Zettel zugesteckt. Ja, jeder kann ja nochmal überlegen und dann fahren wir morgens zum Tacker-Nummer. Ja, ich schreibe dir das jetzt auch noch aus. Ja, dann fragen wir, dann sagen wir dem Tacker morgen Bescheid. Oder soll ich den anderen fragen, ob die noch Bock haben, hier in den Kutz zu kommen? Scheiß auf, Digga. Der auf dem Weg gerade ins Weckberg kommt und anruft. Ja, machen wir morgen. Also, leichte Palmgebäude und maybe Armstrong. Parmellus Plastik, kommen wir aus meinem Züge. Snack, Getränkeautomaten. Und der Sand, aber macht nix. Ganz richtig kippen. Eine kleine Waschanlage. Nein, Waschstation. Auf zu rauchen. Einfach, wenn du Waschstraße schreibst oder Stationen, dann denkt der gleich an ein scheiß Gebäude. Ja, dann denken die, du willst Front Tower hier hinbauen. Er soll einfach einen Scheiß, keine Ahnung, einen Schlauch hinlegen. Genau. Hochdruckreiniger, paar Wassereimer, so. Und dann einfach den Schlauch ins Meer. Aber seins, was das dann nicht so gut ist. Ja, super. Ja, ist auch sicherlich gut für den Lack und alles. Lacken-Schlauch. Ja, jetzt sagt man, wenn du das Hausstau verspannst. Putszen. Darf nur nicht trocknen, ne? Putsch. Putsch. Reparieren. Boah, ich weiß, was wir mit den Leuten machen, die eine Schrottkarre herbringen. Ja, wir knallen den einfach ab. Wir schießen den einfach in den Kopf. Genau, der Wackel-Dude, der bei PDM steht. Aber ohne die Werbung drauf. Den gibt's, schwöre. Wackel-Dude von... Den hab ich gesehen, im Kandelog. Ähm, ohne Werbung drauf. Haben wir alles? Leuchtende Palmen, Gebäude, Maybe-Ausbauen, Snack, Getränkeautomaten, Kippenautomat, Dachstofen, Autoppen, Neonschild reparieren, Wackel-Dude von PDM, ohne Werbung drauf. Was, Straße? Ja, was, Station. Was? Bet-Signal? Oh ja, Bet-Signal. Ja, da streiche ich erst mal. Das ist Zukunftsmusik. Wie wär's mit so kleineren, allgemein kleineren Tuning-Deko-Designs oder so, wenn sowas vorhanden ist. Das kann ja nach und nach. Ich hab da vorne ne Katze gehört. Schrenner, mach hin. Jünger, die Katze. Ja, Magira, ich komm. Immer mit der Ruhe, Mietzekotze. Kannst Kinder machen, aber kriegst die Kinder nicht auf, ne? Da ist die Mietzekotze. Was haltet ihr denn von Lady Shad? Gut, oder? Schön, schön. Schön. Schön, schön, schön. Danke, Katzi. Ja, was geht ab, Patsche? Das ist fantastisch. Jo, Kautos, Mann, was geht's? Was machst du? Ich bin hier grad in West Highway, aber ich fahr jetzt nach Hause. Ah, so, ja, ein Schlafstuhl, ne? Was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich wusste gar nicht, dass du unterwegs bist. Ich war den ganzen Tag beim DOJ und hab mit dem Staatsanwalt über den Fall geredet. Ja, dann stell dich schon mal darauf ein, dass deine Tage immer so aussehen werden. Ja, ich hab dem DOJ den größten Fall des Jahres gegeben, by the way, ne? Was denn? Ja, wegen der Geisernahme. Der zweifachen. Welche Geisernahme? Äh, Macarena, am Whistler. Da war eine Geisernahme? Wusste ich gar nicht. Ja, da waren zwei Geisernahmen. Und wen vertretest du? Gar keinen, ich war Opfer. Ach so. Ja, ich war die Geise. Eine der Geise. Jau, dann liefert die alle ins Messer. Das war auch Macarena und mich, die auch gegenseitig geschossen haben. Liefert die alle ins Messer. Don, Sandro, alle. Ja. Aber ich hab mit Macarena vorhin schon geredet, so, wir waren beim Ziturierer gemeinsam. Haben uns ziturieren lassen. Ich hab die vorhin auch getroffen, die haben mich nicht mal eingepackt. Ja, mich auch. Mit den Schwänze. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ja gut, dann klinge dich morgen mal durch. Ich wusste nicht, dass du unterwegs bist. Ich kann dir auf jeden Fall sagen so, dass auf die mit einiges zukommen. Und auf die Bullen auch. Ja, aber das will die nicht jucken. Die sind richtig am Arsch. Warum das denn? Weil die Scheiße gebaut haben. Was haben die gemacht? Die wussten nicht mal, dass da Geise in Namen waren. Und die standen daneben. Gott. Die ganze Zeit. Was für Pfeifen. Ich sag dir, seitdem der Mann die weg ist, das war dann der Chef. Seitdem bricht da alles zusammen. Bei dem ne Manni weg ist. Geht da alles den Bach runter. Dieser komische Hugibill, ich kenne ihn gar nicht, aber der hat es anscheinend nicht drauf. Jetzt kommt Anwalt Apache. Jetzt kommt Anwalt Apache, der ab und zu sein Heftchen schwingt. Ja. Weißt du, wenn du Anwalt bist, dann fütter ich dich immer mit Informationen. Dann kannst du richtig gute Connections aufbauen zur Staatsanwaltschaft. Ja, das ist ja auch der Plan. Imagine, du bist irgendwann mein Staatsanwalt. Oh Gott, das ist ja so gut. Ja, das weiß ich nicht, aber... Ja, aber das ist ja richtig. Du hast gesagt, das ist halt der Plan, ne? Ja, ich helfe dir dabei. Ja, ist klar. Okay, dann bist du noch mal Schlafhund. Das wird auf lange Sicht finde ich Fische für uns sein. Ich helfe dir für mich kurz schnell. Was noch mal? Ich hab nicht gehört. Das wird auf lange Sicht positiv für uns sein, das Gruppe. Auf jeden Fall. Ja, wenn du so gut bist wie Onkel Christian, dann sagen wir halt... Es ist halt... Es dauert halt auch ein bisschen, ne? Es ist halt Aufbau-Ding. Ja, du musst gut reifen, wie Milch. Ja, das ist halt... Erstmal fick ich den Macarena jetzt damit. Und die Kops. Ja, die Zerwein, die ich im Schatz nicht leiden kann. Was ist mit dem Kaiser? Hast du das geklärt? Keine Ahnung, ich hab den nicht erreicht, ne? Okay. Nicht, dass der überläuft. Bin sie auch da? Ach, Kaiser läuft nicht an. Pinse war vorhin unterwegs, dann wollte er einmal kurz seine Brille putzen. Und dann kam der nicht mehr wieder, hat sich nicht mehr gemeldet. Kaiser läuft nicht über. Der sagt zu Pinse immer, er liebt ihn und so. Ich liebe dich, wenn sie auflegen. Ja gut. Apache, ich klinge morgen mal durch, ich verpässe mich jetzt. Ja, alles klar, ne? Bis morgen, schlaf schön, ich träume von mir, ciao, ciao. Du. Meiner Pfauen, ich habe ab, ich habe geschlafen. Guten Nacht. Gute Nacht. Bis morgen, mach euch noch bedanken. Euch auch. Bye-bye. Widers notches. Ja, blibbeln da wieder loka. Kleine Showbühne, haben wir es noch mal gucken. Wir dürfen dem Joe beziehungsweise dem Server nicht so viel Arbeit geben. Man kann schon mit kleinen Sachen viel, viel machen. Das wird schon, das wird schon. Allein, weil es so schon jetzt irgendwie 20, 30 Leute gibt, die da in dieser Tuning-Szene unterwegs sind, wenn nicht sogar mehr. Ohne andere Leute angelockt zu haben. Wird um Autoschlüsse gefahren? Nee, das kannst du auch nicht machen. Allein wegen dem Singen und so manchmal. Und manche Karren sind einfach so OP, Alter. Was wir auch vorhin beredet haben, Easy Classic oder Easy Custom und so ein Shit. Das sind so Standard GTA-Karren, die kann jeder Zweijährige kann die fahren, Alter. Da hast du halt beim Street Racen oder so, hast du keine Chance gehen. Das Handling ist einfach wie ein Matchbox-Auto. Ja, Borek, daran denke ich auch. Deshalb würde ich auch erst mal sagen, nur so ein paar kleine Cosmetics und wenn die Szene dann wächst, dann kann man immer nur nachfangen. Anstatt alles auf einmal. Siehe, Beispiel zum Beispiel die Playboy-Villa. Keine Ahnung, wie lange der Joe da dran saß oder Remi oder, ich denke mal, Joe war das. So und drei Tage später ist er einfach wieder weg. Das ist halt auch kacke. Doch, zu viele Mods, also Lichtquellen und so gehen auf die Performance, ja. Vor allem links. Vor allem, äh, Feuer. Deshalb soll man da auch nicht mit übertreiben. Boah. Boah, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Sexy, Alter. Zum Glück bin ich weit gekommen, obwohl ich voller Marsch war. Und die ganze Bubble und Bennys da rum und so, die sind auch alle mega korrekt, Mann. Ey, immer, Pan, immer. Schade, dass wir Pinsitzkarre nicht mehr getunt haben, aber das werden wir wahrscheinlich heute machen. Da bin ich auch gespannt drauf, wie der die Karre macht. Aber der hat mal wieder alles kaputt gemacht bei sich. Ich wollte sowas für Kenzie schon vor Monat machen. Anwarte hat er gelegen, dass es nicht funktioniert, der Boric. War wie immer ein schöner Look. Ja, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß. Gucken, was der Boric noch schreibt. und natürlich wünsche ich euch jetzt schon mal eine wunderschöne gute Nacht und danke fürs Dabeisein. Danke für den Support und bleibt alle gesund und lasst euch nicht anquatschen. Poppies, immer nur auf seinen Copcare-Breck, da wollte er nicht neuen machen. Bis nachher, ja. Gucken, ob der Boric nur antwortet. Ja. Ey, wow, du lieb mir, Alter. Haben keine Werkstatt für ihn gehabt. Dann hatte er eine, die war dann dicht, so hat sich das dann irgendwie nicht ergeben. Ah. So, der Asta ist noch da, Gordon ist noch da, Hoppy, Calrion ist noch da. Ihr werdet euren Weg schon finden, wenn ihr weiter LP gucken wollt. Also noch immer diese Nachtäulen, die ein bisschen länger machen. und gute Nacht. Bis nachher, meine lieben Kinder. Schlaf gut. Tschüss. Hoppen. Jetzt habe ich ihn, Abs�니다. Dass haben wir auch, was Mamafaatio, Und mache t Hollytpreis. Da warlate drücken, die ein bisschen seine So, wie kommen wir in den